Aber ja, Chat, lasst uns anfangen mit dem neuen Marathon. Es ist Final Fantasy, wie ihr gerade sehen könnt. Der erste Teil, Chat, 1987 kam er. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit wir Marathon kommen, wie viele Teile wir davon spielen werden. Ich schau mal, weil JRPGs sind immer schwierig im Stream. Ich hab ein bisschen Angst davor, weil geschädigte Vergangenheit mit JRPG-Streams früher. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Das ist eine meiner Lieblingsserien. Eine Serie, mit der ich aufgewachsen bin. Eine Serie, die mich schon fast mein ganzes Leben begleitet. Und eine Serie, die sich in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Jahren, sehr, sehr geändert hat. Wenn man vergleicht den Teil jetzt, den allerersten, mit dem aktuellen Final Fantasy XVI, das sind, ich meine, klar, es sind fast 40 Jahre Unterschied dazwischen. Aber es ist ja nicht, da ist nicht nur irgendwie die Grafik anders oder so. Der ist wirklich, das ist, also wenn du das jemandem zeigen würdest und sagen würdest, das ist Final Fantasy, der würde dir wahrscheinlich in dem Moment gar nicht glauben, dass es Final Fantasy ist. So unterschiedlich ist es mittlerweile geworden. So krass weiterentwickelt oder entfernt, kann man vielleicht auch sagen, hat sich diese Serie seit dem ersten Teil von dem Original, ist auf jeden Fall sehr wild, sehr schöne Serie mit sehr schöner Musik-Chat. Also es gibt natürlich auch seine Hoch- und Tiefs, es gibt gute Teile, es gibt Teile, die sind ein bisschen weniger gut und so, aber eins ist immer durchgehend geil und das ist die Musik. Die Musik ist durchgehend einfach Premium. Deshalb, egal wie teilweise ich vielleicht leiden muss in einem Game, wir werden trotzdem mal Spaß mit der Musik haben. Und den ersten Teil habe ich selbst auch schon gespielt, nicht irgendwie als Kind oder so, weil mein erster Teil war 18, äh 18, einfach 8. Mein erster Teil war 8 damals als Kind, damit bin ich in die Serie gekommen auf der PS1 mit dem Alter von 8 ungefähr. Bin ich da irgendwie reingekommen in den ersten Teil, äh in den 8. Teil, hab damit die Serie kennengelernt und hab dann selbst irgendwie vor 4, 5 Jahren angefangen, viele alte Teile nachzuholen, weil ich halt eigentlich immer nur dieser typische Final Fantasy 8 Fan, äh dieser typische Final Fantasy Fan war, der irgendwie 2 Teile kannte und dann immer gesagt hatte, ja der und der Teil ist mein Lieblingsteil, 1 bis 6 hab ich keine Ahnung, weil die sehen scheiße aus und äh 14 und 11 sind MMOs. So, der typische Final Fantasy Fan, der irgendwie nur 7 oder 9 oder so liebt und alles andere, ja keine Ahnung, das ist MMO und irgendeine langweilige Pixelscheiße. So einer war ich und dann hab ich das irgendwann alles komplett nachgeholt und hab festgestellt, wie geil eigentlich die Anfangszeiten von Final Fantasy unter anderem waren, wie allein schon Final Fantasy 1 so krass war und so viele Maßstäbe gesetzt hat für die ganze Reihe, wie viel in 1 schon passiert, ähm, was standardmäßig dann in den nächsten Teilen immer kommt und so, ähm, ist schon insane. Das ist schon insane. Hat mich damals geflasht, als ich den ersten Teil gespielt habe. Deshalb, FF13 Vloggame, ja. FF13 will aber keiner spielen, weil das ist langweilig, da läuft man die ganze Zeit nur auf eine Brücke. Ja, wir gehen rein, Chat. Ähm, so. Die ersten Teile, oder was heißt die ersten Teile? Bei den ersten paar Teilen gibt's noch nicht so viel Charakter-Story. Ähm, da ist eher, geht's um die Welt an sich, um die Story. Und nicht so, wie man das jetzt kennt von Final Fantasy 7. Cloud, der coole mit der Igel-Frisur und dem großen Schwert und er ist immer so böse und er guckt immer so böse. Ähm, hier gab's das noch nicht so, mit den Charakteren. Äh, dementsprechend kann man sich auch hier so eine komplett eigene Gruppe zusammenbasteln. Ähm, aus sechs Klassen. Die man dann auch im Spiel nicht mehr ändern kann. Ich weiß gar nicht, äh, wie das ist. Ich weiß gar nicht, wie das ist im Laufe des Spiels im Pixel-Remaster, ob man das irgendwie ändern kann oder so. Ähm, aber ich denke auch nicht, ne, weil Omoji... Also ich hab's damals gespielt, vor vier, fünf Jahren, auf dem GBA. Ich hab die GBA-Version gespielt. Die hab ich hier noch irgendwo rumliegen. Ähm, und da hab ich, glaub ich, Krieger, Schwarzmagier, Heiler und ich glaub, Dieb gespielt. Ich weiß nicht, welchen Vierten ich hatte. Ich finde, du bist eins der besten und spaßigsten Streamer. Du hörst, äh, das hörst, äh, hört sich jetzt ein wenig komisch an, dass dein, ein Zuschauer einen Stream, Streamer schreibt, aber ich hoffe, du wirst niemals dein schönes Lächeln und deine schöne Lache, die du hast, nie in deinem Leben verlieren und es weiterhin anderen Menschen teilst. Oh. Halber Bibel, ganzer Engel. Und Dankeschön. Und freut mich, das Tier hier gefällt, Mann. Das Einzige, was mich an FF1 erinnere, ist ein Dungeon, der designtechnisch keinen Sinn ergibt. Schöne Lache, diese Goofy-Lache. Äh, weiß ich nicht. Ich kann mich an, ich kann mich an Final Fantasy 1 nicht an so viel erinnern von den Dungeons oder sowas. Ähm, ja, Chat. Das ist so das Standard-Team. Also, ich würde auf jeden Fall den Krieger mitnehmen. Ich würde natürlich den Heiler mitnehmen. Und ich würde natürlich den Schwarzmagier. mitnehmen. Und den vierten Slot, weiß ich nicht. Ja, direkt, lass Challenge machen. White Mage only. White Mage only. Abstimmung. Ja, als Dieb kann ich bei Deschka was klauen. Ja, wir können ja eine Abstimmung machen, Chat. Eins ist Dieb, zwei ist Novize, drei ist Rotmagier. Schreibt einfach in den Chat. Eins, zwei oder drei. Eins Dieb, zwei Novize, Novize, drei Rotmagier. Eins, zwei oder drei. Schreibt nochmal in den Chat. Das ist die Leiste jetzt. Buu, 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 buu. Buu. Ich habe keine Ahnung, was Novize ist. Ich glaube, Novize ist ein bisschen doof übersetzt hier. Novize ist, glaube ich, ein Mönch. Der kämpft mit Fäusten, glaube ich. Ist Novize nicht ein anderes Wort für Lehrling normalerweise? Ja, ja, aber das, was Novize in dem Teil ist, ist normalerweise in Final Fantasy der Mönch. Der mit Faustwaffen kämpft. Oder generell sogar Waffen loskämpft. Okay, seid für den Red Mage. Ja, stark. Dann haben wir einen Krieger und drei Magier. Stark. Ein Krieger, drei Magier. Okay, äh, Name. Wer will der Krieger sein, Chat? Mehr Magier, mehr Gut. Geiler Bild, ich weiß nicht, was du hast. Warte, wir machen, wir machen, ähm, wir machen Nightbot. Nightbot und wir losen aus. So, spepp mal kurz rein, ab jetzt. Und wir losen einfach aus, wer den Namen bekommt. Haben die eigentlich Stani-Namen, Chat? Gibt es irgendwie so Standardnamen? Der erste ist Hurgen-Nurgen. Das passt zu einem Krieger. Der Name passt zu einem Krieger. So kämpft er auch immer. Hurgen-Nurgen-Gurgen. Hurgen-Gurgen. 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 So, dann nehmen wir den Rot-Magier. Der Kritox. Ja, ich kenne auch Warrior of Light, den einen Typen halt, den Main-Typen. Boong-Gurgen. Boong-Gur ist unser White Mage. Boong-Gurgen. Bo shh- So, wer ist unser Black Mage? Wer ist unser Black Mage? Shining Flame. Passt vom Namen her zum Black Mage. Shining Flame. Was ne Truppe. Beluga, dankeschön für den Gifted Zap. Vielen, vielen Dank. Und Nori, dankeschön für 14 Monate. Und Dominik, dankeschön für 7 Monate. So. Okay, wir haben alle, ne? Es ist Kriti... Kriti... Okay, hab ich falsch geschrieben? Hab ich immer deinen Namen falsch gelesen? Stimmt, ich hab immer deinen Namen falsch gelesen. Kritiko. Okay. Der Klassiker. Äh, die haben wohl die schreckliche Font geupdatet. Äh, die konnte man ändern. Die hab ich in den Optionen geändert. Zwischen klassisch oder neu. Ich find's lustig, dass der Beruf steht statt Klasse. Ja, ist halt aus dem Englischen Job, ne? Im Englischen heißt es ja mal Job. Es ist wirklich viel zu passen, halt wirklich. So. Okay, let's go, Chad. Die Musik ist, by the way, auch neu. Man konnte auch auswählen zwischen klassischer Musik oder der neu arrangierten Musik. Die Welt war von Finsternis umhüllt. Der Marathon beginnt! Ja! Die Winde erstarben. Die Meere tobten. Die Erde war faul und verdorben. Oh, shit. Die finale Fantasie ist wirklich gerade ziemlich final. Die Welt geht unter. Daraus einer Prophezeiung schöpfte man Hoffnung. Dö, 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 dö. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle. Am Ende einer langen Reise haben vier Gefährten diese Welt erreicht. In ihren Händen die vier Kristalle, die sie fest umschlossen halten. Die Fond ist ein bisschen schwierig zu lesen, oder? Teilweise. Das wird viel lesen, ne? Die ersten Teile haben nicht so viel Text. Jo, let's go. Die Musik. Die, 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 die. Fänger. Direkt motiviert Yo, die Minimap Die gab es im OG auch nicht Man musste, glaube ich, immer ins Menü dafür gehen Hallo? Hallo? Keggy? Was machst du denn hier? Wir haben Doppel-Keggy wieder am Start Scheiße Werden die Teile auf 100% gespielt? Auf gar keinen Fall Schloss Cornelia Die Minimap gab es gar nicht, ne? Habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Moment, ich muss kurz jemanden... Ah, ist schon weg, okay Ja, du konntest die jetzt, äh, im Pixel Remaster kannst du Zufallskämpfe ausmachen, ja Also wenn das irgendwie zu viel wird oder zu langsam ist, kann ich halt nur das hier machen Also ich meine, es gab auf jeden Fall eine Overworld Map in der GBA Version Aber diese Minimap für Dungeons, die gab es nicht, die ist neu Die ist neu Die ist neu Ja, gehen wir mal rein ins Schloss Quatsch mal mit den Leuten Um so ein bisschen zu checken, was die Lore hier ist Seine Majestät ist verzweifelt auf der Suche nach den legendären Kämpfern des Lichts Haltet ein Sind das etwa Kristalle, die in euren Händen leuchten? Oha Wir sind es, Chad Es gab nur Overworld auf der PS1 Der PS1 Version habe ich nicht gespielt, wie gesagt, ich habe nur GBA Version gespielt Und da gab es auf jeden Fall eine Overworld Map Die war aber wichtig Die Chaos Emirates, ja Seine Majestät ist verzweifelt auf der Suche nach Okay, die wiederholen sich Ich denke mal, der sagt auch das Gleiche, ne? Ne, alle sind zutiefst bestürzt über die tragischen Geschehnisse und machen sich Sorgen um Prinzessin Sella Das ist immer so eine Thematik, die halt so alle Teile so mehr oder weniger verbindet Es gibt Teile, die entfernen sich so ein bisschen von der Thematik Aber mostly ist das so in allen Teilen irgendwo, irgendwie die Thematik und das sind halt Kristalle Es geht immer um irgendwelche Kristalle Der König ist in tiefer Trauer Bitte rettet die Prinzessin Garland war eins der stärkste Ritter unseres Königreichs Doch er gierte nach Macht und verlor sich selbst aus den Augen Sieht das Menü aus? Es gibt Schnellspeichern Mir fehlt jetzt schon die Bullshit-Line von Strangers of Paradise Aber ja, wenn ihr in den letzten Jahren irgendwie Strangers of Paradise gespielt oder irgendwo gesehen habt Strangers of Paradise ist die neue Interpretation von dem hier Das ist das OG davon Unseres Speer-sichteten Garland im Chaos-Tempel nördlich von Cornelia Da ist es, Chaos Bullshit Und Snuddlewonka, Dankeschön für 5 Monate Seine Majestät ist verzweifelt Ja, lass mich rein, Digi Reisende Es ist es wahr, dass ihr die Kristalle euer Eigen nennt Die Prophezeiung Lukans Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen Wenn die Welt dichter Dunkelheit überschattet ist Majestät, ich würde es nicht überstürzen Wir haben keine Gewissheit, ob es sich tatsächlich um die vier Kämpfer aus der Prophezeiung handelt Doch, wie könnte ich diesen Wink des Schicksals ignorieren? Just in diesem Augenblick stehen vier Kämpfer vor meinen Augen Ich, ich, ihre Kristalle sind mir Beweis genug Kämpfer des Lichts Ich flehe euch an Meine Tochter, Prinzessin Sella, ist entführt worden Garland, einst Ordensritter unseres Königreichs Entführte ihre Majestät und streckt seine gierigen Hände nach dem Thron aus Er hält sich im nördlichen Chaos-Tempel Versteckt Unsere Bemühungen, Prinzessin Sella zu befreien, scheiterten kläglich Keiner unserer Ritter kann sich mit Garland messen Mir kam zu Ohren, dass euch eure Reise in den Norden führt Die Brücke zum nördlichen Kontinent ist seit langem eingefallen Sollte es euch gelingen, Sella zurückzubringen Werde ich dem Bau einer neuen Brücke anordnen Mögen euch eure Kristalle schützen Okay Das geht ganz classic los, Chat Eine Gruppe von Helden muss eine Prinzessin retten Nicht die Prinzessin, oh Ich fühl mich irgendwie angesprochen, denn Lukas nennt mich meine Schwester immer Gestern hast du dich auch irgendwie die ganze Zeit angesprochen Wegen irgendeinem Lukas Oder vorgestern Die drei Mages Der eine Krieger und die drei Mages Gibt es auch einen Dämonenkönig? Vielleicht wird es auch einen Dämonenkönig geben, ja Ja, dann befreien wir wohl die Prinzessin, ne Dann dürfen wir, weil unsere Gruppe ist wohl irgendwie auf dem Weg nach Norden Banger Okay Let's go Was kann Hurgen-Nurgen machen? Wir haben vier Goblene Goblene Ähm, Kritok Oh, hier Kritiko Ich muss mir den Namen bemerken Äh, hier war das noch so, dass man wirklich erst alle Angriffe eingibt Und dann geht's los Er kann noch nicht zaubern, der Rotmagier Also auch einen simplen Angriff Die können alle noch nicht zaubern Okay Ja, es gibt noch keinen, äh, ATB-Balten Und bereits schon im ersten Teil kommen so viele Gegner vor Gegnertypen vor und so Die später eigentlich auch immer vorkommen Immer Standard sind Ich meine, einige hier sind ja auch Im FL-14-Grind und so Ihr werdet hier schon auch super viel Kram sehen Was man im FL-14 auch schon sehr oft verwendet hat Ja, stimmt Man muss ja so Zauber kaufen in dem Teil, ne True GF-1 die Mechanik Dass man manche Charaktere in die Frontline quasi stellen kann Ähm, es gibt Formationen hier Aber ich glaub, du kannst nur so ändern Nicht direkt, ähm Vorne und hinten hinstellen Warte Der Sound ist aus FF Wenn ein Kampf gewonnen ist D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Meinst du? Ja So, da ist der Chaos-Tempel Kommt eigentlich FF-14 auch in dem Marathon vor Ja, kommen wir erstmal so weit, okay Gigas-Würmer Ich glaub, Gigas waren generell immer recht starke Gegner in dem Teil Also das ist jetzt nur Würmer Aber später die richtigen Gigas Die waren, glaub ich, recht stark, ne Die Frage mit dem Maus wirst du oft bekommen Leute, ich sterbe Ich muss, glaub ich, fliehen Warte kurz Warte kurz Schnell speichern So Erstmal grinden Ich weiß nicht, ob man hier schon grinden musste Weil Fliehen Einfach Rogen Nogen zurückgelassen Weil das ist ja erstmal der Anfang des Spiels Schweine haben mich umgebracht Endlich ist meine Zeit gekommen Wenn dem König etwas an dem Leben der Prinzessin liegt Wird mir Cornelia mit all seinen Reichtümern überlassen müssen Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ah, ich verstehe Ihr seid Handlanger des Königs Ich hoffe, ihr wisst, mit wem ihr euch anzulegen gedenkt Aber genug der langweiligen Worte Mein Schwert soll an meiner Stadt sprechen Okay, vielleicht hab ich das anders in Erinnerung, Chat Wir müssen gleich kurz gucken Der gute Garland Bullshit Erste Game-Over-Chat Deine Reise geht zu Ende Ja, schade Ne, ich hatte das so in Erinnerung gehabt Dass man hier Verlieren musste Ich hatte das irgendwie so in Erinnerung gehabt Dass man in diesem Tempel verlieren muss Aber gut Dann müssen wir ein bisschen grinden So in Twans war das Spiel noch nicht Ja Aber irgendwie hatte ich das so im Kopf gehabt Weil Garland ist ja der Überbors Konnte man hier schon was Hier, ne Ich muss erst mal schlafen Ich will meine Schwester wieder haben Konnte man hier schon In Cornelia schon irgendwie übernachten? Schlafi, schlafi machen? Ach, stimmt Unten ist ja noch die Stadt, ne Da konnte man ja auch noch rein True, du hast recht Hier, wenn man seitlich geht So, stimmt Die Stadt Cornelia selbst, ja Ich bin kein Adel Ich darf nicht in der Festung übernachten Willkommen in der Stadt der Träume Cornelia Wie kann Musik nur so schön sein? Kann man eigentlich on the fly So ist die Schrift Das ist die Standardschrift Die ist arschhässlich Ja, NES Musikchip war nicht so geil Aber sie haben trotzdem Ziemlich viel aus dem NES Chip rausgeholt, okay So Herzlich Willkommen Eine Übernachtung kostet 30 Gil Wucher Junge Die Gang einfach Äh, Boost Ich denke mal Ich kann damit cheaten, ne Mit Boost Zufallscamp Ah, ne Oh, ich kann EP mal anmachen Oh, geil, Alter Machen wir doppelte EP? Oder vierfache? Meint ihr vierfache schon zu viel? Mach beides vier Hier wird nicht geschummelt Ja, halt für den Marathon Weil Ähm Damit das so ein bisschen smoother ist Damit wir nicht irgendwie jetzt Zwei Stunden lang Äh, Monster auch klappen müssen Zweimal EP und vier Gil Beides vier Beides vier Bisschen FF1 Solltest du ja erleben Ich bin eine süße Tänzerin Bitte Ihr wollt mit mir tanzen Nicht so stürmisch, Freunde Okay Der Rennspaziert So, wir haben hier Nunchaku Das wäre für den Novizen gewesen, ne Ähm Der geile Hammer einfach Attacke 9 Der Rapier Wie viel Geld habe ich? 512 Wo steht der Preis? Oh Da steht der Preis Ja, die 8 hat mich so verwirrt Wieso kostet das nur 8? War das letzte Preis? Wieso liegt der immer noch? Ich glaube, wir müssen mit ihm zur Kirche Wie in Dragon Quest Der liegt immer noch Ab zum Pokémon Center Gesegnet seien die Kristalle Ein Brunnen Hier gibt's Äh, okay Hier gibt's Rüstung Lederharnisch Kettenhemd Gewicht Es gab Gewicht Gewicht war wichtig Das ist ja super stark Fünfzehn So Hier Wir haben zwei Tanks jetzt Ja, ATB gab's erst später Ab dem vierten Teil Ne, oder? Ne, wobei ich weiß gar nicht Wie das so No G's war Ich hab ja die DS-Teile von 3 und 4 gespielt Da gab's auch schon einen ATB-Balken Ich weiß gar nicht, ab wann die kommen Hier gab's Magie, ne? Ja, Red Mage ist so eine Kombination aus White Mage und Black Mage Und der kann auch ein bisschen im Nahkampf was machen Er ist so ein Hybrid halt, ne? Schlafsack Okay Müssen wir noch einen Magie-Shop finden Für Vita Ich wohne Ich wohnte früher in der östlichen Hafenstadt Pravonka Zum Glück bin ich weggezogen Es sollen sich nämlich Piraten dort niedergelassen haben Diese Schweine Seine Majestät glaubt fest daran Dass die Kämpfer des Lichts Die entführten Prinzessen retten werden So wie es Meister Lucan Geweiß sagte Hier gibt's Wiederbelebung, oder? Was wollt ihr lernen? Ne, hier gibt's Zauber Okay, wir können Vita mitnehmen Eine Heilung So Führt einen Flächenangriff gegen Untote aus Steigert die Abwehr des Gefährten Und steigert die Ausweichfähigkeit Vita kann auch unser Red Mage holen Dann holen wir uns noch Ich will nicht zu viel kaufen Ja, der Mann hinterm Haus sieht verdächtig aus Okay, das ist was gedacht Mal kein Mario Welcher Teil ist das? Der allererste So, hier haben wir Feuer Feuer Und Blitz Schlaf Fokus Ähm So, du kriegst erstmal beides Und der Red Mage kriegt Fokus So Glaub, einziger anderes FF Wo du Magie kaufst War FF 12 Oder bin ich lost? Boah, weiß ich gar nicht mehr Ich mein Final Fantasy 7 mit Materia Kaufst du ja auch irgendwo Irgendwie Magie, ne? Ja, und dann holen wir hier noch Protests Unser ehrenwerter Weise Lucan brach auf, um einen Halbmutz zu finden Chat Gibt's hier keine Kirche? Ich muss eine Phönix-Feder kaufen, ne? Doch, hier ist die Kirche 40 Gil Löse dich vor den Klauen der Dunkelheit Okay Ähm, muss ich hier noch heilen? Äh, ich hätte vorher ihn heilen sollen, ne? Und dann schlafen gehen Aber wir haben jetzt wieder, ne? So Okay, lass uns ein paar Monster kloppen Damit wir Garland bekämpfen können Huch Ist er die 40 Geld wert? Ich weiß ja nicht Ja, unser Hurgen-Gurk Ist schon wichtiger Ist schon wichtiger Äh, hab ich Oh, ich hab Zufallskämpfe rausgemacht Fand bei Mystic Quest Die Magie immer viel zu stark Als Kind Und dachte, das wären Cheats oder so Der geile Crit Wie ist das hier? Werd ich vollgehalt, wenn ich Level-Up werde? Ne Ist das nun eigentlich das Pixel-Master? Yep Das ist es Mit Vier-Eck? Oh, ich kann mit Vier-Eck vorspulen Okay 120 XP einfach von denen, ja? Die Vierfache EP Also wenn wir gleich Wenn wir so in Dungeons unterwegs sind Dann dreh ich die EP wieder runter Aber wenn wir wissen Wir müssen jetzt kurz grinden Dann mach ich sie mal hoch, ne? Damit wir im Dungeon Weil wenn wir jetzt im Dungeon dann durchlaufen Ich meine, ich könnte Was man halt machen kann Aber das wäre halt super lame Wenn wir jetzt Äh Draußen immer hochgrinden Und dann in den Dungeons Einfach Gegner ausmachen Und nur zu den Bossen durchlaufen Aber das wäre ja lame Dann verpassen wir die ganzen Kämpfe Deshalb Mache ich draußen ein paar Kämpfe Level ein bisschen hoch Und dann drehen wir wieder auf Null runter Und kämpfen ganz normal Wie die Bitrate immer steht Wenn der Kampf losgeht Echt? Die Animation ist auch neu So reicht das schon? Wir machen 5, ne? Uh, hier ist die Map Die Map ist so hochauflösend Auf dem GBA war das so Alles so schwer zu erkennen Und ich kann mich noch erinnern Chat Diese kleinen Inseln Die waren wichtig Auf diesen kleinen Inseln War ein starker Boss Oh, ihr seht die Maus gar nicht So jetzt Auf diesen kleinen Inseln War irgendwo ein starker Boss Optional Oder so Das war aber so cool In dem ersten Teil Dass so Viele Dinge Ähm So auf dir Die auf der Overworld passieren Die teilweise einfach so Random irgendwie so Als Rätsel vermittelt werden Von anderen Charakteren Äh Von anderen NPCs in den Städten Das war aber ganz cool Nicht so wie Wie heute In den neuen Spielen Da wirst du immer an der Hand genommen Da darfst du nichts herausfinden Es gibt nicht mehr diese Magischen Momente Wenn du irgendwie rumläufst Und die NPC Sagt irgendwie einen random Satz Und du Versuchst da was reinzudeuten Und suchst und suchst Und dann findest du wirklich etwas Und dann findest du wirklich etwas Und dann geil Let's go Und heutzutage ist das halt Kein Rätsel oder so Du musst nicht irgendwie denken Sondern Du kriegst halt eine Quest Du kriegst halt direkt eine Quest Wann kommt Cloud Dauert noch ein bisschen Das dauert noch ein bisschen So sind wir fertig Bin ich fünf? Ne Einmal noch glaube ich Selbst wenn es sowas gibt Irgendeine Gaming Zeitschrift Oder ein Dulli Auf Social Media Spoilert es dir einfach Ja aber das ist ja was anderes Wenn es irgendwo im Internet passiert Das ist ja was anderes Als wenn das Spiel dir das macht Zum Beispiel es gibt ja hier so Schon so versteckte Bosse und so Ähm Und die musst du halt selber finden In zum Beispiel jetzt Neueren Final Fantasies Ich muss noch einen Kampf machen In neueren Final Fantasies Wenn es halt irgendwie Ein super Boss gibt oder so Dann ist er halt nicht versteckt Sondern Du kriegst halt eine Quest Du musst nichts suchen Gar nichts Du kriegst halt eine Quest Und das ist immer so ein bisschen schade Dragon's Dogma hatte Zweiter Zeit wie solche Quests gehabt Aber es war ja wirklich eine Quest Wann kommt Tidus Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Genau Ich kann mit dem Brunnen tagieren Lasst eure anmutiges Antlitz Im Wasser spiegeln Bäh Ihr seht ja unglaublich schmutzig aus Los Wascht euch mit dem Wasser In den Dreck aus dem Gesicht Okay Äh Piss dich Alter Achso ne Moment das nicht da in Die Musik Äh Im Menü Nennst du dich an Kingdom Hearts Ja true Ich seh was du meinst Okay Dann lass uns jetzt Garland Besiegen Die miese Sau Ich hol mir noch ein paar Zauber Und dann gehen wir Garland Aus seiner Rüstung prügeln Ähm Ich weiß nicht ob wir Untote finden werden Aber Ich könnte lieber Blink mitnehmen Damit wir gleich dodgen können Ähm Dann kann ich gleich buffen Und Ja Protus Blink Waffen Blink ist auch so ein Zauber Der hat sich nicht so durchgesetzt Durch die Reihe ne Den gab es nicht in so vielen Teilen Ähm Fokus hat der schon Okay Okay Cornelia sehr ähnlich wie Cornelia aus Starfox klingt Ich glaub das ist nur Zufall So und jetzt Gehen wir In die Einstellungen wieder rein Und Machen den Boost aus Was machen die vier Opas in der Herberge Äh nächtigen I guess Ich hätte mir vielleicht noch Items kaufen sollen Naja egal Ne ich speichere gleich Vor dem Eintritt In den Dungeon Ich hoffe in diesem Teil lebt Link noch Oh neuer Gegner Welchem Teil war das mit dem Grab War das nicht im zweiten Oder war das in dem schon So Das war in diesem Teil Okay So mal gucken ob ich stark genug bin Ja das hab ich schon grad gelesen Er hat aber so ne Fledermaus Armee Let's go Okay Äh unser Boy kann nichts außer schlagen So Dann haben wir Kritiko Äh ich weiß nicht ob bei ihm Fokus funktioniert Und ob der was bringt BoomGor machen wir Ähm Protests auf Kritiko selbst Äh ne doch Weil er grad schon ein bisschen geschwächt ist Und hier ballern wir Feuer raus Wobei ich mach Blitz So Bam zwei Treffer Stark 19 Damage Ja easy Easy Ähm Die greift mit dem Rotmagier Ganz normal an Ähm Mit BoomGor Haben wir Protests Auf den Schwarzmagier Und dann Gucken wir mal wie viel Blitz Äh Feuer macht 28 Damage Okay Blitz war geiler Ich fang schon mal jetzt Zu heilen an Weil der Red Mage macht eh nicht so viel Nahkampf Damage Oh shit Ich hab Ich hab Ich hab Angriff gemacht Ich bin dumm Und nicht ein Zauber Ich hab Ich hab da was verwechselt So Du kannst auch angreifen Ich hätte dem Red Mage Vielleicht auch Einen Angriffszauber Geben sollen Naja So Jetzt haben alle Protests Okay das war's Flex Angriff Kurz mit dem Stab Draufbauen Er hat die Prinzessin gerettet Was ist nur passiert Seid ihr meine treuen Retter Ich bin Zeller Prinzessin von Cornelia Bitte begleitet mich zum Schloss Mein Vater wird euch danken Und sich erkenntlich zeigen Das Spiel ist vorbei Wir haben die Prozesse Gerettet Chat So lange ist das Spiel Chris Erster Teil durch Nie hab ich an eurem Mut Und eurer Tatkraft gezweifelt Ich und mein gesamtes Königreich Sind euch zu Dank verpflichtet Nun besteht kein Zweifel mehr Dass ihr die Kämpfer des Lichts Aus Lukans Prophezeiung seid Vier Kämpfer Mit vier Kristallen Werden erscheinen Wenn die Welt Von dichter Dunkelheit Überschattet ist Sie werden das Licht Der Kristalle wieder entfachen Um die Welt Vor dem Unheil zu retten Auf dem nördlichen Kontinent Gibt es einen Kristall Dessen Glanz erloschen ist So sagt man Stellt den Glanz Des Kristalls wieder her Es ist die einzige Möglichkeit Das Böse Auf ewig zu verbannen Wie versprochen Ist der Bau Der neuen Brücke Bereits angeordnet Geht nun Und erfüllt diese Welt Wieder mit Licht Meine tapferen Kämpfer Kriege ich noch einen Kuss? Diese Laute ist seit Generationen Besitz der Königlichen Familie Garland ist Hat sie bei meiner Entführung entwendet Sie soll euch gehören Bade Jetzt bin ich Bade Die Tänzerin aus der Stadt Hat ein gutes Gespür Für wichtige Informationen Sie wird euch zur Seite stehen Solltet ihr Anhaltspunkte benötigen Okay Wir haben eine Navi Warum klingt die Prinzessin Als wäre sie Shisha abhängig Sie hat mit Garland Mies eine durchgezogen Die wurde gar nicht entführt Der hat sie in den Shisha Bar eingeladen Ne wir haben ihn nicht verprügelt Weil er Laute spielen wollte Wir haben ihn verprügelt Weil er die Prinzessin gekippt Nimmt hat Männer Befehle seien In der Majestät Des Königs Die Prophezeiung Lukas Hat sich erfüllt Sputet euch Starke Jungs Alter Not bad Top Animation Ja Was hat eigentlich Der Bau der Brücke Mit der Prophezeiung zu tun Sie sind hier in Cornelia Die vier Kämpfer des Lichts Und ihr Weg führt sie nach Norden Ja jetzt ist es quasi unsere Aufgabe Die Orte zu besuchen Die wir am Anfang im Intro gesehen haben Von wegen Die Erde ist vergammelt Die Winde wehen nicht mehr Das Wasser ist still Oder so Und müssen in die Äh Vier Gebiete reisen Und dort überall Die Kristalle wieder aktivieren Und so beginnt die Reise Der vier Gefährten Die als Kämpfer des Lichts Aufbrechen Um das Unheil Abzuwenden Von der Schwere ihrer Bürde Beinahe erdrückt Nicht einmal wissend Welche Bedeutung Tatsächlich Hinter ihren Kristallen steckt Schreiten sie Dennoch zielstrebig Und unerschrocken voran Und dann geht's im zweiten Teil weiter Ein helles strahlendes Licht Soll vor langer Zeit Von den Kristallen ausgegangen sein Möge dieses Licht Wieder erscheinen Und das Dunkel vertreiben Das diese Welt umhüllt So ein schöner Song Jedes Mal Gänsehaut Wenn der Soundtrack läuft Egal in welchem FF Ist echt krass Weil Kristalle kommen später In keinem Fall in Fantasy Mehr vor Doch schon Die kommen immer noch vor Die wurden nur so In den bekanntesten Teilen So ein bisschen Andersweitig Verwendet Sodass sie nicht mehr Im Fokus stehen Aber später 16, 15, 14, 13 Also die letzten Teile Hintenrum Die haben alle Eine Kristallthematik Die haben alle Eine Kristallthematik Aufbruch des Krieger des Lichts Okay Jetzt kommen blaue Goblins Jetzt auch noch Da kappert er einfach rein Wir verstehen da In den ausgeklügelten Sarkasmus nicht Jetzt können wir uns Seinen Würmern rächen Junge Der Magier Macht gar kein Damage Mit Nahkampf Die sind ja immer noch Super strong Holy shit Speichern Speichern Immer Immer wichtig Speichern Immer zwischendurch Speichern Yo Der ist ein Oga Wieso ist der so riesig Wieso ist der so stark Das sind keine Untoten Das sind keine Untoten Du 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 Okay Die haben bestimmt Angst Vor Feuer Das sind bestimmt so riesige Oga Die dann so Wenn die Feuer So Schreien Dann panisch werden Weil sie Angst haben Vor Feuer Weil sie früher Als kleine Kinder Mal verbrannt wurden Nee kein Herd Aber Als Die Die Lore der Oga Ist ja Dass die mal Versklavt wurden Und unterdrückt wurden Von den Menschen Von den Kristallzaubern Und die wurden Mit Feuer gebändigt Deshalb haben die Angst Vor Feuer Äh Boom God Kein Mana mehr Ich hätte vielleicht Schlafen gehen sollen Vorher Naja Naja Okay Einer ist tot Ja Die sind super stark Zum Glück habe ich gespeichert Ähm Kritox Hat auch keine Mana mehr Stark Und unser Magi Hat auch kein Damage Äh Kein Zauber mehr Äh Kein Mana mehr Das heißt Der einzige Der jetzt noch Damage macht Ist Hurgurg Wir werden sterben Leute Okay Überlebt Ganz knapp Ähm Ja Vielleicht sollte ich nochmal kurz Zurücklaufen Und heilen Vielleicht hätte ich auch Ein bisschen Ähm Items Einkaufen sollen Ne Einschalt's Goblin Was meintest du Riki Du hoffst auf einen bestimmten Encounter hier Gibt es hier irgendwie so einen Äh Starken Dino Der eine Eisschwäche hat Du meintest die Vorhin die vier Opas Ich glaube die vier Opas Da sind Tutorial Die du meintest Also irgendjemand meinte vorhin Was machen die vier Opas da eigentlich Äh Ich glaube das waren Tutorials Ne Gab ja in Zelda auch solche Charaktere Ne Naja Ausrüstung Items Hossa Ich kann euch Geschichten über Monster und Unwesen erzählen Auf die ihr Zweifelzone treffen werdet Und Magie Ja Die Tutorial Opas Ähm Wir kaufen uns Boah Phönix Feder kostet 500 Wir kaufen uns auf jeden Fall auch Wir verkaufen uns auf jeden Fall Ether Wir kaufen nur Ether Wobei wir können uns anstelle von Boah Eilheilmittel kostet 1500 Goldnadel kostet 500 Die Preise sind ja insane Ähm Hier wir kaufen uns Zelte Ganz viele Es gibt kein Neuerüstung Ich habe ja schon in der Stadt eingekauft Deshalb Gil mal vier Wir machen mal Gil mal zwei Aber ja Als Zelte kaufen Dann können wir unterwegs ein bisschen schlafen Und dann uns heilen damit Ether wäre vielleicht auch nicht verkehrt Nur Ether zu kaufen Weil mit Ether mache ich ja dann immer wieder Mana voll Und könnte mit dem Mana wieder heilen Aber ja Zelte kann ich halt Mana und Leben direkt heilen Also ja Äh Sibora Dankeschön Für elf Monate Bald ein Jahr Stark Das Das Matoya Scave Geiler Besen Ihr Witzi Nuuu Necherba Er spricht rückwärts Drück Abbrechen Und I2 L2 Ach L2 L2 Und Abbrechen Und L2 Dann komme ich hier hin Digga Was will er von mir Aua Aua Macht der Bauer Lol Die kennt man auch aus Final Fantasy XIV Chat In Final Fantasy XIV hat sie auch eine Cave Die Matoya Auch derselbe Song Auch mit Besen Meine Augen Ich kann nicht sehen Aua Aua Oh mein Kristallauge Bin ich doch völlig Ohne mein Kristallauge bin ich doch völlig Völlig blind Es muss mir gestohlen worden sein Beim Satanskraut Aber von wem bloß Meine Augen Ich kann nicht sehen Okay wir müssen hier ein Kristall zurückbringen Ein Zauber der Erkenntnis Der den Horizont erweitert Digga Was will er von mir Moment Ich muss kurz was checken Ah Ich verstehe Das ist Chat Wenn ich die Map so aufmache Haben wir auf der Map Nur Markierungen Wo ich schon mal war Wenn ich aber die Map Mit Abbrechen Und L2 aufmache Dann sehen wir Alle Markierungen Auf der Map Das ist auch neu Oder Das gab es im OG nicht Oder was ist im OG In der GBA Version Das gab es nicht Beklauen wir die alte Omi Ja ne Pech gehabt Oma Das wird weggejoinkt Das wird alles weggejoinkt Dafür bringe ich die in Kristallauge Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ja der 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 White Mage kann hier nicht großartig was machen Wieso sind das so viele Lol Opfer Okay Ja die Urga sind gruselig man Ich habe doch gerade ein paar Items bekommen ne Direkt benutzt Potion So lange haben die gehalten Okay Okay da war nochmal Toja Da müssen wir wahrscheinlich dann in die Richtung eher Jo wer seid ihr denn Teufelsross Sehen einfach aus wie normale Pferde Ist das der neue Marathon Yep Antonio Das ist er Das geht ab Äh konnte man schon Die waren strong Konnte man schon Ne Es gab noch keinen Gruppenzauber ne Es gab noch keine Gruppenzauber ne Also nicht so Dass du so aufteilen konntest Normalerweise konntest du später so Einzauber Dann wird er geschwächt Also das ist ein schwächerer Angriff Aber dann konntest du alle gleichzeitig angreifen Okay 16 Damage geht klar Ne so stark sind sie nicht Wir brauchen ne Heilung Wir brauchen ne Heilung Fuck Fuck ich hab keinen Mana mehr Auf dem Magier Ich freu mich schon auf Einfällen sind 13 Majora's Mask Wenn wir so weit kommen Die haben grüne Hörner Stimmt der hat nen grünen Horn Merk ich das jetzt Hab ich gar nicht erkannt Der hat nen grünes Horn Und grüne Hufen Das macht ihn zum Teufel Alter jetzt wird mies Das Zelt aufgeschlagen Jetzt kommt gleich Ignis und sagt I've came up with a new recipe Und prompt ist Oh Ignis du bist so cool Lass ein Foto machen Schön gezeltet Ja was ist das für ne Wolfsarmee Junge Isegrim Aber ja das war wild im ersten Teil Teilweise die Kämpfe Vor allem später auch In den späteren Dungeons Da kommen teilweise so Krass Unfaire Kämpfe teilweise Wieso sind es zwei gestorben Du kommst dann in den Kampf rein Du kämpfst so gegen einen Gegner Der super stark war Denkst dir holy shit War der stark Nächster Kampf Derselbe Gegner aber in sechsmal Oder so Hoch Ja ich kann einfach durchskippen Ja Aoe Zauber werden stark später Sie werden wichtig sein Deshalb Deshalb an sich Mehrere Magie ist not bad Also Vielleicht nicht unbedingt Red Mage aber So einen zweiten Schwarzmagier Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt Oder Aber ja So einen Auch so einen zweiten Nahkämpfer Wäre auch not bad Damit man Auch mal ohne Mana gut was machen kann Aber gut Deshalb haben wir den Red Mage Der ist ja von allem ein bisschen was Er ist ein zweiter Heiler Er ist ein zweiter Nahkämpfer Er ist ein zweiter Schwarzmagier Stad Pravora Oder wie heißt die Scheiße hier Stad Pravoka Hilfe wir werden tyrannisiert Ich hätte speichern sollen Wer tyrannisiert euch Sieht doch hier alles angenehm aus Ah hier ist so ein Pong Diese verdammte Piratenpark Sie nehmen uns unser Hab und Gut Und verwüßen die ganze Stadt Achso Der sieht selbst aus wie ein Pirat Ich muss gar keine kaufen Ich hab alle Vier White Mages Die einzige akzeptable Art FF1 zu spielen Weil es eine coole Challenge ist Oder weil es wirklich OP ist Da sind die Piraten Wir gehen vorher nochmal kurz shoppen Das ist das Pixel Remaster Ja Licht Kuriert dunkel Hindert alle Gegner daran Magie zu nutzen Halbiert den erlittenen Blitzschaden Alle Gefährten Steigert die Ausweichfähigkeit Eines Gefährten War das nicht Blink Bereits Grüne Haare gleich Punk Ja und der Iro Das war nicht einfach nur grüne Haare Das war auch ein Iro Das war ein grüner Iro Keiner muss wieder beliebt werden So haben wir coole neue Spells Für unseren Schwarzmagier Mum Steigert die Attacke eines Gefährten Uh Für Wieso hat Kritiko keine Zauber mehr? Ach das ist eine Stufe 2 Zauber Uh okay Gemach Oh alle Gegner Stark Und wir haben Eis Eis ist einfach Stufe 2 So Machen Mum auf jeden Fall Dann kann der Schwarzmagier immer schön Den Dann kann unser Kritiko Immer den Hurgenurk Buffen Und dann geht's ab Mum ist echt stark Ja Mum heißt später auch anders Ähm Ja Mum 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 kriegt ab 13 Einen komplett anderen Namen Ne Genau Courage Ab 13 Kommt das doch Oder Courage Und Ena Den Hammer haben wir schon Uh Breitschwert Uh Kampfaxt Uh Krummsäbel Ist schon in 12 so Okay Ja in 12 habe ich so kaum Erinnerung 12 Ist der 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 Teil Den ich am längsten nicht gespielt habe Ich kann nur eins kaufen Wir haben kein Gil Schön das Breitschwert für Hurgenurk So Der wird jetzt alle mies köpfen Ich könnte das Zeug auch verkaufen Was ich nicht mehr brauche Courage heißt halt Mut und Mum ist Mut Ja ist schon klar Aber Die Namen wurden dann Äh Geändert halt Einfach Äh Verkaufen So Die Messer können weg Wow Ganze vier Alter Ich bin halt jetzt einfach reich Äh Wir können den Hammer eigentlich dem Mage geben Ich habe zwei Kettenhände Wo habe ich die denn her Das waren wahrscheinlich die Hemden von den beiden früher Die anderen können aber die Kettenhemden nicht tragen Ne Wurden die Namen nur im Deutschen geändert Was meinst du Die Rüstung können wir nicht kaufen So Gehen wir zum Piraten Ähm Im Englischen heißt es natürlich nicht Mum Oder im Japanischen Aber ob es innerhalb vom Englischen auch irgendwie geändert wurde Das weiß ich gar nicht Ob es früher in Final Fantasy 1 Ähm Keine Ahnung Was anderes hieß I don't know Was Ihr wollt euch mit Captain Vic anlegen Ihr edlenen Landratten Macht sie fertig Männer Tschüss Döner Buden Ali Captain Die verarbeiten wir zu Haifischfutter Okay Jo Was ist das denn Eis Wie viel Äh Eis Steht gar nicht wie viel es verbraucht Ein Eis geht bestimmt klar Opfer Opfer Oh okay Die sind super schnell tot Eis war ein bisschen zu viel Damage Verfehlt auf 2 69 Okay Die ganze Einheit ist einfach am Start Opfer Tü 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 Wuh 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 Brot ist auf In Heiler Wie viel hat das jetzt genommen Eis nimmt ein Zweck Also ich glaube Jeder Spell nimmt immer Ein thing in Zweck Ne Ein Mana 666,6 tausend Punkte. Fühl mich fast wie der Antichrist. Vielleicht bist du es auch. Das ist dein Zeichen. Das ist dein Awakening. Dein Antichrist Awakening. Frag den Käpt'n nach Bratwurst und der ist instant tot. Ich hoffe. Ich mach mal Mum. Und dann klopfen wir drauf. Ich hab wieder Feuer verkackt? Nee, war alles gut. Jetzt kommt Feuer. Nicht? Jetzt kommt Feuer. Dit, 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 dit. So, und jetzt einfach durch. Einfach durchballern. Hat der White Mage gerade 44, äh, hat der White Mage gerade 80 Damage gemacht? Uh, zwei Lederschilder. Ist Mum so busted? Bei meinem Glasauge. Ich habe genug von der Freibeuterei. Oh, das Auge. Ständig gibt's nur Ärger. Ab heute werde ich zu einem ehrlichen Bürger. Glaubt mir. Nehmt mein Schiff und macht damit, was ihr wollt. Ach, stark. Schiffe halten. War doch kein Glasauge. Ich dachte, Glasauge für Matoya. Glaubt mir, ich werde zu einem rechtschaffenden Bürger, ich werde einer ehrlichen Arbeit nachgehen und irgendwann eine Familie gründen. Großes Piraten-Ehrenwort. Ey, ich wollte sagen, ich verspreche es. Ach so, okay. Jenseits des Meeres wohnen die Elfen, aber der Elfenprinz soll schon seit langer Zeit in einen tiefen Schlaf verfallen sein. Wie viel Geld haben wir? Wir tragen jetzt ein Schiff mit uns. Ne, der steht am Hafen. Das ist nicht in meiner Hosentasche. Äh, okay. Eisenrüstung. Die anderen dürfen einfach keine Rüstung haben, ne? Aber ich kann hier vier Handschuhe kaufen. Dann hat jeder schon mal einen Handschuh. Lederschild habe ich gerade zwei Stück gedroppt. Und dann können wir noch so ein Kettenhemd kaufen. Ne, wir können beides noch kaufen. Keine Eisenrüstung. Die Eisenrüstung kostet halt einfach 640. Aber Moment, ich habe doch Kettenhemde. Stimmt, da steht ja schon zwei Stück. Dann habe ich die doch gedroppt bekommen. Wahrscheinlich habe ich die vom Boss gedroppt bekommen. Von Garland, oder? Habe es übersehen. Ja. Okay, die anderen können alle keine Schilder tragen, ne? Ja. Ja, ich glaube, Leute, ich drehe mal den ganz hoch. Wirklich. Ich drehe mal Gil hoch. Eigentlich schon crazy, wie viel es im ersten Teil gibt, obwohl es schon so alt ist. Ja, der erste Teil hat damals halt all die Dinge, die heute noch in Final Fantasy vorkommen und immer noch Das sind Items. Viele Elemente, die halt heute immer noch vorkommen in den Final Fantasy, die wurden schon halt hier festgesetzt. Super early schon. Dank euch müssen wir uns nicht mehr vor den Piraten fürchten. Wir stehen auf eurer Seite. Schlafi, Schlafi. Junge. Ja, ich finde auch, FF1 ist sehr gut gealtert. Ich meine, natürlich spiele ich gerade so ein bisschen mit Cheats. Ne? Aber als ich das auf dem GBA gespielt habe, gut, ich habe GBA, das ist auch nicht die originale Version, ne? Aber als ich die GBA-Version gespielt habe, vor irgendwie, vier, fünf Jahren, hatte ich auch super viel Spaß. Klar, ich musste halt einige Stunden grinden und so, ne? Moment, was macht der Magier da? Der Zwielichtige? Ich komme aus dem Westen, aus der Stadt Melmond. Nur mit Mühe könnte ich hierher fliehen. Melmond ist in einem grauenvollen Zustand. Die Erde modert vor sich hin und Monster plündern unsere Häuser. Womit haben wir das nur verdient? Ach du Scheiße. Sind wir jetzt nicht die Piraten? Wir haben den Piraten das Schiff genommen, aber sind wir dadurch Piraten? Aber Film Grind gehört ab einem bestimmten Zeitpunkt zur JRPGs dazu. Ja, ist okay. Ich habe damit auch kein Problem. Und hey, Luke. Ich habe damit auch an sich kein Problem. Ist halt vielleicht für so einen Stream nicht ganz angenehm, aber an sich, wenn man ein bisschen grinden muss, habe ich damit eigentlich kein Problem. Sahagin König einfach direkt. Nicht einfach nur ein normaler Sahagin, direkt der König. chill und einfach ein Hai. Ganz normaler Hai. Da fehlt ein Opfer. Stark sind sie nicht. Okay, 73. Ich bin so null in dem Final Fantasy Ding drin. Aber es ändert sich bestimmt durch den Marathon. Ja. Ja. Hier nach wirst du Final Fantasy Fan. Aber jetzt haben wir den mittleren Bereich offen. Hier so. Jetzt haben wir den mittleren Bereich, können wir jetzt überall hinschwimmen. Und irgendwo müssen wir jetzt dort eines der vier Tempel finden. Gehen wir mal die Küste ab, ne? Der hat ja was, der hat irgendwas von, ähm, äh, Westen gesprochen, ne? Im Westen ist Melmond. Was ist das? Oh, shit. Er hat irgendwas von Westen gesprochen. Im Westen ist Melmond und da ist die Erde vergammelt. Also, denke ich mal, der Erdtempel wird dort dann sein. 66. Okay, One-Hit. Einfach ganze Armada, weil er den König besiegt hat. Die haben direkt die anderen Königreiche gerufen. Zwei andere Könige von den Sahagins aus den anderen Ecken der Welt. Ich rotte sie jetzt alle einfach aus. Junge, der White Mage. So, wie viel Damage kommt jetzt? Jetzt achte ich nochmal da drauf. vom, ähm, ähm, Red Mage. 27 diesmal. Okay, vielleicht war es vorher nur ein Crit. Keine Ahnung. Ich erinnere mich an deinen YouTube-Spiras in der Grind-Stream. Ja, da habe ich FF8 gegrindet, ne? Warum sagst du, im YouTube-Stream ist da ja auch jemand, der heißt Luke im YouTube-Chat. Deshalb habe ich High Luke gesagt. Open World schon pock. Ja, es ist keine richtige Open World, aber es ist halt so eine, es ist halt so eine Overworld. Aber ja, es war cool, dass man hier schon so viel zu erkunden hat, ne? Äh, Shining Flame. Die ist am Sterben einfach. Sie ist schon mehr Open World als alte Pokémon-Games. Ja, aber Pokémon waren noch keine Open World Games. Diese YouTube-Chat-Sache verwirrt mich jedes Mal. Wieso? Was verwirrt dich? Gen 1 war actually Open World. Nein, auch Gen 1 nicht. Open World ist ja nicht einfach nur der Begriff von Oh, wenn die Welt ein bisschen offen ist, ist es Open World. Open World ist ein Genre. Nichts davon war Open World. bei dem FF8-Stream bei dem FF8-Stream war ich auch dabei, stark. Da wurden, äh, Hakenkreuze in den Chat gespammt. war ein guter Stream. Ne, das war, glaube ich, der Sineblade-Stream, den ich gemacht habe. Da wurden Hakenkreuze gespammt. Also, gerade kommen echt viele Gegner. Gerade kommen echt superviele Gegner, ne? Ich war's nicht. Ich, äh, ich wusste, also, dass das überhaupt geht. Also, du kannst ja so, so Symbole, es gibt ja so, so Codes für Symbole für den Chat, dass du andere Symbole benutzen kannst als die normale, das normale Alphabet oder so. Und es gab wohl einen Code für Hakenkreuz-Symbol. Und zwar irgendwie auf YouTube damals nicht gebannt. Jo, was ist das? Ein Gaffer! Was für Gaffer, Junge! Ist der geflohen gerade? Jo, der hat ihn paralyzed! Er wird jetzt nicht aber alle paralysieren, oder? Stopp! Haltet ein! Ich hab auch keine Magie um mehr schnell zu töten. Zum Glück machen die alle wenig Damage. Okay. Die haben auch nicht viel Leben. FF-8 zu Spiros, den war schon cool. Du bist cool. So, hier unten ist direkt eine City. Was ist das? Elfenstadt. Ach, ich bin bei den Elfen. Okay. Das ist einfach... Hier, Chat! ist das nicht hier, Chat, bei der Elfenstadt? Mit dem Grabstein? Ich hab sie übersehen. Da! Da oben sind sie! True! Hier! Ein Grabstein! Ein Grabstein! Hier ruht Link! Link ist dead, Timeline! So, lass mal schlafi, schlafi. Oh, bitte helft uns, Prinz, was sollen wir ohne ihn tun? 100 Gil! Wird das Game schon immer so schnell? Äh, ich sprinte halt. Oh, oh, oh. Normalerweise so. Ne, das ist normal. Rennen, ja. Das ist einfach Mäusey-Vipes, oder wie der heißt. Mäuse, Mäuse. Die guten Mäuse. Mäusey-Eisen und Schakudolch, Priesterstab, Zabel. Aber wir haben jetzt ein bisschen Geld getankt durch die ganzen Saharin-Kämpfe. Ich habe ja einen Haufen Könige ausgerottet. Kirche brauchen wir nicht? Ich bin ein Prophet, zu gegebener Zeit werde ich meine Prophezeiungen aussprechen doch bis dahin müsst ihr euch in Geduld üben meine jungen Kämpfer der Kristalle irgendwie enttäuschen die Läden, wieso enttäuschen es gibt in jeder Stadt, in jedem Laden was Neues zu holen ähm, Bronze Armreif 800, Eisenschild nehme mit ähm, den Helm nehme mit und drei Lederhüte nehme mit und ne Eisenrüstung nehme mit so da ist die geile Eisenrüstung der sicke Helm die sind schon fast komplett equippt ach der Bronze Armreif ist die die Brustrüstung Boomgore und Shining Flame haben jetzt einfach nur einen Armreif um ihre Brust hä 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 ich dachte der Bronze Armreif ist dann gleich äh für die für die Hände also Handschuhe quasi Waffen und Rüstungen aus Mithril sind schlagkräftig und sehr robust benutze sie und ihr werdet sehen dass äh ich recht gehabt habe Mithril war ja glaube ich auch immer so ein so ein ähm so ein äh so quasi die beste Rüstung im Spiel oder wie bei Stardew Valley brauchen wir nichts ich wusste dass Magier eine nordistische Ader haben so gucken wir nochmal was es für neue Zauber hier gibt da hast du die Kirche ich bin dumm Feurer gibt's schon Fokura einfach was ist die Steigung von Fokusjet Fokura ist Stufe 3 er teilt allen Gegnern Blitzschaden ähm Gruppenzauber sind schon strong Fesselra aber ja ähm an diejenigen die keine Ahnung haben von Final Fantasy äh das ist auch immer so ein Ding im Deutschen ist es aber nur so ähm wobei im Japanischen weiß ich nicht aber im Deutschen ist es so dass die Spells äh immer eine Endung eine andere Endung haben je besser sie sind du hast dann Feuer ist das Normale Feura ist das Bessere und Feura ist dann Stufe 3 und dann hast du immer Feuer Feura Feura Eis Eisra Eisra ähm Blitz Blitzra Blitzgar und so weiter ne ähm und das wurde später immer also anfangs hatten das alle möglichen Zauber immer sowas wie jetzt auch hier das jetzt Fokus plötzlich wird jetzt zu Fokura und so und später je weiter es geht desto weniger kam es vor dass ähm andere Zauber die nicht elementare Angriffszauber sind so welche Namensendungen hatten gibt es immer noch aber halt eher weniger also es gibt dann nicht mehr sowas wie zum Beispiel jetzt Mum will ja später zu Courage und dann gibt es nicht sowas wie Courage Ra Courage Ga oder so das gibt es dann nicht mehr das dann hauptsächlich nur noch bei bei den Elementzaubern bei Gemach kommt das glaube ich immer noch sehr oft vor ne Gemach Gemach Ga aber ja im Englischen war es einfach nur Feier 1 Feier 2 Feier 2 hier haben wir Heilung halt die LP der ganzen Gruppe uh Gruppens Heilung halbiert den erlittenen Feuerschaden einer Gefährten führt einen Flächenangriff gegen Tote aus halt die LP des Gefährten okay ja wir brauchen viel Geld ja genau Vita halt die Heilung Vita Vitra Vitka und im Englischen ist es einfach nur 1 2 3 der König der Dunkelelfen Astos niemand weiß wo er sich aufhält Moment hier ist noch ein noch ein Gift lehrt alle Gegner das fürchten einfach Angst äh kuriert stumm okay hier gibt es noch mehr Spells boah wir brauchen ja super viel Geld der vierfache Boost ist schon sehr geil mein Prinz ihr wart zum Elfenkönig außer Korn wie konntest du weit so weit kommen und hier ist noch ein Job Schlafra Hast Irrsinn bewirkt bei allen Gegnern Konfrus und Eisra fügt allen Gegnern Eisschaden zu ja Hast ist immer geil der Hast ist auch ein Zauber der zieht sich auch bis heute immer noch durch ähm der wurde aber ein bisschen geändert früher war Hast oder generell weil es ja hier keine Active Time Battle Balken gibt später hast du dann so äh solche Balken die sich füllen und sobald der Balken voll ist kannst du angreifen ähm und dann hat später Hast das so gemacht dass durch Hast der Balken schneller steigt und du da theoretisch dann öfters angreifen kannst aber da es in den alten Teilen noch dieses dieses System nicht gibt ähm mit dem schnell und langsam und so ein Shit haben die das einfach so gemacht dass quasi schnell hier einfach nur bedeutet dass du mehr Treffer machen kannst weil man hat ja in den Kämpfen gesehen wenn ich drauf haue dann steht da zwei Treffer oder so drei Treffer und Hast macht dann einfach dass du theoretisch irgendwie sechs Treffer haben kannst oder so dementsprechend gemacht das Gegenstück davon dass du dann weniger Treffer machst ja gehen wir mal zum zum Schloss rein im Englischen zumindest FF7 wurde das doch auch so gemacht Fire 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 ist das so hieß es nicht da immer Fire 1 Fire 2 verwechsel ich da was war das nicht so ich hab keine Ahnung wieso ist so viel Magie das sind vielleicht die Elfen ne ne war mit Zahlen im Remake ist das so ja ok vielleicht haben die das im Remake jetzt angepasst unsere Prinz ist von Astros verflucht worden und in einen tiefen Schlaf gefallen wir bitten euch innigst seiner Majestät zu helfen der König der Dunkelelfen Astros fiel einst ja ok wir müssen so ein Röschen wecken wer möchte küssen wer hat Bock einen süßen Elfboy zu küssen ohne sein Einverständnis während er schläft ihr Perverslinger äh wo ist denn die Treppe nach oben ach hier fünf lange Jahre ist es nun her dass Astros dieses Schloss überfiel und unseren Prinzen verfluchte sehnliche Tränke habe ich seiner Majestät bereits verabreicht doch ich bin mit meiner Elfenweisheit am Ende zzz zzz ja dann lasst uns Astros suchen ne und Lucky dankeschön für den Prime Sub vielen vielen Dank ich hoffe du spielst den Marathon FF11 ja das weiß ich noch nicht wie ich damit umgehe war ich jetzt im Inn ich war im Inn könnte halt da unten links vielleicht sein ich denke mal es wird unten links sein dann müssen wir hier jetzt einmal durch den kompletten Wald dann hier raus und dann hier nach unten oder Astros ist da oben also entweder hier oder hier nicht Asus Astos Astus wo ist mein Schiff eigentlich hin ach das ist oben im Norden ja holy shit Junge Blitzraa halbe Zoo auf einmal ja wirklich Junge die Blitze sehen so geil aus ja gelöscht Digga wieso ist die Map eigentlich so riesig geworden seit wann ist die so riesig geworden ich kann die Charaktere ja wechseln ah ok man kann die riesig machen boah imagine wir hatten den zweiten Schwarzmagier alter einfach nur Schwarzmagier vier Schwarzmagier let's go Challenge run im originalen FF7 bin ich mir ziemlich sicher mit Zahlen ja ich meine auch die vielleicht haben sie das mit äh später geändert auch angepasst aber ich bin mir ziemlich sicher dass es früher auf jeden Fall so war dass es die nur Zahlen hatten 1, 2, 3 ja aber der Red Mage kann ja auch glaube ich die Flächenzauber machen oder ich meine er kann die auch FF14 wird gut kann man mit einem fast komplett auch mittlerweile alleine spielen ja mal schauen wie ich das mache ob ich wenn wenn ich wirklich FF14 im Stream spielen sollte ob ich dann einen neuen Charakter anfange ob ich New Game Plus mit meinem aktuellen Charakter spiele okay die sind echt tanky aber das dauert noch Chat mal gucken wie wir warum zu weit kommen ich hoffe das Gift bleibt nicht für immer scheiße es bleibt für immer ich glaube aber ich habe schon Antidote mal gefunden Antidote ich speichere mal kurz der Red Mage kann glaube die Garzauber nicht nutzen die Ra-Zauber kann er glaube ich noch ja nur in den neuen Übersetzungen wurde es dann in Ra-Gar-Kar geändert machste auch 11 mal schauen mir fällt gerade vor allem Schwarzmagier ein bei White und Red Mage war ich außerhalb von 14 und sicher so hier unten ist irgendwas Loch machste auch FF17 ich mache alles was du willst süßer äh die Marathon Streams sind immer nur sonntags okay die Spinnen sind ultra stark vielleicht hätte ich hier Blitzerer raushauen sollen also die machen kaum Damage aber die haben super viel Leben die können wieder vergiften ich habe kein Gegengift Leute ich bin tot ich kann zurücklaufen ich hätte Gegengift mitnehmen sollen oder wenigstens Zauber der Gift teilt okay Blitzerer raushauen solltet vielleicht ein bisschen ein bisschen zu Matsch Liquid 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 sind zwei Leute vergiftet Leute ich glaube wir müssen nochmal zurück Geiler Sound ich hoffe das Schlafen halt das Gift nein Nein crazy 50 kostet das ja wir nehmen mal 20 Stück mit oder so äh 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 vielleicht nehmen wir noch ein paar mehr mit sicher ist sicher let's go welches FF alle äh haben wir noch hier einen Gegengift Spell ja haben wir hier 2500 kostet der LOL und Toni Dankeschön für 5 Monate die sind alle ein bisschen teurer ich wollte vielleicht noch dem Red Mage einen Flächenzauber kaufen wobei er braucht eigentlich keinen Flächenzauber weil er wird sich jetzt immer eher auf Buffs fokussieren ja wohl für den Dungeon um da schneller durchzukommen glaube ich hole ich ihm auch ein Gruppenzauber so kriegt er Feurer oh ne John äh ja dann schlafen wir nochmal bisschen Geld aus dem Fenster wegwerfen so und wieder zurück zum Loch wenn das überhaupt unser Ziel ist wow aber es gibt keine Vorspulfunktion ne weil bei den z.B. jetzt bei FF9 FF8 FF7 als sie die HD Remaster gemacht haben haben die überall eine Vorspulfunktion die typische Emulator Vorspulfunktion eingeführt hier haben sie es nicht gemacht finde ich gut finde ich gut und rein da Sumpfgrotte was geht denn hier für Musik ab iiii achso das sind die Fledermäuse von dem von dem von Garland das sind jetzt alles Untote und Zombies hier den Gruppenspell ähm Gruppenspell von von vom vom Whitewatch wäre auch not bad hier ne den ich nicht mitgenommen habe aber der hätte ja auch einen gehabt Goldklammer einfach halt wirklich ne ich geh nicht nochmal zurück wir bleiben hier drin jetzt sind wir schon hier wir ziehen durch mein Heiler soll heilen und kein Damage machen yo Schatten die sehen cool aus kann ich die überhaupt treffen 84 Damage ok ok zweite OG die Dungeons waren hier teilweise echt riesig also ja kann sein dass wir zwischendurch mal gleich die äh Encounter ausmachen müssen die haben sich teilweise echt krass gezogen ich kann mich an einen Dungeon erinnern der der war riesig und ich hab gefühlt dort mein Leben verbracht ähm war so ein Stein Dungeon irgendwie der war echt riesig ach so das ist deren Schwert ich dachte das ist deren Lahm die sie so nach hinten halten die Skelette das ist deren Schwert äh der Egelkriecher Cockmore einfach gleich kommt ein Cockmore holt oh der Einer hat überlebt paralysiert oh nein oh nein ich glaub Paralyse hält nicht bis über nach dem Kampf ja Dungeon Map ist schon sehr nützlich weil die sind teilweise echt krass wie Labyrinthe aufgebaut Blutknochen Junge stirb doch er versucht zu fliehen lol ich komm vom Essen zurück und hör nur Cockmore holt Grünschleim ok Lähmung hält nicht bis nach dem Kampf danach ist es kuriert die Kisten werden auch auf der Map angezeigt Tales of Berseria Dungeon ich erinnere mich an kein Dungeon in Tales of Berseria 1180 Giel der weiß magier sprite sieht einfach aus wie ein Ui hör auf hör auf aber wenig die damage die ganze oh nein Gift die machen alle ultra wenig damage immer ne ist die Rüstung die ich gekauft habe so krass hast du den Teil schon mal gespielt nicht im Pixel Remaster nur auf dem GBA ich fand die Dungeons in Tales of Arise so schrecklich ich war mal gehypt auf das Spiel aber irgendwie immer wenn irgendwo jemand über Tales of Arise redet dann ist es immer irgendwie negativ ich glaube ich habe da nichts verpasst die Glitzer sehen so sick aus zwei Kisten Potion okay gleich Mimic ich weiß nicht ob es im Game ist aber der Preis ist nicht das Problem sondern eher die Zeit das klingt jetzt so als bin ich jetzt super reich oder so aber aber jetzt irgendwie so 60 Stunden Spiel zu spielen was dann scheiße ist dafür habe ich keine Zeit habe Tales of Arise angefangen und Jo hat mir die Reihe versaut das war dein erstes dein erstes und letztes das DLC sollte schlecht sein das Originalspiel habe ich gespielt fand es okay nee Tales of Silvia war glaube ich beliebt ich mochte auch Tales of Silvia sehr gerusht hatte ich das Gefühl es war immer gefühlt wo man so man hat ein Hindernis und es wurde direkt im nächsten Dialog wieder gelöst schlechte Story Spacing Spacing einfach war mein erstes und letztes fand ich Turbo Absturz Arschritze einfach Turbo Arschritze es gibt auch gute so also Bersiria und Silvia mochte ich sehr gerne Wieso nimmt er gerade so wenig Damage aber die anderen nicht was ist da gerade passiert ich hab weggeschaut hat er sich irgendwie gebufft Junge da bellern wir mal ne Böllerung rein so Silvester meine Kerle bitte kein Gift bitte kein Gift Können wir über Tales of Graces reden ich hab keine Ahnung davon ich kann mit dir darüber nicht reden keine Ahnung davon Dolch hab ich schon gekauft ich glaube ich bin hier falsch Gift stark Azir hab ich sehr nice Erinnerung ich auch warum hast du dann Silvia abgebrochen ich hab Silvia 2 abgebrochen nicht 1 1 war wundervoll 2 hab ich von Anfang an gehasst der erste Teil war super da oben geht's ja auch nicht lang ich mach mal kurz hier aus ich glaube wir sind hier falsch 2 war kotig ja also die Leute haben es verteidigt gehabt und ist auch okay ist okay schlecht einen Videospiel Geschmack zu haben nein ich fand es leider gegenüber dem ersten halt echt scheiße wobei warte ich wenn ich schon gerade hier draußen bin wieder ich benutze mal kurz ein Zelt man kann Zelte nur draußen benutzen denke ich mal oder ja Kegi hat zwei im End Dungeon gequittet ja ich hab mich halt durchgezwungen und am Ende kompletten Mental Breakdown gehabt und abgebrochen also ja ich hab nicht irgendwie am Anfang im Tutorial abgebrochen hab gesagt es war scheiße ich hab bis zum End Dungeon gespielt okay mag niemand Tales of Vesperia ich glaube Vesperia ist so Fan Liebling generell oder Vesperia war Fan Liebling mit Symphonie Breitschwert Breitschwert bleibt Breitschwert und Breitschwert bleibt Breitschwert weil Breitschwert bleibt Breitschwert Piss dich so schnell speichern Gefahr ich finde Juri in Vesperia ist vom Charakter einzigartig der Weep einfach sag doch einfach du findest sie hot sag doch einfach du findest sie geil ach das sind er ja dann sagt du Felsin halt hot das so Bronzer haben Reif habe ich schon alles was ich gekauft habe bekomme ich hier zum dungeon eine falle oh shit wer sind die den pisco dämonen das sind mein flyer aus baldos gate 30 71 der den einfach gelöscht und da gab es so viele erfahrungspunkte hat ihn einfach in den letzten sekunden getötet krone erhalten moment bin ich hierfür reingekommen eine krone die geheimnisvoll im licht funkelt ist das die krone des prinzen die wieder nicht random hier rumliegen denkt man das was anderes die tür ist mit einem zauber versiegelt nur ein zauberschlüssel kann sie öffnen ich nehme die hintertür geht auch nicht juri tales of vesperia ach der typ ist es nicht sogar der protagonist das ist ja der monster hunter rice ok hier brauchen wir bald zauberschlüssel er ist ein ruhiger charakter deshalb ist er instant hot er ist nicht der typische dumme aufgedrehte protagonist ok er ist der ruhige besonnene protagonist er war die treppe das ist die pixel remaster version ja gehen wir zur in new city ne äh wo war der hier ah hier so hat man am besten die pixel remastered edition spielen oder eine andere version ich denke mal das ist hier die ultimative version ja die du spielen willst ich bin jetzt schon halb hart halb wenn es zu ff 8 geht das dauert noch erster run nee ich habe vor einigen jahren auf der bg auf dem gba gespielt ich freue mich auch auf alle ich hatte bis wollrann hartmode itemless gespielt ja ich auch das war voll geil ist die orchester musik wegen remaster ja also die originale musik ist auch dabei die klingt dann so die psp version hat zusätzlichen inhalt habe ich mir erzählen lassen äh die gebe ja auch ich denke mal hier wird der zusätzliche content auch drin sein oder chat äh wie viel cash habe ich 16.000 moment aber die krone ist nicht für den boy den g den elfenprinzen ne für den müssen wir astos besiegen also ich habe den nicht gefunden wen hast du nicht gefunden meines wissens nicht kein bonus content okay dann ist auch ähm das new game plus in final fantasy 2 auch nicht dabei dieses after dawn wie hieß das dieses quasi new game plus ist dann auch nicht dabei was wollte ich ich wollte shoppen ich habe jetzt viel geld wir können ein paar zauber kaufen ähm lehmt gegner das wäre ganz cool machen wir da shoppen mädels so dann vielleicht eine gruppenheilung brauche ich noch nicht glaube ich vitra brauche ich aber auch obwohl er gruppenheilung als vitra glaube ich ja gruppenheilung brauche ich auch ja komm wir nehmen gruppenheilung mal mit ich komme rein der macht wirklich ff marathon krass oder er macht es einfach er ist einfach ein maker so angst ex ice ex silent kuriert stumm ja gegengift brauche ich jetzt erstmal nicht wir nehmen doch angst mit nehm ich hast mit nehm ich hast mit wir nehmen auf jeden fall eisra mit für unseren für shining flame und bewirkt konfus bei allen gegnern das ist actually auch ganz cool so nehmen wir noch hast mit und und konfus so okay ähm dann checken wir jetzt mal den anderen ding jetzt ab warte ich geh mal kurz zum elfenprinzen wegen der krone ob die krone für ihn ist ne okay dann gehen wir astros suchen vom lacher zum macher es wird ein sehr langer marathon es geht in selda war auch sehr lang bisher gab es nur selda und mario marathon ja hier ist astros die sau oder west schloss kein encounter kein encounter ja ich brauche mir auch einen zauberschlüssel wow bau 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 er töricht naren eure torheit übertrifft meine erwarterungen bei weitem denn ich bin astros könig der dunkelhelfen alter das ist ja voll böse mit der kraft der krone die ihr mir gebracht habt und der kraft des kristallauges werde ich nun über alle elfen herrschen ich werde sie alle unterjochen ihr wollt mir die krone nicht geben dann hole ich sie mir eben okay junge das sieht aus wie ähm äh wie diese hexe aus baldus gate 3 die story ist ganz cool hier ja die ist nicht einfach nur töte böse die ist ganz cool hier vettel genau und rift dankeschön für zwei monate ich mache gerade selber ein final fantasy marathon und jetzt kann ich dir auch noch zusätzlich dabei zusehen das ist nicht stark ähm okay den gibt es auch in ff14 habe ich soweit gespielt astros ff14 ich finde nur strangers of paradise aber nicht ff14 aber tschu das war der der typ hier in strangers of paradise der typ hier das war astros den habe ich irgendwie komplett verdrängt der twink einfach direkt twink so viele battle ich wollte schon wieder battleground 3 sagen baldus gate 3 easter eggs halt wirklich so okay dann rauch auf die rübe wir buffen unseren boy ähm ich denke mal sowas wie angst wird bei ihm nicht funktionieren oder er wird nicht angst vor uns haben oder magie hier eisra schlaaam wow oh direkt wach okay ddpdpdpdpdpp ja und wenn das nichts bringt ist das nur untote So. Unser Boy, der G, ist gebufft. Es ist okay, kein Untoter. Okay, wie viel Damage macht er jetzt? Hast und Mum? Ich bin gespannt. Mein Team ist ziemlich am leiden. Dafür habe ich Heilung gekauft. 64. Wie stark ist Heilung? 101. Erstmal drei Zahlen. Okay, ist nicht ganz so stark die Heilung, aber ist okay. Ist ja auch eine Gruppenheilung. Let's go. Let's go. Ich könnte gemacht versuchen, draufzupacken, aber ich muss gerade mit beiden Charakteren heilen. Eiska sieht auch echt cool aus. 98. Gemach! Verfehlt LOL-Opfer. 105! Tot! 3,5! Mitril-Schwert? Okay, doch nicht. Mitril war doch nicht das Beste. Das war nur in Stardew Valley so. Kristallauge erhalten. Ja, das ist für die Hexe. Das ist für Matoya. Aber Zauberschlüssel. Also ich denke mal nicht, dass die Türen jetzt offen sind. Ich denke mal, ich brauche da immer noch irgendeinen Schlüssel. Das bestimmt Endgame-Content hier. Äh, ein Sinoblade-Marathon? Ich denke nicht, nee. Hätte jetzt nicht so große Interesse dran. Einfach das beste Schwert direkt schon bekommen, halt wirklich. Das ist die Definition von Drachen-Schwert plus fünf. Ich hab Zero Escape gespielt, ja. Adamantit war das Beste. Ist er wach? Fünf lange Jahre ist es nun her, dass Astos dieses Schloss überfiel und unseren Prinzen verfluchte. Nee, es schläft immer noch. Okay. Dann gehen wir mal zur Hexe Matoya. Vielleicht gibt die uns irgendein, ähm, irgendein Zeug, womit wir den Boy aufwecken können. Wir haben immer noch keinen einzigen Kristall, äh, wiedererweckt, ne. Ich spiele momentan Rune Factory 5. Ist auch ein Banger-Game. Die Story ist nur ein bisschen langweilig. Ich glaube, das sind so alle Rune Factory-Spiele. Die glänzen eher dann mit dem Gameplay als mit der Story. Genau, wie die Atelier-Games oder so. Bi, bi, bi. Hast du vier gespielt? Ich hab alle Final Fantasy gespielt, außer elf. So. Oh, ist jetzt mein Kristallauge! Es gehört mir! Gebt es zurück! Hier, nehmt dies! Es ist ein besonderes kostbarer Trunk, aber gebt mir mein Kristallauge wieder. Wegtrunk! Oh, okay. Oh, ich kann wieder sehen! Endlich kann ich wieder sehen! Das einzige Atelier, das mich interessiert, war Eschalogie, weil männlicher Hauptchar spielen konntest. Wieso hast du Frauen? Das Segel sieht aus wie ein Hintern? Im Bikini? Was? Ja, ich fix den Chat. Morgen. Besonders hübsch seid ihr übrigens auch nicht. Okay, chill halt! Was ist Ihr Problem? Ich achte mal jetzt auf den Arsch im Bikini. Ich glaub, du hast einfach zu viel Porn geguckt. Dein Gehirn ist schon benebelt von dem ganzen Porn. Holy Shit, das ist ja ein Arsch im Bikini. Der twerkt auch noch einfach! Guckt wie er twerkt! Junge! Wie horny muss man sein? So, jetzt können wir den Prinzen aufwecken. Der Wegtrunk! Dieses wundersame Gesäff wird den bösen Fluch aufheben und den Prinzen aus dem Schlaf holen! Majestät! 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 Wird das echt so geschrieben? Irgendwie... Wird Majestät wirklich so geschrieben? Irgendwie sieht das falsch aus. Irgendwie sieht das Wort falsch aus. Majestät. Irgendwie sieht das komisch aus. Aber ich wüsste auch nicht, was mich daran stört. Ne, Y ist nicht das... das J ist nicht das Problem. Irgendwie dieses R ist irgendwie das Problem. Sieht irgendwie komisch aus. Sieht falsch aus. Mir ist, als sei ich aus einem langen Albtraum wieder erwacht. Oder träum ich gar noch? Wer? Kämpfer des Lichtes? Dies kann unmöglich ein Traum sein. Wie es in der Legende geschrieben steht, sollt ihr nun den Zauberschlüssel erhalten, der so lange Zeit in der Obhut der Elfen war. Zauberschlüssel erhalten. Da ist er. Ja, steh auf. Mein tapferen Krieger, ihr habt den bösen Fluch gebannt. Und mich aus meinem bösen Albtraum gerettet. Hab Dank. Ich kann meinen Dank nicht oft genug aussprechen. Wir stehen tief in eurer Schuld. Nun wird endlich wieder Frieden in Harmonie in unserer Reich einkehren. Ja. Eine weitere Stadt gerettet. Zeig ihm das Segel, dann wird er wach. Backtracking. Ja, ist nicht ganz so schlimm, wenn wir die Encounter ausmachen können. Können wir schnell kurz hinlaufen. Ja, ich glaube, das wird so geschrieben, Sibota. So dachte ich mir. So wie du es geschrieben hast, sieht ein bisschen besser aus. So, was gibt es denn hier? Ähm. Ich speichere mal, bevor hier etwas Gefährliches passiert. Ah, bestimmt, Chat, ich habe ja hier die Krone gefunden. Wahrscheinlich wären wir zuerst zu Astos gelaufen. Dann hätte Astos gesagt, oh, meine Krone ist verschwunden. Bitte hilf mir, meine Krone zu finden. Oder so. Und dann findet man die Krone und dann gibt man ihn sie. Und dann sagt, ah, du dämlicher, dummen Sack. Eine Falle. Ich habe nicht geschlafen. Scheiße. Die waren super stark, ne? Okay, ich mache Irrsinn. Aber ich war halt hier zuerst, äh, zuerst hier. Und dementsprechend direkt die Krone bekommen. Ähm. Eisrach. Hundert. Mit Rielschwert ballert. Fünfzig Damage. Wow. Starkers Bell. casel. Achtund Operations. Achtund achtzig. Achtund achtzig. Achtundить. Oh, da ist alles für ein Gegengift Das sollte zurück, ne? Ein meiner Charaktere ist tot Ich hab nicht mehr so viel Mana Ich hab vergessen zu schlafen Ach Quatsch Mach doch mal, versuch's doch mal Red doch mal mit ihm In Mario Slam Basketball Für den DS hab ich immer den weißen Mario Gespielt, das ist so weird, ne? Dass es dort so einen Final Fantasy Crossover Gab irgendwie Jetzt wird es mal gebetet Zu den Kristallen Ich hab Äh, sonst immer nur die Wiederholung Und für deinen Lives gesehen Aber ich bin ehrlich Dabeisein ist schon Bänger Oha Dabeisein ist alles, sagt man ja auch Und jetzt erlebst du dieses Sprichwort Habt ihr ein Game Over schon gerochen? Ja, wir haben heute schon ein Game Over Nach fünf Minuten im Game oder so So Dann gehen wir nochmal kurz die Höhle abchecken Boop, 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 boop Chocobos gab's erst ab dem zweiten Teil, ne? Hier gab's noch keiner Oder ab dem dritten Nee, ab dem zweiten, ne? Ab dem zweiten Teil gab's Chocobos Chocobo 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 Wieso steht da Link in dem Dorf eigentlich? Das sind Elfen alles. Und Link ist halt ja auch so ein Kokiri, so ein Elf. Er steht da nicht im Dorf, er ist da begraben im Dorf eigentlich. So, wo ist der Boy? Der gefährlich aussehende Boy. Okay, das ist wirklich ein Gegner. Ah, das sind dieselben nochmal. Nur jetzt nicht mehr in der Kiste drin, sondern vor der Kiste diesmal. Okay, ich hau alles raus. Feurer? Ah, Feurer bringt bei dir nicht so viel, ne? Eisra? Und gleich in der Kiste sind nochmal welche drin. Junge, die machen sogar bei dem Boy so... Junge! Ich weiß nicht, ob die eine Feuerresistenz haben, oder ob die einfach nur so wenig Damage nehmen, weil der Rotmagier halt schwächer ist. Ja, Shining Flame, Leute! Die sind echt strong, ey. Ich hätte Blitzra machen sollen. Die sind nicht nur strong, die sind auch noch schnell, ne? Ja, ich weiß, es gibt eine Monster-Fibel. Können wir uns gleich anschauen. Ne, Shining Flame hält nicht so viel aus. Das kann doch nicht sein. Da sind noch welche drin. Anaconda! Hier sind. Angst. Wir sind so rip. Wir sind so rip, Chat. Da sind Schokoboots! Okay, die greifen sich gegenseitig an. Aber was ist, wenn sie jetzt Angst haben? Wenn sie Angst haben und verwirrt sind, haben sie jetzt Angst, sich gegenseitig anzugreifen? Boah, er lebt noch. Komm, die Heilung. Ja, die Heilung kommt noch durch. Äh, das Spiel ist rundenbasiert. Okay, die greifen sich noch an. Boah, 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 boah. Du, 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 du. Alter, der krittet ihn sogar. Ah, Irrsinn war hier stark. Die alle zu verwirren war stark. So fühle ich mich in der Uni. Verängstigt und verwirrt. So. Silberarmreife, Kane. Ab wann wurden Klassen hinzugefügt? Teil 3? Ja, gibt's auch schon hier. Du suchst ja auch Klassen am Anfang aus. Also an sich gibt's die schon hier. Das Wechseln von Klassen kommt erst ab 3, ja. Das Wechseln kommt ab 3. Und ab 5 werden die das System nochmal verfeinern und nochmal geiler machen. Kann ich die schieben oder so? Aber ja an sich. Moment. Wieso ist hier noch eine Kiste? Habe ich die nicht auch schon mitgenommen? Das ist eine Falle, oder? Ich habe zwar keinen Magier dabei. Obwohl, habe ich eine Phönixfeder mittlerweile gefunden? Ich habe eine Phönixfeder. Let's go. Okay, rein da. Wow, eine Falle, wer hätte das gedacht? Schon wieder die. Ah, ich kenne dich doch. Vielleicht bringt mir was. Also, Irrsinn hat bei denen ja nicht funktioniert. Vielleicht versuche ich die zu lähmen. Dann lähme ich es auch noch auf einen. Gemach vielleicht, wenn ich die alle verlangsame. Vielleicht machen die dann weniger Damage. Zwei Treffer. Zwei Treffer. Hey, Leo. Aber gut, dass die alle den Tank fokussen. Das ist angenehm. Gut, dass die alle den Tank fokussen. Ich meine, dafür ist er da. Er ist zum Sterben da. Gut gebucht, äh, getuchtet. Was? Gut getucht? Was ist gut getucht? Wie viel weißt du eigentlich über den ersten Teil? Alles. Ich bin Gott. Keine Ahnung, Mann. Ist ein paar Jahre her. Aber, was planst du auszuplappern? Also, willst du jetzt einfach random reinschreiben, was der Endpost ist oder was? Ist ein Behemoth drin, Junge. Zum Glück nicht. Er möchte die Fallen spoilern. Stark. Ich bin der Endboss. FF1 ist ein meiner Top 5 besten FF-Spiele. Man kann immer wieder durchspielen, macht immer wieder Bock. Ist schon geil. Ist schon ein cooles Spiel. Gut gebucht. Fucking gut gebucht. Okay, dann gehen wir nochmal in die Kirche. Nochmal auftanken. Und dann gehen wir weiter. Ich muss auch mies pissen schon seit irgendwie zwei Stunden. Einfach schon Stream gestartet mit einer vollen Pissblase. Äh, nein. Ich muss schlafen. Pissblase, ja. Apropos Pissblase. Es war wirklich Mario. Also, ich bin jetzt schon über zwei Stunden in dem Spiel drin. Und es gab noch kein Horny Talk. Es liegt wirklich an Mario. Ihr seid solche Freaks. Doch, gab es? Es gab schon heute Horny Talk? Nee. Mit Tales of Vesperia. Ach, wegen Juri. Ja, okay. Der Bikini-Arsch. Ja, stimmt. Aber es war nur kurz gesagt. Oh, Bikini-Arsch. Das war's. Und dann kam nicht irgendjemand an und sagt. Boah. Ich würde gerne diesen Bikini-Arsch jetzt richtig fett auseinander nehmen. Eine Falle. Oh, Chat. Jetzt geht's ab. Adia. Flächenangriff gegen Untote. Wie stark ist das? Gut gelähmt. Not bad. Richtig Bock auf das Segel, Alter. Leo, dankeschön. Ein Jahr mittlerweile. Vielen Dank. 60 Euro ärmer, aber die besten 60 Euro der Welt. Tut es mir gleich oder übertrifft mich. Jetzt bin ich einer von euch. Vielen Dank. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank. Flakion erhalten. Falkion, mein ich. Flachion. Okay. Haben wir jetzt überall hier Falle? Mit denselben Gegnern immer wieder? Eine Falle! Okay. Diesmal andere. Mumien. Oh, die sind schwach gegen Feuer bestimmt, oder? Joa, okay, chill. Welche FF1-Klasse würdet ihr am ehesten? Scheiß Freak. Äh, Kraftstab. Also ich würde gar keinen von denen nehmen, weil keiner von denen, äh, ist ein Furry. Keiner von denen ist ein Anthropomorph. Einzig richtige Antwort. So, kurz feilen. Und noch eine Falle? Wow, noch eine Falle. Und dieselben nochmal. Okay. Nein, der Rote. Ja, der ist schon cool mit seinen langen weißen Haaren, ne? Aber ich glaube, der Krieger, der hat einen richtig dicken Prängel. Und der Schwarzmager ist, glaube ich, richtig kinky. Ich glaube, der Schwarzmager ist richtig kinky. Stallhandschuhe. Hey, unser Tank wird noch tankiger. Noch nie Prängel gehört, bitte hör auf. Ja, Schwarzmager ist schüchtern, aber eigentlich ist er richtig, richtig kinky. Ja, dann sind wir fertig, ja. Können wir abhauen. Schwarzmagier bindet dich an die Decke, Alter. Mit Klebeband. Hast du aber den schwarzen Magier mal in Mario Sports Mix gesehen? Nein, der ist schon ein Hawk. Hawk einfach. Er ist einfach ein Schwein. So, dann reisen wir weiter zum nächsten Land. Wer braucht noch unsere Hilfe? Die Helden kommen. Die Helden sind da. Ich speichere mal hier. Und hier haben wir jetzt einen neuen Ort, neue Gegner. Dann machen wir wieder... Wieso gehe ich hier rein? Opfer. Wir haben hier unten eine City und dann weiter im Westen noch eine City. Ich habe keine Ahnung von FF, kann mir erklären, was bisher passiert ist und was wir jetzt tun? Ähm, wir sind auf dem Weg. Wir sind die Auserwählten und wir müssen die Welt retten und wir müssen die vier Kristalle besuchen. Und unterwegs retten wir ein paar Dörfer. Wir haben gerade einem Elfenprinzen geholfen, der im ewigen Schlaf war, weil ein böser Typ ihn verflucht hat. Wir haben den bösen Typen besiegt und den Fluch von ihm genommen. Wie nennen wir unser Schiff eigentlich? Ähm... Flying Booty. Oh, Booty Call. Flying Cock, ne, ist ja kein Arsch. Ist ein riesiger fliegender Arsch. So, was haben wir hier? Uh, die Zwergenhöhle. Cheerio! Schon bei Smith, dem Schmied gewesen? Stimmt, ist das sogar Erblindete mit dem Kristallauge ihr Augenlicht wieder erlangen? Muss wohl stimmen. Schließlich soll der Dunkel-Elf Astos der Hexe Matoya ihr Kristallauge gestohlen haben. Okay, diese Info wäre wichtig gewesen, wären wir vorher hier gewesen. Bevor wir dem Dunkel-Elf geholfen haben. Erstmal beklauen. Stimmt, ist das, der sogar... Okay, der wiederholt sich. Hey, was geht ab, Jules? Woher das Krachen kommt? Das ist Opa Nerik, der hinter dem Dorf Gestein zertrümmert. Niemand weiß, ob es stimmt. Doch vor langer Zeit soll man Schwarzpulver in den Schatzkammern des Schlosses versteckt haben. Das jagen wir in die Luft. Flying Thickness. Flying Thickness. Da ist er, Schmied. Hä, ich will verflucht sein, wenn ich aus dem legendären Metall Adamantit nicht ein ebenso legendäres Schwert schmieden kann. Adamantit, hier ist es. Okay, wenn wir Adamantit finden, dann kommen wir zu ihm. Dann macht er uns OP-Rüstung. OP-Ausrüstung, er geht's ab. Welche Piratenbände wären wir eigentlich in One-Piece-Kaggy-Piraten? Wollmütz-Piraten? Wir wären... die... Kübelhelm? Ich hab'n Kübelhelm bekommen. Kann hier jemand anderes tragen, außer unserem Ritter? Ne. Wir wären die... Drachentöter? Das ist ja um einiges schwächer. Aber für den Red Mage ganz gut. Wir wären die... Mithril-Panzer? Das ist ja schwächer. Okay, also es sieht so aus, als... Als wären wir hier, ähm... Eigentlich hätten wir wahrscheinlich... Also, was heißt, hätten wir nicht, aber... Von der Schwierigkeit her wäre das wahrscheinlich die erste Station, wo wir hätten anhalten müssen, bevor wir zu Astos gehen. Ich hab' quasi schon was Schwierigeres zuerst gemacht. Bitte. Wir wären die... Wie wären die... Horny Pirates? Unsere Flagge ist ein... Riesiger Pimmel. Verflixt doch mal! Dieser Granitfels ist härter als mein eigener Dickschädel. Hätte ich doch nur etwas Schwarzpulver. Ah, okay. Wir brauchen Schwarzpulver. Die Coomers. Okay, brauchen wir später hier Schwarzpulver. Müssen wir erstmal finden in irgendeiner Festung. Die Festung ist einfach schon... Moment. Ich komm' hier gar nicht weiter, Leute. Was ist denn... Hätte ich da nicht bei Stadt Pravoka nach Süden gehen können? Aber hier komm' ich nicht weiter. Gibt es auf deinem Schiff Kleiderordnung? Ähm... Die Kleiderordnung bei uns auf dem Schiff ist so, wie die in Berlin im Bergheim aussehen. Aber hier war... Wir waren hier, ne? Ja doch. Hier waren die Piraten. Und dann bin ich direkt ins Schiff und bin abgehauen. Und wir sind hier nach Süden nie gelaufen. Wir sehen hier da aus. Ja, dann googel doch, Opfer. Da seh' ich mich dann. Vier-Schwerter-Stil. Ich glaub, hier komm' ich auch nicht mehr weiter. Okay, ich bin stuck. Schwarzpulver unterm Schloss. Oder sie meinten das Schloss... Hyrule! Äh, ne. Sie meinten das Schloss... Von den Elfen? Dass wenn ich jetzt die Info habe, ich nochmal hingehe, dann krieg' ich Schwarzpulver? Oder halt in dem Dingens-Schloss hier. Im West-Schloss. Aber da hab' ich alle Schatztruhen schon geöffnet. In Elfenstadt gibt's gar keine Schatztruhen. In Elfen-Schloss gibt's vier Schatztruhen. Aha. Aha. Wie komm' ich hier in den Keller? Das Meer von Aldin. Im Westen, wo das Meer endet und in Land übergeht, dort leben in einer Höhle die Zwerge. Oft nur etwas mürrisch, aber sie sind ein liebenswerter Haufen. Schieeeeeben! Hier gibt's keinen Keller. Da oben. Ah. Da oben ist es. Stark. 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 Diese königliche Schatzkammer ist mit dem Zauberschlüssel versiegelt Ja, haben wir schon Mit Rielhammer Gil Bronze Handschuhe Wo ist mein Schwarzpulver? Wir gehen mal zum Elfenprinz selbst Äh, nee, keine Auktion heute Ich bin nicht dabei Meine tapferen Krieger, ihr habt den bösen Fluch gebannt und mich aus dem bösen Albtraum gerettet Hab Dank Okay, er steht jetzt jedenfalls Okay, Chad, wo ist das Schwarzpulver? Im Westschloss? Nee, Hawk wird nicht versteigert Wir machen keine Auktion Ich wurde gegrieft Die haben mir meinen Fuchs und mein, äh Mein Hawk geklaut Im Anfangsschloss Cornelia? Oh lol Hat der Zwerg das gesagt oder hab ich's überlesen? Also hat er es gesagt und ich hab's überlesen? Weil er hat doch nur Schloss gesagt, oder? In Gedanken ist Stella stets bei euch Ich wünschte, ich könnte länger hier verweilen Aber nein, okay Ich denke, ich muss hier den Keller finden, ne? Oh, wie kann ich euch jemals danken? Der König und ich stehen tief in eurer Schuld Ihr seid die Kämpfer des Lichts Ja, okay, okay, okay Er hat nur im Schloss, äh, er hat nur Schloss gesagt Ja Aber Elfen und Schwarzpulver? Ja, wieso nicht? Und Westschloss? Westschloss ist auch noch da Also ich hab deinen Fuchs gerettet Den kannst du verticken Keine Sorge, Maeve Ich werd schon, ich werd schon mich rächen Ihr habt mir meine Schwester zurückgebracht Achso, okay Gehen wir spielen, okay Die Rache wird kommen, Maeve Hä? Hier, ich find den Keller hier auch nicht Öffnet mit eurem Schlüssel die Türen zu den Schatzkammern Hier Säbel Hütte Mitrilmesser Stark Zelt Eisenrüstung Da ist es Schwarzpulver Okay, nice Die Türen zu den Schatzkammern sind versiegelt Und jetzt können Ja, okay, okay, okay Gut, dann haben wir es Ja Schreib lieber nochmal ein Oh, mehr, Maeve Bau lieber schon mal bei dir zu Hause Überall Fallen und Vorrichtungen Um dich zu verteidigen Ich komme dann Wenn du mich am ehesten erwartest Wird Zeit für die TNT-Bomber Nee, gesprengt wird da nix So Maeve deaktiviert einfach seinen Teleporter Kann er machen? Ich war schon bei ihm zu Hause ohne Teleporter So Wir müssen da nach unten Oha, Schwarzpulver Mit seiner Sprengkraft kann ich endlich den Meereskanal bauen Ihr habt was gut bei mir Jetzt können wir aufs freie Meer raus Das war das Tutorial So, die Ladung ist angebracht Und jetzt heißt es Abschied nehmen von dieser lästigen Granitwand Was steht ihr da noch rum? Wollt ihr von der Explosion zerfetzt werden? Einfach Minecraft, ja So, und jetzt kann man da unten mit dem Schiff durch, ne? Das ist ein bisschen mehr als eine Granitwand Das ist schon ein geiler Effekt, ja Dieser Spin immer Die Zwerge gibt es auch in Final Fantasy 14, Chat Aber die sagen nicht Cheerio Die sagen Hola, Drei, Hi, Ho Oder wie sagen die? Hola, Drei, Hi Nee, weil die Zwerge aus Final Fantasy 14 sind Wahrscheinlich die Zwerge aus Final Fantasy 4, ne? Jetzt kann ich endlich meine Weltreise fortsetzen Hau rein, Digi Lali, Ho Ja, im Englischen Aber im Deutschen sagen die doch Hola, Drei, Ho, Ho Oder so Hola, 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 Drio Oder, Hola, Drei Holy Draghi sagen die Ah, okay So, okay Ich habe einiges gerade gelootet, ne? Gibt es einen Knopf für Ja, Optimieren, ja Damit wir jetzt nicht durch alles durchgehen müssen Mache ich einfach nur hier so Oh, der hat einfach Drachentöter als Schwert Einfach den Dragonslayer So So, was gibt es hier zu entdecken? Ähm, wir haben Direkt hier Ah, ich muss wahrscheinlich direkt hier anlegen Das ist der einzige Hafen, glaube ich Da ist schon wieder der König Vielleicht kommt er mit einer ganzen Armee wieder an Das ist eine Berserk-Anspielung Bevor es Berserk überhaupt gab Aber wenn es eine Berserk-Anspielung ist Dann ist es auch eine Jojo-Anspielung, ne? Und wenn es eine Jojo-Anspielung ist Dann ist es auch Egal Persona, genau Stadt Melmond Ah, hier ist die Stadt Melmond Die komplett zerstört wurde Ein Grabstein Ein Grabstein Wo liegt Link? Hier liegt vielleicht Zelda Da ist ja wirklich runtergekommen Das Shitloch Alle davon sind Link Oh Aus allen Timelines haben sie sich hier getroffen Gesegnet seien die Kristalle Von einem Vampir wurden wir heimgesucht Unsere Kirche wurde zerstört Und unsere Stadt gleicht einer Ruine Kann denn niemand dem Faulen der Erde ein Ende setzen? Okay, hier werden wir den Erdkristall wohl aktivieren Gesegnet seien die Kristalle Hauptsache die haben Haben richtige Waffen hier, Alter Langschwert Ja Ich war auf jeden Fall lange unterwegs mit meinem Drachentöter Ich habe glaube ich Drachentöter nur einmal im Kampf benutzt Ich bin Watts Der Zwerg Ich bin gekommen um Nachforschungen über das Faulen der Erde anzustellen Früher konnten die Menschen angeblich mit Hilfe einer besonderen Kraft Schiffe in die Lüfte aufsteigen lassen Ich habe angefangen Jojo zu gucken Junge, das ist so weird, aber auf eine gute Art War schon mal funny, ja Irgendwann gucke ich bestimmt weiter Irgendwann Im Norden soll es vor langer Zeit eine noch hochentwickelte Zivilisation geben Heute ist davon aber nichts mehr zu sehen In einer Höhle nicht weit südlich von hier Lebt ein alter Herr mit dem Namen Sada In der Tat ein sehr weiser Mann Ich bin Bauer, was dagegen? Okay, chill Fühlt sich direkt vorangegriffen, Mann Und Leo, dein schön für den Gifted Sub Vielen vielen Dank Erlangt der Erdkristall seine leuchtende Kraft wieder Wird auch die Erde wieder zu Leben erwachen Und diese Welt mit Bäumen und blühenden Feldern überdecken Vitra Oh, Engel 4K Dadia Einfach Daddy, Alter Daddy, ah Okay Ja, wir kaufen auf jeden Fall die große Heilung Wir kaufen auf jeden Fall Engel Daddy, ah Jojo ging so mies bergab mit Part 5 Das ist insane, wie trash das wurde Imagine überhaupt so viele Parts gesehen zu haben Folger Toxikum Beam Teleportiert die Gruppe zurück zur vorangegangenen Ebene Faul Senkt die Angriffszahl eines Gegners Vernichtet alle Gegner im Giftnebel Okay Und Folger, Alter Let's fucking go Einfach Folger schon am Start Und Leo, nochmal 5 Subs Vielen vielen Dank, Leo Dankeschön für den Support Dankeschön, Mann Gigachat Dankeschön, Mann Vielen, vielen Dank Deutsche Synchro bei Jojo ist auch Peak Ich glaube, ich habe es auf Japanisch geguckt Aber es gibt mittlerweile eine Deutsche Als das auf Netflix geguckt hatte, konnte man nur Englisch oder Japanisch wählen Schaut doch mal im Geschäft meines Vaters vorbei Mach ich Mach ich Äh, im Rüstungsshop war ich nicht, ne Südlich dieser Stadt Auf der Halbinsel Die hier in der Gegend Besser als die Zunge des Teufels bekannt ist Findet ihr die Terra-Höhle Da müssen wir hin Früher gedienen unsere Feldfrüchte dort am besten Doch mittlerweile ist dieser Ort völlig verkommen In der Feldzunge Das wird dann wahrscheinlich hier sein, ne Ich guck's auf Deutsch Auf anderen Webseiten Aha Bis zu Part 4 auf Deutsch Oh, klasse, krass Aber Jojo muss man noch auf Englisch, auf Japanisch gucken, oder? Ist das nicht illegal, das auf anderen Sprachen zu schauen? Will man da nicht 36.000 Wie viel Döner damit man sich kaufen könnte, Chad Holy shit Okay, dann gehen wir in die Terra-Höhle Zwei oder so Ja, obwohl ja 2024, ne Aber hier ist auch noch eine Höhle Das ist Höhle des Riesen Oh, der Song Chat, ich geh schnell pinkeln, ne Ich muss mies pissen, seit zwei Stunden Und mir ist arschkalt Entweder ich mach den Balkon zu Oder ich hol mir ein Pullover oder so Aber ja, ich bin auf jeden Fall gleich wieder da Und durch was zu snacken So Was hier für eine Riesen-Höhle Das ist ein Riese, ne Ihr kommt hier nicht durch Okay, chill, Brudi Ich glaub, da kommen wir nicht durch Dann gehen wir halt in die Terra-Höhle Ich geb dir zwei Stunden im Spiel Ich glaub, die ersten zwei Stunden waren noch ganz unterhaltsam bei für 15 Die dialoglosen Chars aus 1 haben mehr Charakter als jeder in 15 True Ist das schon das Labyrinth, was mich damals so verwirrt hatte? So ein riesiges Steinlabyrinth Diese Filter sind aber auch neu, ne Diese komischen Partikelfilter Die müssen neu sein, ne Ich glaub, die sind nicht untot Machen wir mal ein Blitzerer Ja, okay Geiler Crit Den Filter schon auf dem PSP-Ding gab Hat bei einem nicht funktioniert Bei dem da oben Wie, die sind nicht mehr verwirrt? Die haben sich wieder normal gedreht Der Song wird nie alt Das ist schon ein Banger, ey Es gibt auch Bossmusik, ja Lief ja bei den Bossen Gibt's hier denn jetzt keine Random Encounter, wenn hier so Gegner jetzt rumstehen? Hier gibt's keine Random Encounter Das ist auch neu, ne Falle Oh, Erdelementar Hexe einfach Ähm Mal kurz testen Das ist ein Stufe 1 Zauber Okay, der macht's einfach alleine Wieder ein Crit Ne, ne Ich hab sie Wieder angemacht Extra Okay, ich hab sie ausgehabt Äh, nein, wir spielen nur die Main-Teile Wir spielen keine Spin-offs Aber ich mein, wenn hier überall Gegner rumstehen Die ich anklicken kann Dann brauchen wir eigentlich kein Random Encounter hier Wir haben Hype Train Sehe ich gar nicht in meinem neuen Chat, der nicht richtig funktioniert Die Teile mit den Nummern, ja Okay, dieselben nochmal Die sind echt strong Ich baller hier direkt Eistra raus Das ist ja kein Bass So, wegbomben die Jungs Die haben noch überlebt Das machen wir jetzt alle noch physisch 4-1-40 4-1-43 Das ist nur ein Treffer, by the way Okay, die tanken doch ein bisschen mehr als gedacht Aber Moment Ich hab gar nicht drauf geachtet Aber ändern sich die Sprites der Waffen Wenn man andere Waffen trägt Gar nicht drauf geachtet Das ist schon crazy, ne Dass es damals schon Sprites für Waffen gab Äh, wo sind meine Zelte? Ein Demake von FF8 in 2D Also ich nicht Bild und Ton total asynchron Das ist manchmal so ein Twitch-Park Hab ich auch ab und zu mal Okay Alles fallen wieder Eine Falle Ich lad dann den Stream neu Und dann geht's eigentlich Hier Hat er gerade überhaupt angegriffen? Opfer Die Fallen hier sind ja auf jeden Fall Um einiges angenehmer Als in einem anderen Dungeon Mit den Drei Mindflyern Äh, vier Mindflyern Fünf Vier 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 Mindflyern Eine Falle Ist immer dasselbe, ja Dieser riesige Hammer von ihr, ey Dieser fucking Mitrilhammer Mindflyer, ja Also die heißen hier Pisco-irgendwas Piscosis Aber ja, das sind so Mindflyer Noch eine Falle Gelbe Mindflyer Genau Die verteilen Flyer für deinen Mind Draghi Genau das Piscas Magier Genau Die kam einfach bei Die in die geklaut Die Schweine Schamlos Schamlosi Da das ja hier Final Fantasy 1 Stream ist, Chat Wir müssen ja eigentlich noch Die Grundlore durchgehen Von Final Fantasy, oder? Ihhh Das ist eigentlich schon So ein Foreshadowing eigentlich, ne Dass in all den Dungeons So diese Fledermäuse Von Garland hier rumfliegen Wir müssen ja die Lore durchgehen, oder? Die Final Fantasy Entstehungs-Lore Wie dieses Spiel Entstanden ist Wie viele Fallen sind das? Wir müssen eigentlich Final Fantasy Roralschwert Das war damals Das war damals, Chat Square Square war damals Kurz davor Bankrott zu gehen Die waren kurz davor Bankrott zu gehen Und dann haben sie Nochmal ihr letztes Geld Ihre letzten Ressourcen In ein Spiel investiert Und haben es Dementsprechend auch Final Fantasy genannt Weil es ein Fantasy Game ist Und das ist ihr finales Spiel Also haben sie es Final Fantasy genannt Als die letzte Hoffnung Und das wurde dann richtig geil Alle haben es geliebt Alle haben es gekauft Und dann hat sich Square damit gerettet Und seitdem ist das Square's Baby Ist schon sweet, ja Mach mal Eis Und jetzt ist Square nur noch traurig Ja Reden wir nicht drüber Ähm Square ist nicht mehr das Was es mal war Ich brauch vier Heilungen Um ihn voll zu heilen Vita ist ja super schwach geworden Immer speichern Vor jedem Kampf Baby Gamer Wurde das mit dem Square Bei der Erstellung von Final Fantasy Fast bankrott War nicht schon längst Als Fakeblick Nein Für mich ist das Für immer meine Final Fantasy Ja Yaki Genau Riki war da Ja Square zu Final Fantasy Zu PS1 Zeiten War schon Peak War schon Peak Eine blaue Fledermaus Die ist bestimmt super gefährlich Alles auf dieser Welt Ist vergänglich Ach das ist schon der Vampir Das Schicksal nimmt seinen Lauf und voll Das wird die Erde überziehen Das ist der Vampir Euer Handeln ist sinnlos Wehrt euch nicht gegen eine Kraft Die ihr nicht so zu schätzen wisst Lass mich euch führen In das Reich der Untoten Shit Der sieht ziemlich unspektakulär aus Oder? Der sieht eigentlich ganz nett aus Okay der kriegt jetzt Folge ab 105 Den kann man bestimmt noch mit Vita angreifen Weil er untot ist Oder so Boah geiler Spell Jo gelöscht den Pimmel Das ist der Boss hier gewesen Crazy Sternrubine halten Cool I guess Wo ist der Kristall Wo ist der Kristall? Eine Steinplatte liegt auf dem Boden Sie strahlt eine böse Kraft aus Ich hasse böse Kräfte Ähm Ein gigantischer Edelstein Oh ist das der Ist das der schon der Kristall? Ist das der Erdkristall? Vielleicht gehen wir zu dem Zu dem Zu dem Giga Riesen Und der platziert dann den Stein Und das ist der Erdkristall Und dann ist die Erde hier gerettet Oh ist das eine sogenannte Falle womöglich? Könnte dies wohl sein? Wieso hat unsere Heilerin Eigentlich so viel Fucking Leben Mann Bungo Einfach tank Naja Der gigantische Edelstein Gehört dem gigantischen Riesen Ja Das ist es Eins plus eins Simple Mathematik Socker Kritt Ich tank immer viel Habe ich das gerade richtig gesehen? Yo Ich dachte ich habe das gerade falsch gesehen Aber der hat wirklich den Unseren Schwarzmagier Shining Flame Weggelöscht Man kann die Karte sogar Öffnen Chat Chat Ist mir erst aufgefallen Bei den Erfahrungspunkten Dass er dann irgendwie Null bekommen hat Dass er gestorben ist Boah Boah Das ist ja Luxus Eine ganze Dungeon Map Deswegen kann man auch Truhen so gut finden Ich war verwirrt Als du das gesagt hast Ich dachte mir so Ja cool Ich habe jetzt eine Minimap Aber da wird ja trotzdem nichts angezeigt Wo die sind Aber okay gut Wenn man sie immer so komplett öffnen kann Dann ist es schon echt Echt schon quasi Cheat Ich mag Cheats So Dann lass mal den Giga Giga Riesen Besuchen Mit unserem Giga Sternrubin Magst du Große Schöne Funkelnde Rubinen Ist das etwa ein Sternrubin? Wollt ihr mir geben? Dann mache ich euch den Weg frei Der ist wirklich groß, Mann Das ist wirklich ein sehr großer Rubin So groß wie der Kopf einfach Knirsch Der hat ihn gegessen! Ein sehr guter Jahrgang Es geht nichts über einen echten Sternrubin Ich dachte ja Meißel den ziehen wie in die Wand ein Oder so Als Deko Der hat einfach gegessen Er geht einfach durch die Wand Verschwunden Alles fallen Ich glaube ich gehe kurz in die Stadt Und schlafe mal Eigentlich hat er uns Den Weg frei gemacht Damit wir dort drinnen gleich sterben Bei den Fallen Und dann nimmt er unser Hab und Gut Und hat Doppel gewonnen Lecker Steinrubin Und dann auch noch unser Geld Apropos Geld Ich glaube ich habe jetzt genug Geld für die Rüstung 36.000 Das tut so weh Das tut so weh Aber die ist echt stark Wie er da liegt Ich liebe es wie er da liegt Jo ciao Luke So wo haben die denn hier eine Kirche Haben die überhaupt eine Kirche hier in der Stadt? Die haben hier gar keine Kirche Aber das ist nicht schlimm Ich habe mir Engel geholt Damit kann ich jetzt Remote Wiederbeleben Ja ich sehe es schon kommen Gleich wird eine der Rüstung Die Rüstung wird gleich In der Kiste drin sein Ich sehe es schon kommen Lufia 2 habe ich nie gespielt Generell viele der Super Nintendo RPGs Habe ich nicht gespielt Weil ja ich hatte nie eine Super Nintendo Ja ich glaube das einzige JRPG Dieses typische Nintendo JRPGs Auf dem SNES Habe ich nur Secret of Mana gespielt Okay Mitrilhelm Gil Streitaxt Keine Falle? Secret of Mana war sehr sehr gut Vor allem Koop man So ein spaßiges Spiel So ein schönes Spiel Ja was gibt es denn hier jetzt? Okay hier ist noch eine Höhle Höhle des Weisen Schieberätsel Hier bist du auch live? Ja Seit 2-3 Wochen bin ich auch Bei YouTube immer live Da ist er Der Weiser Sada Es ist also euch zu verdanken Dass der Vampir nicht mehr ist Von dem wurde ja vorhin schon gesprochen In einer der Städte Doch offenbar war auch er Nur das Faktotum Dicker was für eine Sprache ist das? Einer noch viel Böseren Existenz Tief unten erstickt das Chaos der Erde Chaos I came to kill Chaos Den sengenden Schein des Kristalls Hinter dem Raum des Vampirs geht es noch tiefer hinunter Benutz diesen Stab Oh 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 Ja das war nur der Vorbote Der ist gar nicht so stark gewesen Weil der wahre Boss kommt jetzt Jetzt kommt der wahre Fuck Tussi Achso Ich hab mit der RealNigma angefangen Das Spiel verdient auch ein Remaster Für alle Konsolen Es gab Für Secret of Mana gab es ein Remake Aber das war Ich weiß nicht ob das War das überhaupt ein richtiges Remake Oder Also schon klar Aber war das ein Port vom Handy? Es sah aus wie so ein hässliches Handy-Game Alter Ja hier war ich ja Das war ja schon Geremaked Aber es sah halt aus Als wäre es geremaked Für Handy gewesen Und dann hätten die einfach Irgendwann ein paar Jahre später Für Für Konsole und PC Gereported Reported Es war ein Beta-Game Okay Also PS4 ja Ah Terranigma und Das andere Spiel Ich bestimme auch irgendwann mal Irgendwann bestimmt Der erste Teil ist nicht so lang hier Vor allem so wie wir es hier spielen Wird das ein recht kurzes Spiel Äh Wo war der Weg nochmal? 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 Na ja aufbauen juckt mich nicht so sehr Die Boys sind wieder da Hier? Hä? Hier Hier Ich hab's gefunden Da kommt jetzt der richtige Bossgegner Terra-Höhle Ähm Ein paar Kämpfe mitnehmen Erfahrungspunkte ein bisschen Ein Troll Junge Das sieht aus wie Irgendso ein Frontmann einer Metal-Band Aus den 80ern Aber seh ich das richtig? Der hat keine Hose an Und sein Schritt wurde zensiert Mit quasi einem Schatten Ist der nackt? Gelöscht Eine Falle Ja Oga Häuptling Und Oga Magus Was? Häuptling bestimmt super stark Ich geh mal auf Häuptling Äh Ich mach mal Fesseln Vielleicht Ach Fesseln ist noch ein Ich mach mal Gemach auf alle Und dann ballern wir hier Ein schönes Volker raus Magus Söder Also Nacht Er hat ihn blind gemacht Ich hab von den Ogern Mega Angst Eins Okay Der Häuptling macht einen Damage Wieso hab ich nochmal Angst vor denen? Die installiert die Gruppe einfach Ich glaub wenn man das Original Game sich anschaut Ist es einfach Slow Motion Ne wie gesagt ich hab das Starb Ich hab das Original ja vor ein paar Jahren gespielt Und das war eigentlich auch ganz geil Aber ja man muss halt darauf sich einstellen Was man ein bisschen grinden muss Man muss aber Man muss aber dort nicht so viel grinden wie in Final Fantasy 5 oder so Ja es war nicht das Original aber Ich meinte halt Ich konnte dort nicht cheaten Nach eineinhalb Jahren kann ich eigentlich wieder Sachen im Ofen machen Was war mit deinem Ofen los? Junge wie viele Falle die hier sind Eine Swings Das ist jetzt so komisch betont Aber ist das nicht eher eine Chimära Skorpionschwanz So Fledermaus mäßige Flügel Und dann so eine Mähne wie so ein Löwe Ich glaub da gab's ein Problem bei der Übersetzung oder? Damage ist da? Okay Die sind ein bisschen tankig aber gut die kommen wir noch zu zweit Chimära war Schlangenschwanz Wer war denn der mit dem Skorpionschwanz? Mein erstes Final Fantasy ist übrigens auch 8 Wie ist das jetzt eigentlich mit Teil 3 und 5 War da nicht voll die Verwirrung Dass 5 eigentlich 3 war in Deutschland? Äh ne nicht 5 Ähm 1 war bei uns Ich hab vergessen wie das war Aber 6 war bei uns 3 Der 6. Teil war bei uns 3 Und der erste Teil war bei uns irgendwie Mystic Quest oder so Oder wie hieß das? Ne nicht Mystic Quest Was anderes Ähm Ähm FF4 war 2 Ah ok Manticore True Aber hat der Manticore einen Löwenkopf? Der hat auch solche Flügel gehabt? Was hat der für einen Kopf gehabt? Eine Falle Total weird auf jeden Fall Ja Er ist halt ein bisschen in einer anderen Reihenfolge bei uns rausgekommen Die haben bei uns ein paar Teile geskippt Die Schweine Auch Löwe Ok Es gibt Manticore mit Löwenkopf Aber auch mit Menschenkopf Und Löwenmähne Das weirde ist aber Er steht halt auf allen Vieren Steht ein Manticore auf allen Vieren? Alle Manticore die ich bisher gesehen habe Die standen immer auf den hinteren Beinen Standen aufrecht Wie Menschen halt Auf jeden Fall ist das keine Sphinx Es Auf jeden Fall Egal was es ist Es ist auf jeden Fall keine Sphinx Ja was ist das denn? Cock der Rieze Alter Oh oh Chat Cock der Ries Ist in den Final Fantasy dafür bekannt Dass sie Stein machen Also dass sie dich in Stein verwandeln können So Medusa mäßig Oh oh Ich hoffe das können die nicht In Stein verwandeln In Stein verwandeln In Stein verwandeln ist halt Insta Death Ich habe glaube ich nichts für Steine dabei Ich habe keine Goldnadel dabei Es hält bis nach dem Kampf Vielleicht habe ich irgendwo schon mal eine Goldnadel gefunden Äh Kann man das irgendwie sortieren Alter Sortieren Ich habe eine Goldnadel habe ich Ein einziger Hui Vielleicht müssen wir gleich rausgehen aus diesem Dungeon Ich speichere mal auf jeden Fall Zwei, drei Mal hier öfters Vielleicht müssen wir gleich rausgehen Und ein paar Goldnadeln holen Giftgegner kommen wieder Ich dachte wir sind noch nicht los Das stimmt der Ofen Moment Ich hatte keinen In meinem Studentenheim Ah und jetzt hast du jetzt einen Ähm Was du in deinem Ofen machen solltest Wäre Auf jeden Fall Geile Lasagne Geile Cannellonis Einen schönen geilen Auflauf Ofenkäse Ofenkartoffeln Pommes Es gibt schon viele geile Sachen Die ohne Ofen nicht so geil wären Boah TK Pizza Moment Das heißt In deinem Studentenleben Hast du keine Tiefkühlpizza gegessen Weil du keinen Ofen hattest Wir müssen nach oben Links in die Ecke Oh die sind wieder da Die Pisco Dämonen Die scheiß Mindflyer Ich pack Was Ich hab die manchmal in einer Pfanne gemacht Pizza Das Pizza in einer Pfanne gemacht Oder war das wieder nicht an mich Und ich hab was übersehen Ja Pizza in einer Pfanne Das hab ich auch noch nie gehört Das klingt abenteuerlich Ja Wenn man keinen Ofen hat Große Pfanne Pizza rein Deckel drauf Ist ja schon dann fast wie ein Ofen Pizza in einer Pfanne soll günstiger von den Energiekosten sein Und knuspriger werden Moment Das ist wirklich ein Ding Das ist jetzt nicht so ein Weirdes Ding Was er gemacht hatte Weil er keinen Ofen hatte Sondern das ist wirklich Actually ein Ding Es gibt Leute die machen das Obwohl sie einen Ofen haben Junge was ist das Für eine Armee Schon wieder Ich hab gleich keine MP mehr Yo Ich hätte mir vielleicht Ether kaufen sollen In der City Für längere Abends Abenteuer Fliehen 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 Lauf doch Die laufen nicht Wir haben Einstein Nein Nein Wieso mach ich überhaupt Kisten auf Ich hab keine Goldnadel Eigentlich muss ich die Höhle verlassen Wieder Wir müssen raus Ein paar Goldnadeln Und ein paar Eta holen Und ein paar Eta holen Und ein paar Eta holen Also ich kenn keine Pizzen Die man in der Ofen Äh In der Pfanne macht Keine Ahnung Das wäre wirklich ein Ding Wurde mir hier im Chat empfohlen Das wurde sie sogar hier im Chat empfohlen Natürlich kommt das aus dem Chat Die scheiße Wirros hier Die scheiße Wirros Was macht eine Goldnadel Äh Sie befreit mich von Ähm Dem Status Stein Und Stein ist halt Ja du bist halt quasi tot Du bist versteinert Das muss kurz wieder raus Das ist jetzt echt ein weiter Weg Es gibt ja so ein Spell Das man sich aus dem Dungeon raus Porten kann Der wäre vielleicht auch Not bad gewesen Aber fühlt sich so wasted an Ein Spell zum Fliehen Wenn ich den Slot auch verbrauchen könnte Für irgendeinen geilen Geilen Spell Der irgendwie Damage macht Oder heilt oder so Fühlt sich dann weniger verschwendet an Wenn du so ganz schnell Durchs Menü gehst Hört es sich an Wie ein Meerschweinchen Was Hast du Meerschweinchen bei dir zu Hause Und die reagieren drauf Aber bist schon echt weit so Eigentlich schon So ungefähr Hälfte I guess Jetzt kommen ja die Kristalle Schlag auf Schlag Aber ich spiel ja mit Cheats Also mit Gegnern ausmachen Wenn ich Gegnern nicht ausmachen würde Dann Äh Wird das wahrscheinlich um einiges länger dauern Hey Sevena Was geht ab Hi So Schlafi Schlafi Äh Ich hoffe Schlafi Schlafi Halt auch Steini Steini Wahrscheinlich aber nicht Gift wurde auch nicht geheilt Durch Schlafi Schlafi Es gibt noch kein Spell Mit dem man generell Alle Status Effekte Heilen kann Das gibt es noch nicht Das heißt wir müssen Normalen Normale Items kaufen Normale Goldnaht Hier gibt es keine normalen Items Keinen normalen Items Shop Die Minecraft Boop-Aktion War schon seit 18 17 Uhr am Laufen Ja ich habe ja gesagt Gegen 17, 18 Uhr geht es los Also ja Es gibt ja gar keinen Shop Für Items Muss ich jetzt wirklich lossegeln Oder Gibt es hier einen Nö Ja dann segeln wir mal los In einer anderen Stadt Schwimmen wir mal kurz zu den Elfen rüber Und shoppen da mal mies Gibt es im ersten FF auch noch ein Luftschiff Müsste ja Kommt noch Das wurde auch schon hier festgestellt Äh festgesetzt Als Final Fantasy Regel Es muss immer ein Luftschiff geben So hier können wir Goldnadel kaufen Äh wie toll ist so eine Goldnadel? 500 Ich kaufe mal von allen ein paar Stück So Ja und Eta wollte ich noch ein paar mitnehmen Nur Chokobus Ja es gibt hier alles Nur keine Chokobus Ja der Der Geld Äh Geldsheet ist echt stark Der macht das Spiel auch um einiges Um einiges einfacher Oder was heißt einfacher Um einiges Zeitsparender Gab die Esbreche schon? Gute Frage Müsste aber schon Müsste Oder? Oder gab es die Ja Doch müsste schon Ich erinnere mich auf jeden Fall Welchen GB1 GB1 Grafik Oder es war der zweite Teil Aber ich erinnere mich GB1 Grafik Dass ich gegen Espa gekämpft habe Aber stimmt Das fehlt noch Das ist ja immer auch So ein großes Ding Von Final Fantasy Beschwörungen Dass es die typischen Beschwörungen gibt Ifrit, Shiva Titan Leviathan Ja ich weiß Es gibt hier Bahamut Aber als Gegner halt Nicht als Beschwörung Oder so Lass mich wieder Verwirrt rumlaufen Ja vielleicht Wenn dann kommt die Als Gegner vor Aber nicht als Beschwörungen Aber ich Ich glaube die kommen Erst im zweiten Teil Aber es muss auf jeden Fall Eins oder zwei gewesen sein Weil es war auf jeden Fall Auf dem GBA Werden wir ja gleich sehen Keine Samen zum ersten Teil Aber im zweiten Wer hat dir denn im zweiten Beschworen Im zweiten gab es doch auch Keinen Beschwörer Alle meine Katzen Sind benannt nach Final Fantasy Charakteren Oder was heißt Charakteren Nach Final Fantasy Esbon Das ist richtig So hier haben wir aufgehört Eine Falle Im zweiten kann man aber immer S-Bahn noch vor Weiß ich noch So ich habe wieder Ein bisschen Mana Ich habe wieder Ein bisschen Leben Ich habe wieder Ein bisschen weniger Stein im Gesicht Welche S-Bahn ist denn Biaco Äh Final Fantasy 14 Grüß Biaco War eine Falle Ja war ein cooler Trial in NFL 14 Das stimmt Meine Feuer-Eis-Kombo Ich heiße die erste auf Mit meinem Feuer Und dann Denken die sich Oh shit man Ist mir heiß Ist mir heiß Und dann mache ich Eis drauf Und dann denken Dann gehen die durcheinander Weil sie können sich nie mehr entscheiden Ist ihnen jetzt kalt oder heiß Weil sie sind verbrannt Aber gleichzeitig auch abgekühlt Und dann sterben die innerlich Und dann werden die sich Gar nicht mehr Das ist meine Kombo Was macht der denn Der macht Blink Wie stark ist Blink Aber ja stimmt Der heißt ja Ogamagus Nicht stark genug Für mein Team Meine Katzen sind 2019 geboren Shiva wird im Mai Shiva hat einen Mai-Geburtstag Und Biaco im September Es gibt ein Ellenring-Bild Der so funktioniert Resettest damit Das Eis-Bild ab Oder so True Das gab's mal Stimmt Was heißt das gab's mal Das ist ja so eine Mechanik Dort ja Dass man dann ja irgendwie Mit Feuerpfeilen Das immer irgendwie Resettet hat Um dann mit dem Frost Schlag Mit diesem Frost Stampfer Wieder zu vereisen Oder so Irgendwie sowas war das Irgend so eine Strat Also ich sag's wie es ist Chat Aber Red Mage Und der Black Mage Also Critico Und Shining Flame Sind hier Diejenigen Die den Die am meisten Den Job hier machen Den meisten Job im Kampf machen Okay Zwei Trolle Die machen hier irgendwie Den Den meisten Job Indem sie die ganze Zeit Flächenangriffe machen Ich hätte den glaube ich Stärkeren Spell nehmen sollen Ich hab jetzt Blitzer genommen Ich hätte glaube ich Eis rannehmen sollen Ich glaube die sind schon ein bisschen tankiger Die Trolle Obwohl Geht Geht klar Aber das heißt Wenn ja in dieser Höhle Kommt jetzt der erste Kristall Das heißt Erster Kristall bedeutet auch Dass wir gleich Einen der Ersten Kristallwächter sehen Das waren ja immer so Auch recht Prägende Monster Die danach In vielen Final Fantasys Immer vorkamen Ich hatte ihn bei Meiner Novizen Statt Red Mage Und der Novize war nicht so geil Was macht Der Novize so besonders Außer dass er halt Auf Rüstung verzichtet Also auf Waffen verzichtet Und ja Ich glaube Rüstung Trinken gibt es ihm ja auch keine Weil dann glaube ich Weicht er besser aus Weil du spielst ihn ja glaube ich Immer so auf Ausweichen Hab das erste Kapitel von Unzumaki gelesen Und habe jetzt auch Den kompletten Manga bestellt Stark Einfach Einfach ihm Einen Manga Hab ich verkauft Nicht wirklich Ist einfach nur ein schwächerer Krieger Hatte ich das Gefühl Stark Der Dieb bestimmt auch Einfach nur ein schwächerer Krieger Oder Das war dann in Final Fantasy 5 So cool Weil du dann Diese ganzen Klassen miteinander Kombinieren konntest Das war nice Das war nice Okay da ist der Kristallchat Der Feuerkristall Äh der Erdkristall Wir sind kurz davor Genau Naruto Uzumaki War aber schon sehr bescheuert Aber auch irgendwie cool oder Wer wagt es mich zu stören Wer ist es Wer ist es der Litsch Ich bin Litsch Das Chaos Das die Erde frisst Und nicht so niemand Wird mich von meinem Vorhaben abhalten Schon gar nicht Niederes Gesindel Wie ihr es seid Ich habe das erste Band Von FF11 gelesen Und hatte dann Bock Auf das Spiel Leider kam FF11 Überhaupt nicht bei mir an Band Es gibt Bücher dazu Ich werde morgen Mit FF2 anfangen Und bin gespannt Wie das Game wird Muss jetzt immer Die Games durchspielen Bis du die anfängst Weil ich die ersten Sechsen noch nicht kenne Stark 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 Finde ich cool Dass du mitspielst Der Chat ist immer brav Sooo Boah der ist schon riesig Oder Der sieht aber auch Echt sick aus Halber Nito einfach Okay wir buffen wieder Ähm wir buffen wieder Mit Hust und Mum Unseren Krieger Uh das ist ja Ein Umtoter wahrscheinlich Ne Also könnte unsere Unser Bumgur Mit Damage machen I guess Und Shining Flame Ballert seine Vollgas Alle raus Nein Schicken wir doch nicht Schlafen 153 Sind 13 Der Hurgenurk Unsere Damage Maschine Ist bei ihm Komplett useless Vielleicht geht faul auf ihn Vielleicht geht faul auf ihn Ja die Bumgur und Shining Flame Die Die machen den Kampf Das deren Das deren Auftritt hier Verfehlt Das deren Auftritt Eins Tanken kann er Tanken kann der Boy Moment ich probier mal Vita auf den Lich Ne geht hier gar nicht Okay Bei den späteren Final Fantasy Teilen Ist das so Wenn du Wenn du Untote heilst Dann machst du ihnen Dann mit Damage Weil Das ist ja quasi Eine Heilung für die Äh Zwar sie Weil sie sind ja schon Tot Und wenn du sie Versuchst zu heilen Dann versuchst du sie Wieder beleben Und wieder beleben Wäre ja in deren Sinne Wieder Sterben Also Andersrum Ne Ähm Ja was soll ich dann mit dem Red Mage machen Ich meine wir können es mit Mum Versuchen Ob er dann vielleicht Fünf Damage mehr macht Aber ich glaube Die sind hier etwas Useless Die beiden Oh Mum Mum ist schon stark Okay Bringt doch was Der erste Boss Der aber richtig viel aushält Der hält echt viel aus Gerade Hätte ich jetzt noch Daddy Ah Dabei Dann würde ich ja richtig Jetzt ihn runterschmelzen Fünfzig nur Moment Der White Mage Zeigt ja wirklich Seinen Mittelfinger Das hat irgendjemand Vorhin geschrieben Zeigt der White Mage Eigentlich Seinen Mittelfinger Der geht ja wirklich Nach vorne hin Und zeigt Mittelfinger Die Erde wird wieder geheilt Wir können wieder Bäume pflanzen Habe ich vorher geschrieben Ist mir jetzt aufgefallen Ja dann gucken wir mal Gehen wir mal in die Stadt Mal gucken was die dazu sagen Und zu den Weisen Warte wir gehen erstmal zu den Weisen Engel oder Phönix One-Tap Den doch oder Ich konnte ja auf ihn Keine 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 Heilspels und so machen Also vielleicht geht Engel auf ihn Aber Vita Ging auf jeden Fall nicht Also habe ich jetzt Die anderen auch nicht getestet Gesegnet seien die Kristalle Okay Gott schütze den Kaiser Wir sehen uns Das Black Mage Upgrade Zeigt später sogar zwei Was zwei Wenn man jetzt so Zeigt zwei Hast schon eigentlich Rebuff gezockt Ich bin auch dabei Ich habe es noch nicht durchgespielt Nein Falsch Ach Mittelfinger Gesegnet seien die Kristalle Seid ihr jetzt für die Kämpfe des Lichts Gesegnet seien die Kristalle Ich bin eine Höhle Nicht weit südlich von hier Lebt ein alter Mann Okay Ah ich glaube die sagen alle das Gleiche Alle überglücklich Sie können wieder Bäume pflanzen Wir gehen schlafen Und ziehen los Ins nächste Land Bei FF7 Rebirth War mir das Kampfsystem leider zu hektisch Und in dem ersten Teil nicht Also in dem ersten Remake So Wohin geht die Reise Wir können jetzt Richtung Nord Ähm Ich glaube Auf die Auf die linke In Auf die linke Seite Heute kommen wir glaube ich nicht Mit einem Schiff Mit einem Ne sieht nicht so aus Also das gibt es auf jeden Fall Doch vor allem Die eine kommen wir hin Ganz rechts unten in die Stadt Da kommen wir hin Aber dann nicht mehr weiter Da ist super viel Wasser Da könnte sein Dass wir irgendwie so ein Boot Oder so bekommen werden Dass wir da drum schwimmen können So super viele Flüsse Bei FF7 Remake Ging es noch Die Gegner bei FF7 Rebirth Gehen schon krass Auf einen drauf Ist das so? Also ich hatte vorher Das Remake gespielt Nochmal Kurz vor dem Release Von Rebirth Und Hat sich nicht irgendwie Großartig anders angefühlt Hatte ich das Gefühl Das Gefühl hat sich nicht anders Angefühlt Hatte ich das Gefühl gehabt Was auf jeden Fall Rebirth Im Kampf Anstrengender macht Es sind Viel mehr fliegende Gegner Da Das macht es anstrengender Okay Ich kann hier nirgendwo An Land gehen Vielleicht müssen wir wirklich Erst unten im Süden Die Insel machen Spüren sie es Mr. Krabs Naja Du kannst halt natürlich Mehr in die Luft Aber Bin ich nicht so Fan von Von fliegenden Gegnern Vor allem weil Ich hatte ja Anfangs zum Beispiel Sehr viel Nanaki In meinem Team gehabt Und Nanaki Ist richtig Richtig scheiße Wenn es um fliegende Gegner geht Und Dann habe ich ihn In Juno Und dann habe ich ihn Rausgepackt Aus dem Team Naja Nicht hier Nanaki ist sehr cute Ich liebe Nanaki Ja Wir sind fast im Finale Gleich durchgespielt Stadt Crescent Wieso ist sie so tot Kaum ist mein ehrenwerter Gatte Von seinen langen Reisen Wieder zurück Pennt er den ganzen Tag nur Wenigstens ein bisschen Könnte er sich um den Haushalt kümmern Ich habe es doch auch nicht einfach Typisch Männer Guck mal schon Damals 1987 waren die Männer Genauso wie heute Haben sich null geändert Endlich sag's mal einer Blitzka Stufe 6 Exitus Vernichtet Instantan Eine Gegner Instantan Alter Beben löst Alle Gegner In eine Erdspalt Okay Starr Lehmt alle Einen Gegner Nur einen Gegner Hä Habt ihr schon Fesseln Das Fessel macht das doch auch Wir nehmen auf jeden Fall Beben mit Und Blitzka So ich glaube Stufe 6 Zauber kann der Schwarzmagier Nicht mehr lernen Macht nur einen Gegner Instant weg Ich nehme glaube ich Lieber die Lähmung Instantan Fucking instantan Persus Kuriert Stein Da ist es Bimo Teleportiert auf die Oberwelt Protega Steigert die Abwehr Der Gruppe Steigert die Auswähigkeit Der Gruppe Oh stark Zwei geile Buffs So Und dann können wir Noch mal Stein kurieren Mitnehmen Zur Not Wobei ich hab jetzt Golddingens gekauft Goldnadeln Ich glaube wir nehmen Bimo Hä Chet Wieso kann ich Bimo nicht kaufen Sie kann das Nicht lernen Wieso kann sie Das nicht lernen Ist in Stufe 6 Zauber Ja Alles in Stufe 6 Ich hab hier doch Gerade auch Protega Und den Wieserer Gegeben Ich kann aber auch Keinen Persus Doch Persus Kann ich hier geben Okay Muss erst Der Klasse Aufsteigen Wieso kann ich Die anderen In Stufe 6 Zauber lernen Aber die nicht So was gibt's Für schöne neue Waffen Ich esse Gerade Instantan Nudeln Mitrilschwert Ich hab Eins Das trägt Der schon Mitrilax Dann kaufen wir Die Axt Und der andere Nimmt dann Das Schwert Gibt's hier noch Rüstung Äh Hängen da so ein bisschen Hängen da so ein bisschen hinterher Die kriegen irgendwie nicht so viel Er schlägt da so ein bisschen hinterher Er schläft einfach hier am Friedhof Weird Ein Grabstein Ja gut Dann haben wir hier gar nichts Wo könnte ich denn sonst noch hin Also wenn ich hier hin Gehe Dann bringt mir das gar nichts Und hier gibt's nirgends so einen Hafen Übersehe ich was In der Stadt gab's noch mehr Was hab ich denn in der Stadt übersehen Ich war in den Shops drin Ich hab geschlaft In der Kirche war ich nicht drin Da war ja auch nur der hier Oh hier vielleicht Ah oh Oh Was geht denn hier ab Was ist das hier für Ritual Alter Beschwören die hier gerade Bahamut herbei Mein Name Ach das ist Lukan Der prophezeit hat Dass die vier Ritter kommen werden Und die Welt retten werden Ich kann sie spüren Und ich kann sie sehen Die immer wiederkehrende Seele des Bösen Gleichwohl gibt es Hoffnung Denn ein schwacher Lichtschimmer Beleuchtet den Weg Der uns aus der Dunkelheit führt Ey yo Bist du nicht der Keggy von früher Der lange nichts hochgeladen Wieso schreibst du Keggy mit C Das ist ja gar kein Typo Wie bist du von K auf C abgerutscht Ich bin der Keggy Der lange nichts hochgeladen hat Aber ich habe lange Was hochgeladen Ich habe einen neuen Kanal Check ab Check den ab Da gibt es sogar Mario Maker Einfach Zigi Ihr habt das Chaos Der Erde besiegt Der Kristall erstrahlt Wieder in seinem alten Glanz Menschen, Elfen und Zwerge Sie alle werden es euch danken Doch ist die Gefahr Nicht gebannt Das Chaos des Feuers Ist durch die Unruhe 200er Jahre verführt Verfrüht erwacht Nehmt dieses Kanu Euer Schicksal führt euch Zum Vulkan Guruk Ah Da ist das Kanu Westlich dieser Stadt Steht der Vulkan Guruk Das Chaos des Feuers Das so lange Zeit Dort geschlafen hat Scheint 200 Jahre Früht erwacht zu sein Vernichtet es Bevor es zu spät ist Und es Unsere Welt In einem Meer von Flammen Untergehen lässt Bringt uns Das Leuchten Der vier Kristalle zurück Nur ihr Kämpfer Des Lichts Seid dazu in der Lage Es ist euer Aufgabe Das Leuchten der Kristalle Wiederherzustellen Seid auf der Hut Und kommt ihr her zurück Sobald ihr eure Taten Vollbracht habt Einige Rätsel werden Wir bis dahin gelöst haben Das Chaos des Feuers Wird diese Welt In einen lodernen Feuerball Verwandeln Okay chill Das Chaos der Erde Lässt die furchtbaren Böden dieser Welt Verrotten Selbst den Strom Der Zeit Versuchen Die vier Chaose Zu beherrschen Vor 400 Jahren Erschien das Chaos Des Windes Und vor 200 Jahren Tauchte das Chaos Des Wassers auf Durch ihre Machenschaften War die Zivilisation Des Nordens Dem Untergang geweiht Die Zivilisation Des Nordens Das war die Zivilisation Die so Technisch Fortschrittlich Unterwegs war Hat ja irgendjemand Vorhin gemeint In der Stadt Die Quelle ihrer Kraft Beziehen die Kristalle Aus den vier Altären Die über die gesamte Welt Verstreut sind Alter Dankeschön Für die 100 Euro Man Kuss Die vier Chaosse Die sich Ältere Bemächtigt haben Verdecken den heiligen Schein der Kristalle Feuer, Erde, Wasser Und Wind Alles auf dieser Welt Entsteht aus diesen vier Elementen Vier Kristalle existieren Auf dieser Welt Doch ihr Strahl Strahlender Glanz Scheit erloschen Die vier Chaosse Überschatten Mit ihren finsternissen Machenschaften Den schützenden Glanz Der Kristalle I came here to kill Chaos Okay, wir haben Kano Das Mario Maker Video War nur Damit er jedem Darüber sagen kann Dass es auf einem neuen Channel Mario Maker gibt Nein Wenn Leute vorher Normalerweise hier reinkamen Und haben gesagt Ey, du warst doch der eine Mit Bubz und so Dann hab ich gesagt Ey, ich bin immer noch der mit Bubz Und ich hab vor kurzem Video gemacht Guck da rein Ich hab's trotzdem immer gesagt Auch bei anderen Videos Zu Chaos sage ich nur Bullshit Bullshit So, wo ist wohl Kankuruk? Hab ich gestern gemacht Katsiosu Erst gestern gemacht Klingt wie ein Joke Aber tatsächlich Hab ich's gestern gemacht Weil Montag Die Mario Maker 1 Server Runtergefahren werden War meine letzte Chance Okay Da ist er Vulkan Guruk Speichern Jo Tausend Füßler Einfach Dark Souls 1 Referenz Ich glaub Feuer funktioniert Bei denen nicht so gut Oder? Ich mein Ich probier's mal Diese Geräusche Die Axt, Alter Jo Die tanken ja übelst viel Er ist ergiftet Jo Ein Kripp nach dem anderen Android LP Gamer, Alter Haut einfach 5 Euro Bei YouTube raus Dankeschön, Mann Liebe dich, bester Mann Und ich liebe deine 5 Euro Der Kreis schließt sich Chatty, Chat, Chat Ich muss durch die Lava, oder? Scheiße, ey Ich komm jetzt hier nur die Tausend Füßler Die sind super stark Äh, super tanky Bestimmt mögen die Kein Eis, oder? Es geht Was ich noch schauen wollte Warte Können wir jetzt Junge, die machen jetzt Jede Runde Gift, ey Zum Glück hab ich irgendwie 20 Antidotes gekauft Und zwar Ähm Schnell speichern So Was ist eigentlich das Große speichern? Egal Ähm Und zwar Gehen wir kurz zum Titelbildschirm Ich kann theoretisch auch auf TikTok und Insta Nee, Insta glaub ich nicht Aber ich kann theoretisch auch auf TikTok live gehen Snapchat weiß ich nicht Gibt's überhaupt noch bei Insta Streams? Gibt's das noch? Äh, und zwar Hier Extras, Leute Monster Fibel Wir können uns hier die ganzen Monster anschauen Die ich besiegt habe Ich hab hier Die Nummer 13 irgendwo übersehen Zum Beispiel jetzt Die Die Tausendfüßler Da sind ihre Stats 222 LP Ähm Schwächen keine Das ist das Stream Intro Äh, Stream Intro ist Die Die Musik Das Lied aber die Version von Final Fantasy 7 Äh Und hier gibt's noch schöne Bilder, Leute Ammanus Ammanus Äh Zeichenstil Ich lieb's Hier, Mann Ich liebe seinen Artstyle Die Prinzessin Sella Ist schon sick Kann der Kann der Kann der mir irgendwas Für zu Hause malen? Irgendwie ein Ähm Ein großes Bild Kann er mir Kann er Kann Ammanu mich tätowieren? Ich hab Anus verstanden Was für Anus Okay, Blitz ist wohl deren Schwäche Die wurden ja komplett deleted Joa, okay Wo kommt die denn her? Kann er bitte meinen ganzen Körper Als Leinwand benutzen? Ne, wir sind dabei Chaos zu besiegen Ich hab schon einen Chaos besiegt Und gerade sind wir auf dem Weg zum zweiten Chaos Irgendwie weird Ich hab bei einem Kegi-Stream erwartet Dass irgendwie alle fünf Minuten schreit Ey, Kegi, wann bitte nächste Mario-Maker-V Okay Sehe ich das richtig? Ich hab ihr nie Stufe 2 Zauber gegeben? Wieso nicht? Wieso hab ich das nie getan? D-d-d-d-d-d-d-d Schon wieder Hilgigas Hilgigas Verskillt einfach Scheiße Verskillt Müssen von neu anfangen Einige Stunden Mit dem Videomaterial von mir Um vier Jahre aufzuholen Android Check meinen anderen Kanal ab, Mann Siehst du in der Videobeschreibung In der Stream-Beschreibung Da findest du noch ein paar geschnittene Videos In dem Stil der alten Videos Aber Kuss, Mann Danke schon mal für die 5 Euro Oder hau rein Feuerelementar Feuerelementar Gab es Wasserspells in Final Fantasy? In der FF8 gab es Wasserspells, ne? War das Wasser? Warte Ich erinnere mich grad irgendwie an Irgendwelche Blubberblasen Aqua oder so Jun, was ist das eigentlich für ein Dungeon? Was ist das eigentlich für ein Dungeon? Es blubbern die Blasen! In FF10 gab es doch Wasser Ja und Wasserball Blitzball unter Wasser Aber Richtige Zauberspells? Gab es Zauberspells? Keine Falle Es gab Wasser Stimmt 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 In Final Fantasy 10 gab es Wasser Wassera Stimmt Wassera Wassera gab es Stimmt True 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 Ich hab grad irgendwie die ganze Zeit an Aqua gedacht Aber stimmt In FF10 gab es Wassera Muss ich grade bei denen denken Weil die ja Aus Feuer sind Aber ja Final Fantasy ist ja immer Wasser ist die Schwäche von Äh Eis ist die Schwäche von Feuer Und Feuer ist die Schwäche von Eis Und genauso auch wie bei Blitz ist die Schwäche von Erde und Erde ist die Schwäche von Blitz Seid ihr sicher? Ja Es gab Wassera in FF8 Äh FF10 Ich kann mich an diese Animation erinnern Wie so ein So ein kurzer Wasser Komm so wie so ein kleiner Kleiner Wasserfall 4.000 Gild Junge was ist das für ein Scheiß Dungeon eigentlich Aquoros ist mein Lieblings Idol Gruppe Was ist die Rittschwäche? Es gab ja auch Wasserelementare In FF10 und so Aber was war dann Die Schwäche von Wasser? Haben die da alles geändert? Blitz Aber Blitz ist ja normalerweise Die Schwäche von Stein Die sind immer gegenteilig effektiv Ja deshalb hab ich ja grad gesagt Stein und Blitz Feuer und Eis Riesenschwert Das ist ja schwächer als meins Trash Ich hab auf jeden Fall ganz viele Pots Die ballern wir raus Ist das nicht Blitz und Aero? Ne Aero war Wasser gibt es wohl In 7, 9, 10, 10, 2, 12 und 13 Hab mal gegoogelt Lulu kann nur 4 Zauber am Anfang Ja Feuer, Wasser, Blitz und Eis 8 statt 7 Sagt Bicky bei mir Ja ich mein in 8 Gab's auch den Zauber Aqua Ich glaub in 8 Gab's den Zauber Aqua Ja Ja ne Ja Den 7 weiß ich nicht In 9 hab ich auch keine Ahnung Aber es gab auf jeden Fall Wasser In 10 Und Aqua in 8 Mehr weiß ich nicht mehr In 9 gibt's Wasser In A9 kann ich dich gar nicht erinnern Achso dass das Arsch langsamer Alles andere hab ich verdrängt Wer bist du denn? In 7 gibt es Feintechnik Aqualunge Und ah Gut aber das ist ja kein richtiger Spell dann Das ist ja dann so Blue Mage Shit Aber nicht so ein richtiges Element Wie Wasser, Wasra, Waska Aber 9 ist toll Ja 9 ist In anderen Dingen toll Aber nicht unbedingt Im Kämpfen Ich glaub wir müssen uns gleich rausporten Oder rauslaufen Ich hab gleich keine Mana mehr Obwohl ich hab Ether gekauft Scheißegal ich hab Ether Wir müssen nie wieder zurück Junge was ist das hier? Sind das jetzt alles Fallen? Moment Wie funktioniert überhaupt Ether? Weil ich hab ja mehrere Stufen Von Von Mana Halt das dann auf jeder Stufe irgendwie 1? Halt pro Magiestufe 1 MP Okay 9 ist langsam 8 ist Kegis Lieblingsspiel Heute wird's kontrovers Das ist schon länger meine Meinung 10 ist aber auch Arsch langsam Lava Wurm 10 ist auch echt langsam Ich dachte Ich dachte Leute mögen 8 Ja die Japaner mögen 8 Alle anderen auf der Welt hassen es Weil sie es nicht verstanden haben Weil sie alle zu doof sind Ist alle zu doof für das Spiel gewesen Ich meine ich war damals das Kind auch zu doof für 8 Aber ja In Japan war das ein riesiger Erfolg Ich glaube ihr kickt einfach die Nostalgie Ist einfach ein geiles Game Hat so viele geile Eigenheiten Im Gameplay Ist aber geil Ist einfach geil So Komme ich da rüber auf die andere Seite von hier Oder muss ich durch die Lava laufen Okay ich muss durch die Lava laufen Du warst bestimmt einer von denen Die so Fake Cheat Code Auf dem Pausenhof erzählt haben Meine Spiele hat niemand auf dem Pausenhof gespielt Videospieler waren auf dem Pausenhof uncool Kegi war Lone Wolf Ne das nicht Aber In der Schule gab es nicht so viele Bei mir Also in der Klasse jedenfalls Keine Gamer oder so Einen Gamer gab es ja Mit dem habe ich mich auch ein paar Mal getroffen Aber eigentlich meine Gaming Freunde Die waren immer Die waren nicht in meiner Klasse Die hatte ich dann woanders her gehabt Durch den Dungeon renne ich gerade so ein bisschen durch Ich hoffe ich kriege gleich nicht zu sehr aufs Maul Von Wer auch immer hier gleich als Boss kommen wird Vielleicht Tiamat Weil es ein Drache ist Und der spuckt Feuer Und Hier ist alles voller Feuer Genau Brieffreunde Es gibt nur entweder Die Freunde in deiner Klasse Oder Brieffreunde Dazwischen gibt es nichts Hör auf uns traurig zu machen Was ist jetzt daran traurig Ich hatte als Kind Mehr als nur Videospiele Ich konnte auch mit Leuten Spaß haben die Keine Videospiele gespielt haben Ich hatte in meiner Klasse Hatte ich auch Freunde gehabt Mit denen ich halt Zeug gemacht habe Aber halt kein Videospielen Da haben wir halt andere Dinge gemacht Die sind halt rausgegangen Goldnadel Eine Feuerechse Alleine? Ist die so stark? 71 Okay Bei uns war es so 50-50 Bei den Jungs Die einen waren Zocker Die anderen waren Hart auf Fußball Oder Skateboard Fokussiert Und ich war das einzige Girl Was gezockt hat Alle anderen waren Läster-Schwestern Oder mehr Beauty interessiert Beauty ist aber auch schon cool Gaming ist auch cringe Also der eine Gamer in meiner Klasse Der war aber auch eher Nintendo-Kiddy Der hatte Playstation-mäßig nichts am Start Der hatte halt eine N64 zu Hause Und eine Gamecube Ich meine ich hatte dann auch eine Gamecube Und dann konnten wir auf jeden Fall ein bisschen Auch was zusammen Zocken Aber Ja Die geilsten Spiele waren halt Nicht für Gamecube Sondern für die Playstation Junge Der Dungeon ist so riesig Ich brauche hier gar keine Random Encounter Weil in allen Kisten E-Fallen drin sind Das sind meine Kämpfe Dadurch level ich Durch die Kisten Eine Falle Wir haben keine Blutsekten gegründet Flammenschild Frostschwert Uhu Frostschwert Kann er das ja auch benutzen Das ist wahrscheinlich für den Ne doch kann er hier Flammenschild Und Frostschwert Äh Frostschwert Jetzt geht's ab Weil es noch als Animes schauen So ultra giga gehasst wurde In der Grundschule Und sich dafür gemobbt wurde Dann habe ich das für mich behalten In der Oberschule Und auf einmal reden alle davon In der achten Und ich fühlte mich gescannt Du warst einfach schon Frühreif Jo Das Frostschwert 158 Damage Jo Wie loot es hier In diesem Dungeon gibt Boah also Also hätte ich mit Würde ich mit Random Encounters spielen Leute Allein diesen Dungeon zu machen Ne Ich glaube ich würde hier So 2-3 Stunden drin sitzen Allein nur für diesen Dungeon Ich glaube die haben auch Generell Kann es sein Dass die generell Die Erfahrungspunkte Angehoben haben Auch wenn man die Nicht multipliziert Das ist nicht der End Dungeon Weil dafür Dass ich halt so viele Random Encounter Eigentlich skippe Ähm Komme ich halt eigentlich Voll gut durch Wurde in den PR Ziemlich angehoben Weil es gibt ja extra Es verwirrt mich halt Weil es gibt ja extra Den hier den Boost Modus Dass du die EP Multiplizieren kannst Und dann haben sie aber Trotzdem Trotzdem noch Overall angehoben Digga was ist das denn Dieser Dungeon Ist ja insane riesig Bruh Ist sogar auf 0 möglich Da kannst du einfach Level 1 durchspielen Aber ist das überhaupt Bei Final Fantasy 1 möglich Auf Level 1 durchzuspielen Du hast ja nicht wirklich Irgendwelche Möglichkeiten Oder Irgendwas auszutricksen Oh cool Alle räumen der Potion ist aber schon Scam in so einem Dungeon Ja ich hab das Gefühl Das ist hier generell Darauf ausgebaut Dass du falsche Wege läufst Das ist so ein bisschen Das Das Gameplay In diesem Dungeon Dass du in Fallen Reinlaufen musst Ist wahrscheinlich eher für Äh Für wenn du Overlevelt bist Oder Oder so Ja Dass du dann auf 0 setzt Ja Kann natürlich auch sein Falle Ein Rotdrache Mit dem roten Blick Ich fand die Random Encounter Teils schwerer Als die Bossfights Ja ich hab das auch So in Erinnerung Dass später Vor allem in den Späteren Dungeon Random Encounter Kommt Die sind halt echt Hart gewesen Flammenpanzer Ich begrüße Aber der Ist bei keinem stärker Okay der bleibt gleich stark Aber das Ausweichen Steigt Steigt ziemlich stark Okay Ich merke schon Das System Das Optimieren Ich drücke ja die ganze Zeit Immer auf Optimieren Damit ich die Rüstungsteile Nicht selber raussuchen muss Und wie es aussieht Das Optimieren Fokussiert sich nur Auf einen Stat Und nicht Oh das ist schon Das Ende Das fokussiert sich nur Auf einen Stat Und wenn ich eine Rüstung habe Das denselben Stat hat Wie die andere Dann werden die In anderen Stats Ob die besser oder schlechter Sind komplett ignoriert Also muss ich doch Manuell mal drüber schauen Zwischendurch Manuel Ja das ist wirklich hier so gemacht Das sind einfach so Wege Die sollen dich Wirklich 1987 Da ist einen Weg Und zwischendurch Gibt es mal Einen anderen Weg Und da ist eine Kiste Das sind JRPGs heute In alten Turn-based RPGs Und da ist null Skill dahinter Also sehr impossible Ne würde ich nicht sagen Also die späteren Final Fantasies Die sind ja auch rundenbasiert Und da musst du auch nicht Skill haben Oder so Aber die kannst du trotzdem Auf Level 1 durchspielen Weil du dort Weil dort das Das Kampfsystem Viel mehr herbietet Dass du ohne zu leveln An höhere Sachen rankommen kannst Und somit trotzdem Kämpfe Bestreiten kannst Ohne dass die dann Stundenlang gehen Oder so Dungeons & Modern RPGs Sind so boring Ja Ist echt schade Wird die Chillmusik Funny für den Vulkan True eigentlich So Äh Ich hau nochmal kurz Ein paar Eta raus Okay let's go Ich sag es Tiamat Weil passt zum Feuer Er spuckt Feuer Tiamat oder? Ihr habt also das Chaos der Erde vernichtet In meinem Schlaf Und meinen Schlaf gestört Das ist nicht Tiamat Wer ist das denn? Ich bin Kadi Das Chaos des Feuers Ihr werdet Hüllenquallen erleiden Bevor ihr zu Asche verbrennt Dafür sorgen meine wütenden Flammen Oha die ist ja cool Ja du siehst auf der Map schon Kisten Und so alles hier Akali genau Äh okay Let's go So Der Boy ist wieder am buffen Mum Ähm Hier können wir jetzt Hab ich ja jetzt die großen Äh Gruppen Buffs Protega Und Shining Flame Blitzker Oder Beben Probieren wir mal Blitzker aus Feuer Woa Was? So wenig So wenig Okay das ist ein bisschen jetzt schwieriger hier Noch Hast Äh Heilung Hier sieht's mit Beben aus Scheiße gefesselt 91 Verfehlt Beben Ist Beben ein One-Hit-Skill? Und tötet er dann direkt oder was? Weil da stand irgendwas von Macht einen Spalt oder so auf Ähm Foul vielleicht auf den Boss Dass er weniger Damage macht Wir machen nochmal hier Innen Wiese rauf Die ganze Gruppe Ähm Und dann wieder Blitzkerne Verfehlt Foul geht nicht Boah mit drei Leben überlebt Ja ich hab gerade vor 10 Minuten oder so gesagt Hey dafür dass ich so viel Random Encounter skippe Komme ich echt gut voran Oh holy shit Der Damage Hast und Mum Ballert komplett Ballert komplett rein Vielleicht funktioniert Gemach Ich denk mal Folge wird nicht so viel bringen Ich mach mal Eisra 311 Junge der Krieger Holgenurk Räuft komplett ab Oh Wer hätte gedacht Dass Eis mehr Damage macht Ich mach nochmal ne kleine Heilung Und hier wieder Eisra Und hier wieder Eisra Ich mach wieder Heilung Schön Stück für Stück So in kleinen Schritten heilen 358 Junge der Krieger Mit Mumm und Hass Holy shit Holy shit Bei den ganzen Armen hab ich fast die Boobs übersehen Zum Glück hast du sie noch gesehen Sie macht immer mit dem Mittelfinger Sie heilt mit ihrem Mittelfinger immer Ja ihr Design ist echt cool In den Personaspielen gibt's auch immer so ne Kali Die hat auch so vier Arme immer So ne Frau Aber die hat keinen Schlangenschwanz Ich glaub die hieß auch immer Kali Okay Das war Der zweite Kristall Ähm Ich meine wir können wieder zurück zu gehen Zu unserem Boy Halbes Spiel schon geschafft Ja theoretisch sogar mehr als halbe Weil der erste Part des Spiels Hat ja nichts mit den Kristallen Erstmal zu tun gehabt Ich würde sagen Wir sind schon über der Hälfte des Spiels Ich geh nochmal zu Zu Lucan Dem Dem Typen Quatsch nochmal mit dem Ob der irgendwas Neues sagt Wir können in den Norden Äh Muss ich gleich mal schauen auf der Karte Mein Name ist Lucan Ich kann sie spüren Und ich kann sie sehen Die immer wiederkehrenden Seelen des Böses Gleichwohl gibt es Hoffnung Denn ein schwacher Lichtschimmer Beleuchtet den Weg Der uns aus der Dunkelheit führt Stark Okay Ich meine wir können ja theoretisch jederzeit Äh in die erste Stadt gehen Und dort ähm Mit der Tänzerin reden Die gibt ja immer Tipps Wo man als nächstes hin muss und so ne Sind die ersten Games hier in FF In der Collection Ne leider nicht Also ich glaube Auf der Switch gibt es glaube ich eine Collection Aber ansonsten nicht Ne Es gibt auf der Playstation So ein Bundle Was du kaufen kannst Aber das Du kaufst dann quasi trotzdem Sechs Sechs Spiele Die dann alle ein bisschen vergünstigt sind Aber so ne Collection Gibt es glaube ich nur auf der Switch Oder Auf Steam ist es auch noch so ein Bundle Äh ne Minecraft ist noch nicht vorbei Machen wir gleich noch Denk ich Ähneln sich 1 bis 6 Vom Gameplay her Es geht Also es ist immer Rundenbasiertes Gameplay Ja aber die unterscheiden sich schon Es entwickelt sich immer Stück für Stück weiter Ja vor allem ab dem 4. Kommt noch so ein Active Diamond Time Balken Ding Dann wird das ganze System Nochmal komplett um Umgeworfen Aber im Grunde Sind sie alle Irgendwo recht ähnlich Ja Das ist bei der Switch Nicht anders Du kaufst das auch nur im Bundle Aber bei der Switch Gibt es das auch sogar Als Cartridge Du kaufst doch Oder ist in der Hülle Nur ein Zettel drin Für den Download Keys Es gibt doch sogar eine Hülle Was ist in der Hülle drin Das ist ja auch weird Äh Bei uns Äh Bei uns Aber die kam Die Playstation CD Kam bei uns im Westen Nicht raus Bei uns im Westen Gab es nur Die Switch Version Äh im Westen sag ich Äh in Europa Wenn du die Playstation Version haben wolltest Musstest du sie Importieren lassen Wir haben irgendwie nur Die Switch Version bekommen Doch Eine CD mit allen Sechs Spielen Okay Zwei ist auch anders Vom Leveling Können sie möglicherweise Meinen allerersten Kommentar lesen Hab ich gemacht Glückwunsch Ich hab die PS4 Version In diesem Bundle hast du sie Wahrscheinlich gekauft In dieser Special Edition Aber so einzeln Konntest du bei uns Nur die Switch Version kaufen Man kann die Pixel Remaster Aber auch einzeln kaufen Jaja Also digital kannst du sie Nur einzeln kaufen So Ähm Norden meintest du Moment Hier ist noch ein Äh ein Punkt Wo ich noch nicht war Hier der hier Der hier Dafür müsste ich hier An den Hafen Und dann mit dem Kanu Da rein Nee Doch Ich muss von oben Äh Mein Boot ist aber hier unten Äh Ich freu mich auf 8 sehr Ja Wo komme ich ins Wasser Hier Hat das mein Lieblingsteil So Was ist das hier für eine Stadt Kennst du 8 eigentlich gut Ich hab das als Kind Das letzte Mal Mit meinem Bruder gespielt Äh Ja Eigentlich denk ich schon Kennst denk ich mal Schon recht gut Ja Eine Eishöhle Aber die Musik Sagt ja Hier sind keine Gegner Ne Ich hab doch Ich hab doch aus Zufallskämpfe Ne Ich muss Zufallskämpfe Anmachen So Ich bin dumm Mein Gehirn sagt mir immer Aus bedeutet Dass ich Den Cheat ausmache Aber aus bedeutet ja Du machst die Random Encounter aus Der Rotmagier sieht mad aus Von der Seite Hä Ne Wo denn Aber ich hab schon länger Nicht mehr gewechselt Gespenster Oha Das ist was für unsere Weißmagierin Adier Ich sag wohl eher Adieu Zu den Gespenstern 129 Damage Nice Ja der Schwarzmagier Hät gar nichts aus Vor allem nicht nur Dass er nichts aushält Dann hat er auch noch Super wenig Leben Ein Eis Gigas Mit dem Eisschwert Schön draufhauen Scheint aber kein Element zu sein Zu haben Gleich mein Schwert Hat zwar so Eisfunken gedönst Aber ich glaub Das hat kein richtiges Element Nein Ich bin ja wirklich einfach in die Falle reingelaufen Ich hab's gesehen Schatz Junge Neun Gegner Alle untot Gelähmt Scheiße Das ist egal Hauptsache Boomgore ist nicht gelähmt Boomgore ist der untoten Töter Bei den Schwertern steht das Das gegen was effektiv ist Echt Das steht einfach nur Attacke und Präzision Mehr steht da nicht Mehr steht da nicht Drück Viereck Oh Ein Schwert Dem die Kraft des Eises wohnt Ein Schild In dem Feuer Die Energie züngelt Macht Resistenz Gegen Eis Okay Aber hier steht nicht direkt Dass es Mehr Damage macht Bei Eis Oder weniger Bei Eis Oder Bei der Rüstung Und im Schild steht Dass es resistent Gegen Eis macht Moment Das ist resistent Gegen Eis Nicht resistent Gegen Feuer Ein Flammenschild Macht dich nicht resistent Gegen Flammen Und der Flammenpanzer Macht dich Oh Weil ich habe Flammenschild Und Flammenpanzer Ja im Flammen Dungeon Bekommen Also dachte ich Die sind dafür da Dass ich im Flammen Dungeon Besser klarkomme Aber die sind eigentlich Eher für Eis gedacht Huch Ich glaube das sind Stachel Das sind glaube ich Stacheln oder Ich kriege glaube ich Wie im Eis Äh wie im Lava Lava Dungeon Hier Damage Oder Gefühlt wird er Kriegt er Alle Statuseffekte Kriegt Hurdengurk ab Wenn es Statuseffekte gibt Dann kriegt er sie immer ab Er wird zum Stein Er wird vergiftet Er wird gelähmt Immer wieder Eine Falle Weißdrache Äh Ja Hör mal so eine kleine Heilung heraus Damit er mir nicht hier wegstirbt Ein bisschen blitzi blitzi Sieht dann eigentlich Der zweite Teil Und der dritte Teil Von der Grafik her Im Pixel Remaster Genauso aus Wie der hier Sehen die alle Drei gleich aus Ja Ja Okay Bitte gib mir Debuff Gefühlt ist er das wirklich Hat er das wirklich Hinten drauf stehen Seelenschinder Oh jetzt haben sie die Namen Das ist ja quasi Der deutsche Name Für mein Flyer Oder Oder heißen die Doch die heißen doch bei uns immer Seelenschinder oder Hießen die in In Ballus Gate 3 hießen die glaube ich auch immer Seelenschinder oder Ich glaube schon Gedanken Stimmt die hießen Gedanken Stimmt Stimmt True 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 Dad Die Gang Die Gang einfach Die Boys Die Boys Soulflyer Gibt es die auch In D&D Universum Soulflyer Aber ja Gibt mehr Sinn Mind Flyer Soulflyer Äh Ne Mein Hello Fresh Code Ging nur bis Ja War nur über April über 9.900 Deal Sechs Kissen ist ne Falle Ja Es sind alle Fallen Einfach 80% Alle Kissen im Spiel sind Fallen Was war zuerst da Final Fantasy oder D&D Juhu Schneewolf Die sind ja cute Aber egal wie alt Final Fantasy und D&D Am Ende ist alles nur ne Jojo Referenz Gibt's Soulflyer D&D Ist ein CRR CR9 Monster Das ist schon mies gefährlich Was ist CR? Drei Fallen Drei Fallen Sechs Kissen Drei Fallen Gute Quote eigentlich Bin anderes gewöhnt Challenge Rank Challenge Rank Was heißt denn CR im Fußball Close Close Ring Cristiano Ronaldo Achten Dein Maul Hab ich sechs Kissen Sechs Fallen gesagt? Ich wollte eigentlich sagen Sechs Kissen Drei Fallen Gute Quote Junge Boongo hat schon Über 300 Leben Wieso hat der Weißmagier Hier so viel Leben Der überholt gleich Unseren Hugengruck Ah Cockring Also Bro Oh no Das sind die Steinvögel Wieder Chat Boah Angst Vielleicht Hab ich Glück Mit Irrsinn Ich hau mal Einen Folge raus Verfehlt Stein Kein Stein Kein Stein Kein Stein Okay Wie gesagt Er kriegt immer Er kriegt immer Alle Statuseffekte ab Mega ey Folger Folge einfach Viel zu krass Eta Schmieter Boah 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 Dein Krieger braucht ne Schleife, ja. Ah, solange Shining Flame nicht versteinert wird, ist alles gut. Ja, wenn alle versteinert sind, ist Game Over. Ja, ich kann fliehen, aber die sind schneller als ich. Also, die sind immer vor mir dran. Bevor ich versuche zu fliehen, greifen die erst alle an. Die haben alle ne sehr hohe Agilität, I guess. Und der Gepäck-Boy, danke für 5 Monate, man. 10.000 Gil. Die Boys haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Das kommt mal auf Speed an. Ja, Agilität meine ich ja damit. Ich weiß nicht, wie der Stat hier heißt. Ich hab's jetzt einfach Agilität genannt. Aber ja, Agilität, Initiative, Speed, wie auch immer. Hm. Agilität, ja. Ich denke mir, es hängt von der Agilität ab, wann wer dran ist. Die Geister mal wieder. Bum, 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 bum. Neuer Marathon, ja. Wir haben letzte Woche Mario beendet. War ein Grandier-Marathon, ja, ich weiß nicht. Ich denke nie. Gibt jetzt auch nicht so viele Spiele. Bum, 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 bum. Ich glaube, wir können langsam wieder, ähm, random Encounter ausmachen. Bum, 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 bum. Also nur bei 13 vermutlich. Aber ansonsten ohne. Höh? Ach so, ich bin ja runtergefallen, bin quasi wieder komplett hochgeklettert. Und bin jetzt wieder durch den Hauptausgang rausgekommen. Das ergibt Sinn. Du willst doch bloß nicht versteinert werden. Doch, aber es zieht sich halt gerade. Ich glaube, ich bin schon recht stark genug für den nächsten Boss, dass ich jetzt denke ich mal skippen könnte. Hab ja jetzt wieder ein paar Level gemacht. So, wir gönnen uns ne Hütte. Haus aufgebaut. Ja, ich hab auf Hitbox Grandier 1 und 2 gespielt. Es gibt 4 Grandier-Spiele oder so. Also 1 bis 3 und Grandier-Extreme. Das ist halt wirklich einfach fucking Grandier-Extreme oder so. Das einzige Grandier, was ich nicht durchgespielt habe. Ich hab 3 durchgespielt dann. So. Hier jetzt aufpassen vor den Löchern. Eine Falle. Dunkelmagier. Extreme ist eigentlich ganz nice eigentlich. Ich weiß nicht. Ich hab's damals halt nicht lange gespielt. Vielleicht wird's mir heute besser gefallen. I don't know. Aber es war ja so ein Dungeon-Crawler-Ding, dass du die ganze Zeit nur in einer Stadt bist. Und dann geht der Dungeon immer tiefer und tiefer. Und dann gehst du immer wieder zurück in die Stadt. Machst irgendwas in der Stadt. Gehst wieder in den selben Dungeon rein. Und für mich war Grandier halt immer so, Adventure! Man zieht los, lernt die Welt kennen, erlebt Abenteuer. Chat, kann das sein, dass ich hier gar nicht weiterkomme? Dass ich erst hier irgendwelche Stiefel brauche, um über diese Dinger zu laufen? Ich komm wahrscheinlich noch gar nicht weiter, ne? Doch, kannst du's schaffen? Dritter-Bester-Teil? Neee. Vielleicht ohne Rennen? Vielleicht bist du dann was grad dran. Wahrscheinlich sagt das irgendein NPC in einer der Dörfer. Wenn du über Eis läufst, dann musst du vorsichtig sein. Geh lieber ganz langsam. Einen bestimmten Track in Final Fantasy 3 verbinde ich immer nur mit FFXIV. Weil er in FFXIV wahrscheinlich vorkommt. Hier Eternal Wind, I guess. Der Shadowbringers Trailer Song. Oder generell die Crystal Tower Musik oder so. Die kommt ja auch erst auf FFXIV. Ja, okay. Was wohl der Bauer aus der einen Stadt wohl macht? Er ist halt Bauer und? Lass ihn doch! Okay. Wie ging das? Nein. Jetzt geh ich. Nee. Geht nicht. Doch, Bros. Save 3 ist der Beste. Allein grafisch und mechanik-wise bockt das am meisten. Nee. Ich fand die Dungeons dort so alle Arsch langweilig. Die waren so lang und so langweilig. Und ich mochte die Charaktere in 2 und 1 lieber. Das Intro aber in 3 war geil. Ja, der Blackmatch sieht von vorne ein bisschen chonky aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Blob oder so. Ja, ja. So ein Blob. Ich glaube, ich brauche dafür irgendwie Schuhe oder so. Müssen wir erst irgendwo finden. Irgend so Schnee-Eisschuhe oder so, dass man nicht einbricht. Ich glaube, da können wir noch nicht weiterkommen. Ich habe immer gedacht, das sind so die Oberschenkel einfach. Und er läuft so breitbeinig. Hahaha, Junge. Nein, diese Hände auch noch. Wie diese Hände wackeln. Das wäre wirklich so ein dicker Blob. Eigentlich hält er halt seine Kutte so hoch, ne? Aber ja. Nein, er ist nicht Cartman. Was ist denn hier? Auf der Map ist hier nichts markiert. Ist das einfach nur so eine Kasse? Hm. Vielleicht kommt hier später was. Den zweiten Teil nennen wir ihn Garten. Garten. Den zweiten Teil haben wir schon feste Charaktere. Mit festen Namen und so. Ekelhaft, ich weiß. Ich werde ihn nicht BIN nennen. Ich werde ihn den Standardnamen nennen. Ich werde ihn nicht, wenn wir so weit sind. Ich werde ihn nicht bei Final Fantasy 8 oder so. Dann plötzlich den Protagonisten irgendwie Daniel nennen oder so. Weil einer von euch Daniel heißt. Ihr kennt mich mal. Ich habe hier die Namen gegeben, weil die hier keine Namen haben. Hier wollte ich gar nicht hin. Aber was ist denn hier? Oh, Matheus Cave. Ich will... Ich will... Mann, ich bin die ganze Zeit verwirrt, wie man Karte aufmacht. Warte, wir können auch von hier aus dahin. Scheiße. Können wir nicht. Ne, doch. Jetzt müssen wir trotzdem hier lang gehen. Wenn ich zum Matheus Cave komme, dann komme ich doch auch zum Anfang. Hier entlang. Ich will in die Anfangsstadt kurz mit der Tänzer reden, was die sagt. Ich möchte bei allen Daniels, äh, für Kegis Disrespect entschuldigen. Na, tu das. Ich bin eine süße Tänzerin. Bitte, ihr wollt mit mir tanzen. Nicht so stürmisch, Freunde. Hi, hi, hi. Ich weiß gar nicht. Lass uns deswegen einfach das Tanz bei schwingen. Herr Chat, die soll doch mir Tipps geben. Wieso weiß die auf einmal gar nichts? Soll die mir nicht, soll die mir nicht Tipps geben? Hieß es nicht so am Anfang des Spiels? Wenn du nicht weiter weißt, geh zu der Tänzerin. Wer hat das bitte gesagt? Ja, irgendeiner hier in der Stadt? Am Anfang? Irgendwie der König selbst oder sein Gehilfe oder so? Ich glaube, sie macht das aber auch nur am Anfang. Sie heißt Daniel. Sei verflucht, Daniel! Okay, dann schwimmen wir nach Norden. Im Norden haben wir auf jeden Fall noch was. Jetzt mit dem Kano. Nicht der Opa hinterm Haus? Nee. Der Opa hinterm Haus hat einen normalen Tipp. Also das ist das normalen Tipp. Also irgendein Stani-Tipp, der immer der gleiche ist. der sich nicht ändert. Sehr ehrenwerter Weise. Lukan braucht auf, um einen Halbmond zu finden. Sagt, habt ihr schon den fliegenden Schiffen gehört? Der Elfen-Prophet soll etwas darüber wissen. Vom Levitaniv ist die Rede. Okay, das ist neu. Das hat er vorher nicht gesagt. Levitaniv, der Elfen-Prophet also. Was für Elfen-Prophet, Diggi. So. Hier kann ich doch bestimmt irgendwo mit meinem Kanu anlegen. Ich kann ja nirgendwo mit meinem Kanu anlegen. Doch. Ne. Hier vielleicht. Einer der Elfen hat darüber gesprochen, dass er ein Prophet ist? Echt? Ich hab's verdrängt. Ich hab's verdrängt. Ich hab's verdrängt. Ich hab's verdrängt. Äh, in Elfen-City oder wo? Palast der Probe. Ach. Krieg ich hier neue Klassen? So, so. Ihr seid also im Besitz der Krone und wollt nun euren Mut unter Beweis stellen. Wenn das euer Wunsch ist, nehmt Platz auf dem Thron, der euch weiterhin das Palais führen wird. Den Beweis eures Mutes gilt es zu finden. Mögen die Götter euch genädigt sein. Digga, wo ist der Thron? Soll ich mich nicht irgendwo draufsetzen? Ach hier. Ist das DLC? Oh, das Lied ist hier schön. Dafür, dass du was gegen meinen Namen hast, hätte ich dir den Tipp eigentlich nicht geben dürfen. Ich hab nichts gegen den Namen Daniel. Das war einfach nur der erste Name. Ich wollte damit einfach nur sagen, ich will nicht Squall irgendeinen anderen Namen geben, als nicht Squall oder so. Hätte jetzt auch Florian sagen können. es stimmt, die Random Battles. so. Gibt es hier Kämpfe? Ich habe sie wieder ausgemacht. Oh mein Gott. Ich werde den Defensiven nicht Leon nennen. Und auch nicht Ricky. In drei können wir wieder benennen. Ich habe wieder ausgemacht. Nee, die waren an. Minotaurer Zombie. Okay. Und tot. Wie stark sind die? Okay, nicht so stark. Nefirion ist aus zwei. Den dritten hatten ja auch keinen richtigen Namen. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis, oder? Okay, hier habe ich angefangen, glaube ich, oder so? Nesidia heißt der Zwiebelritter. Zwiebelritter ist halt nur eine Klasse. Die dort vorkommt. Aber ja, keiner der Charaktere heißt Zwiebelritter. Im Remastered haben sie echte Namen bekommen. Okay. Also du meinst jetzt im Remake auf dem DS, oder? Leute, ich kann mir doch die Dinge nicht merken hier. Ich bin jetzt so doof dafür. Medusa, oh no. Ich habe Angst. Ich mache die gleich Stein aus mir. Also die schon mal nicht. Oh, der hat gerade sein Schild rausgehört. Oh. 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 Junge. Ich habe ihn gerade gehypt, weil er sein Schild rausgeholt hat und geblockt hat. Was ist das für ein Typ? Wieso kriegt er alle Statuseffekte ab? Ja gut, wahrscheinlich hängt das vom Dingens ab. Von der Magieverteidigung. Der hat wahrscheinlich die geringste, oder so. So, jetzt bin ich hier richtig. Rakshasa. Oha. So was wie 10-2, 13-2, äh, MMOs auch. Mal schauen, wie weit das wir erst mal kommen. Mal schauen. B, 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 B. Okay. Ja, das ganze Team schläft. Perfekt. Was soll schon passieren? Okay. Rakshasi. Rakshasa gibt es auch in D&D. Ja, aber das ist ja auch aus Folklore oder so. Ja, das ist die Pixel-Remaster-Version. Dass es nicht die NS-Version ist, da kennst du an der Musik. Könnt ihr bitte aufhören mit dem Schlaf? Und Luke, danke schön für 10 Monate Prime. Vielen, vielen Dank. Und jetzt auch noch Gemach. Der Magier schläft. Ich brauche den Magier. Wach doch endlich auf. Er ist wach. Eins. Okay, Blitz macht ja auch nicht so viel Damage bei denen tatsächlich. Okay, wenn ich ihn nächstes Mal treffe, mache ich direkt Folger oder so rein. Oder Blitzke einfach. Löschung. Das ist sowas für eine Falle, oder? Das ist ja sowas für eine Falle. Wie schon mit diesen zwei Podesten, rechts und links. Das ist sowas für eine Falle. Ja, ist einfach Excalibur drin. Gewonnen. Spiel durchgespielt. Hey, Kaioma. Ja, ich habe zwar nur noch 22 Potions, aber... Was? Keine Falle? Ich habe zwar noch... nur noch 22 Potions, aber ich habe ja noch Ether und so. Hier sind vier Portale, die ich nehmen könnte. Ich nehme den weit entferntesten. Ich habe halt noch Ether und die können ja dementsprechend auch sich alle dann heilen damit. Einfach Dämon. Er ist einfach Dämon. Gelehmt. Gelehmt. Junge, was ist dieser Damage? Von einem Cryger. Jetzt 23. Schwarze Pikachu? Wo ist Schwarze Pikachu? Schwarze Pikachu war ein Dämon? Ist das die Lore dahinter? Ich habe keine Ahnung von meiner eigenen Creepypasta. Scheiße, ich wollte den hintersten nehmen. Lol. Lol. Das war richtig? Oh, shit. Vier Stück. Oh, shit. Vier Stück. Wie viel hat der Agilität, der Shining Flame? Jo, Hellenrost. Das sind ja hübsche Ponys. Trage ich es tiefer in der Kegi-Lore als Kegi-Selbst. Ich dachte, die Lore davon war, dass Creepypasta in waren und du keine Nudeln mehr hattest. Verstehe ich nicht. Stimmt, der heißt ja Demon, das schwarze Pikachu. Oh mein Gott. Ich bin so dumm. Heiler Stab! Heiler Stab! Ein Stab, der als Item im Kampf Heilung wirkt. Okay, probieren wir mal aus. Ach, Creepypasta wegen Pasta und Nudeln. Ich bin heute irgendwie nicht auf der Höhe, um eure ausgeklügelten Jokes zu verstehen. Ich bin heute irgendwie zu dumm. Okay, jetzt, was passiert jetzt, wenn sie es angreift? Warte, bevor die wieder mit Schlaf anfangen, wollte ich direkt einen Blitzker raushauen. Ich glaube, ein bisschen zu stark, oder? Zauern, Leute. Stahlanschuhe. Frostschwert. Rubinreif. Oh, Rubinreif ist was Neues. Für Shining Flame. Nice. Shining Flame überlebt jetzt vielleicht einen Schlag mehr. Das ist die Nachwirkung von Mario Maker gestern. Du gehst auf Items. Achso, kann ich das da gleich auswählen? Items. Oh, okay, das ist ja cool. Das ist ja cool. Und das kostet kein Mana? Kein Mana! Wir haben kein Mana mehr. Oh, er verfehlt. Test. Test bestanden, White Black. Ich habe kein Mana. Nicht genügend Mana. Ich kann das nicht ausführen ohne Mana. eine Falle. Yo, wieso stehen die in so einer sexy Pose? Holy shit. Oh, oh. Tongohlem, Alter. Chill. Calm the fuck down, Digi. BW ist so ikonisch. Wir vorher scheinen wohl nicht deren Schwäche zusammen. Aber das ergibt Sinn. Das sind Tongohlems. Die wurden schon vorher gebrannt. Damit sie Tongohlems werden, ne? Die sind also resistent gegen Feuer. Das ist smart. Dann machen wir Eisra. Wir kühlen sie wieder ab, damit sie spröde werden. Und brechen. Okay. Ich glaube, die sind generell resistent gegen Magie. Oder sie sind resistent, aber haben wahrscheinlich eine hohe Magieverteidigung. Gronklets. Ich habe jetzt eine Ritterrüstung hier. Was sind denn Gronklets? Nein. Bleib bei deinem Heiderstab. Der gefällt mir. Keiner kann die Gronklets tragen. Was sind denn Gronklets, Alter? Wahrscheinlich Faustwaffen, oder? Nee. Nee. Aber True. Ich kriege ja... Nee, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber irgendwie keiner von denen das tragen. Frodolin, Dankeschön. Frodolin einfach. Nicht Frodoline. Frodolin. Dankeschön für 30 Monate. Vielen, vielen Dank. Monk Waffe. Ja, darauf wollte ich gerade kommen. Und zwar... Wir kriegen irgendwie doch nichts Spezielles für die anderen Klassen, die wir gar nicht spielen. Passt sich das... Passt sich das an? An welche Klassen man spielt, dass man einen anderen Loot bekommt? Hier ist ein Gronklets. Handschuh, die als Item im Kampf Blitzravi... Boah. Geil. Rattenschwanz. Rattenschwanz. Moment, ist das Odin? Drachenzombie. War da nicht was mit Rattenschwanz und Odin? Ist der Typ, der da gerade vorm Stuhl sitzt, nicht Odin? Aber Rattenschwanz war, glaube ich, auch generell irgendwie ein Quest-Item, was wichtig war, um gegen Bahamut zu kämpfen oder so, oder? Oder ein Rattensch... Irgendwie sowas. Oder Rattenschwanz brauchte man, um gegen Odin zu kämpfen? War das nicht irgendwie so? Für Jobwechsel war das... Vielleicht verwechsel ich gerade den Namen. Aber irgendwas mit Rattenschwanz war doch, um... Ähm... Um auf diese eine Insel zu kommen, wo Bahamut war. Und vorher musste... Vorher musste man irgendwie Odin besiegen oder so? Drachenzombie, okay. War da was für Job-Upgrades? Ja, das ergibt Sinn, weil wir sind hier gerade bei so einem Test. Wir sind ja bei so einer Prüfung. Das ergibt Sinn, wenn wir hier dann etwas für einen Job-Upgrade bekommen. Es gibt hier ganzen Summons schon in Eins? Nee, es gibt hier noch keinen Beschwerer. Du musst mit Rattenschwanz quasi zu Bahamut. Okay, dann war's das. Er ist jetzt weg. Du... 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 Denkst du, du kommst heute komplett durch? Äh... Ist da nicht noch einiges, was ich machen muss? Und zu Bahamut... Bahamut, die war ja irgendwo hier oder so, auf diesen kleinen Inseln, ne? Und zu dem komme ich ja, glaube ich, erst später, wenn ich Flugschiffe oder so habe. Oder man kam irgendwie vom Festland durch ein Loch, dann hier in den Löchern raus oder so. Du, du, du... Du, du, du... Weißt du, ein komischer Pokémon-Teil? Ja, ich suche gerade nach... Glutexo. Glutexo! Ich suche den gerade. Der sollte wohl irgendwo hier sein. Da bin ich. Ich komme hier nirgendwo an Land. Ähm... Also habe ich irgendwo was übersehen? Warum genau Glutex? Ich habe keine Ahnung. Wo habe ich denn was übersehen? Oder dieser Stein in der Eishöhle war wirklich... Stimmt, zum Propheten. Ich habe wieder Propheten vergessen. Oder dieser Stein in der Eishöhle war wirklich dieser Levi-Taniv. Und dieser Levi-Taniv... Äh... Wurde ja gesagt, damit kann man ja Flugschiffe machen. Und wir gehen jetzt wahrscheinlich zum Propheten. Und der Prophet klärt uns über diesen Levi-Taniv auf. Und erklärt uns, wie wir in der Eishöhle... Äh... Über diesen kaputten Boden laufen können. Das wird wahrscheinlich jetzt das Ding sein, ne? Das ist nicht die Elfen-City. Und hier gab es einen Typen, der gesagt hat, ich bin Prophet. In der... Hier draußen in der Stadt. Oder in der Festung. Ich bin ein Prophet. Zu gegebener Zeit werde ich meine Prophezeiung aussprechen. Doch bis dahin müsst ihr euch Geduld üben, mein junger Kämpfer. Der Kristalle. Ne, guck. Wir sind noch nicht so weit. Über einem halbmondförmigen Fluss nördlich eines hitzigen Berges. Dort schläft der Stein der Lüfte, der Levi-Taniv. Über einem halbmondförmigen Fluss nördlich eines hitzigen Berges. Chat. Das ist doch die Eishöhle. Da ist der Sichelmond. Hier ist die Eishöhle. Äh, die... Die Feuerhöhle. Der hitzige Ort. Und über dem hitzigen Ort... ...ist die Eishöhle. Ja, irgendjemand... Also... Irgendjemand muss mir sagen, wie ich da drüber komme. Irgendeiner der NPCs redet darüber. Wir brauchen einen NPC, der uns was flüstert. Ja. Moment. Ich hörte eins von einem fliegenden Schiff, das die Lüfte beherrschen soll. Es soll irgendwo vergraben sein. Okay, es gibt aber auch ein richtiges Luftschiff. Ich dachte, wir werden unser Schiff dann verzaubern. Ist ja nicht sogar das Grab von Link. Ja, das ist hier. Hier ruht Link. Die zehn Leute, die im Kreis stehen. Ja, mit denen habe ich ja allen schon gesprochen. Die zehn Leute, die im Kreis stehen. Ich glaube, wirklich mehr Tipps gibt es nicht. Das muss doch safe irgendjemand über... ...über das Eis reden. Das muss doch irgendjemand über das Eis reden. Oder ich habe irgendwas beim Eis übersehen. Oder es gibt vielleicht ein Eisfleck, der nicht kaputt geht, Leute. Ist es einfach das? Wie vorhin gesagt, du hättest das schon schaffen können. Okay, dann gehen wir nochmal zurück in die Eishöhle, ne? Minecraft, gleich bestimmt. Weiß noch nicht. Gleich irgendwann bestimmt. Und Neptuns. Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank. Hat er bei der Stelle damals auch Probleme. Apropos Minecraft. Ich glaube, wir müssen uns so ein Minecraft-Boot basteln. Und mit dem Minecraft-Boot können wir dann über das Eis rutschen. Ich habe es durch Zufall herausbekommen. Hey, Pauli. Was geht ab? Wir sind kurz vorm Finale von Devil May Cry 1. Ja, sag ihm, er denkt, wir spielen hier Devil May Cry. Er denkt, wir haben einen Devil May Cry Marathon. Aber sag ihm das nicht, dass das kein Devil May Cry ist. Ja, doch, alles gut. Vielleicht kommt Vergil. Ha, ha, Dante ist so ein lustiger Charakter. Sick in Smokin' Style. Dicker, ich habe keine Ahnung von Devil May Cry 1. Kommt hier mit Nero, Angelo, Alter. Einfach der fünfte Bruder der Ninja Turtles. Tja, was habe ich hier nicht gecheckt? Kann ich die Kiste schieben? Probier mal die drei rechts. Schade. Ich habe ein Video zu Devil May Cry 1 gemacht? Nee. Ich habe früher viel Scheiße über Videospiele geredet, über die ich keine Ahnung hatte. Und so getan, als hätte ich voll das Wissen. Aber über Devil May Cry 1 habe ich nie geredet. Was ist eigentlich da oben? Früher? Ja, früher. Kannst du dort nicht deinen Feuerzauber anwenden und einfach alles wegfetzen? Nee, leider nicht. Ich wünschte, es wäre so. Leute, hier war ich noch gar nicht drin. Hier geht es doch tiefer! Ich habe es gefunden. Ich habe diesen kleinen Crack da übersehen. Teufelsauge! Wer ist der denn, Alter? Nee, ist kein Boss. Das ist normale Kampfmusik. Brink! Okay. Leveitaniv! 500 Gegner getötet. Der sah cool aus! Ich finde mal ein Mob des Snapsen. Nee, ich hab kein Adia mehr! Es gab sogar eine Goldtrophäe für die 500 Gegner, Lull. Einfach easy Goldtrophäe. Ja, die Gegner sind cool. Generell das Pixel-Art-Gedöns hier ist recht hübsch. Ich hab irgendwie diesen Raum hier komplett verdrängt. Also ich bin hier mehrmals vorbeigelaufen, aber... Mehrmals hier vorbeigelaufen, aber irgendwie... Ich bin irgendwie nur bis zur Hälfte so reingelaufen und bin wieder rausgelaufen. Nie ganz durchgelaufen. So einen dummen Fehler gemacht. Und dadurch jetzt irgendwie eine halbe Stunde rumgeirrt. So, jetzt gehen wir mit dem Levita-Niniv, denke ich mal, zum Propheten. Huch! Sackgasse! Warte, ich guck mal kurz, was da steht. Ähm... Ein rätselhafter Stein, der stets Richtung Himmel schwebt. Vielleicht muss ich jetzt einfach nur in mein Schiff einsteigen und mein Schiff schwebt direkt. Nee. Moment, Moment, Chat. Es wurde gesagt, in der Wüste. Das ist es hier, ich muss hier hin. Die haben von irgendeiner Wüste geredet. Haha! Let's go! Luftschiff erhalten. Und das sogar ohne Sid. Der Elfen-Prophet heißt bestimmt Sid. Uns steht nun die Welt offen. Auf geht's zu Bahamut! Was ist das für Ska-Musik, Alter? Ah, Junge, der Song! So. Hallo? Hallo? Kann man nicht überall landen? Na, hier geht's! Drachenhöhle! Das ist es! Hier ist Bahamut, oder? Bahamut! Bahamut! Unerschlokkern und willensstärk müsst ihr sein, wenn ihr das Palais der Probe... Okay, doch nicht. Ist das hier noch ein Palais der Probe? X-Potion! Oh, der redet über ein anderes Palais der Probe. Über das Palais der Probe, wo wir schon drin waren. Darüber redet er wahrscheinlich. Weiße Stimme! Bip, 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 bip. In längst vergangenen Tagen haben Menschen und wir drachen gemeinsam in Frieden gelebt. Das war leider Glurak. Aber wir suchen immer noch Glutexo. Glutexo hat keine Flügeln. Okay, da kann ich komisch weiß nicht landen. Okay, man muss wirklich perfekt auf dem Grün landen. So lange Zeit waren die nötliche Region berühmt für ihre wunderschönen Tempelanlagen und ihre Schlösser, die mit mechanischen Vorrichtungen versehen waren. Aber das ist lange her. Bahamut! Wir sind Drachen des Ghanischen Archipels. Wir sind friedlich gesinnt und verabscheuend sinnlose Gewalt. Ja, ich auch. Ich hasse Gewalt. Menschen, wie euch trifft man in unserem Reich selten. Solltet ihr wahrkeitsige Abenteurer sein, empfehle ich euch Drachenkönig Bahamut, um eine Audienz zu suchen. Ja! Wo ist er? Das ist Bahamut, der Glutex und des Final Fantasys. Das sieht nach Bahamut aus. Das sieht nach Bahamut aus. Also nehmt euch in Acht. Mit seinen Argus-Augen erkennt Drachenkönig Bahamut den wahren Mut, der in euch steckt. Juhu! Menschen, die wahren Helden in Mut unter Beweis stellen und denen ich aufrichtig meinen Respekt zollen kann, gibt es nicht mehr viele. Doch in euren Augen sehe ich Kraft und euer freundschaftliches Band ist eure wahre Stärke, wie es der Rattenschwanz bekundet. Ja! Rattenschwanz steht für Freundschaft-Chat. Wie versprochen soll euer Mut belohnt werden. Ich verleihe euch hiermit den Rang von Helden. Rattenschwanz Tom... Rattenschwanz zu suchen. Rattenschwanzorm. Lass boh. Neue Rüstung in Chat! Haha der Schwarzmagier ist blond. Junge, der Krieger ist ja its justeylt, er hatками einfach die Haare zurück ge cellsed. Alter, dann hängt hier so eine Locke runter. Der Weißmagier ist einfach derselbe, der Rotmagier ist einfach derselbe Typ. Hat er sich überhaupt verändert? Und die Rote, die Weißmagierin ist einfach eine hotte Ginger. Diese Hände, Alter. Dieser scheiß blonde Typ, wer ist denn der, Alter? Boom, go, es ist raus, du bist ein Girl. Ja, jetzt haben wir eine neue Klasse, jetzt haben wir irgendwie eine höhere Stufe erreicht. Jetzt sind wir Ritter, Rotmagus, Priester und Schwarzmagus. Vorher waren es Krieger, Rotmagier, Weißmagier und Schwarzmagier. Jetzt ist es ein Argus, Alter. Us. Hattet ihr schon eine Audienz beim Drachenkönig? Ja, ja, ja. Amogus, Schwarzmogus, Weißmogus. Ja, er war vorher Vivi, jetzt ist er irgendein blonder Typ. Jetzt ist er einfach irgendwie so ein blonder Typ. Super, Äther. Goldnadel. Junge, diese Hände. Ja, jetzt steht uns die Welt offen. Jo, Wasserfallen. Mit der Song kann er die Kapuze wieder aufsetzen. Ja, im Osten sind noch vier Orte, die wir nicht besucht haben und im Westen sind noch drei. Kann ich hier landen? Landen, landen, landen. Oh mein Gott, man kann ihn nirgendwo landen. Decker, man kann ihn nirgendwo landen. Hier? Ich muss hier landen. Und dann bis hierhin nur hierhin laufen. Stimmt, das Schirm sieht aus, er hat es Augen. Es ist einfach so ein Kirby. Kirby-Transformation. Es ist irgendwie so eine Kirby-Verwandlung. Kirby hat ein Luftschiff eingesaugt. Die gezwungene Landfläche, äh, Landefläche für Fights, ja. Die Schweine. Ja, gehen wir erst mal nach. Uh. Kristel, Kristel Tower. Gehen wir erst mal nach Osten. Schmosten. So, wir haben hier. Also, ich bin auch nicht mehr gesund. Wieso lasse ich noch mal ein bisschen irgendwo da landen? Man darf wirklich nirgendwo landen. Hier darf ich landen. Die Schweine. Ja, gucken wir mal an, was es hier so für Gegner gibt, ne? Äh, und an sich haben die Stats, ich weiß nicht, ob die Stats sich verändert haben, aber im Grunde, weil wir jetzt eine neue, weil wir jetzt Helden sind, können wir, glaube ich, jetzt neue Zauber lernen. Von höheren Stufen. Habe ich gerade wieder ausgemacht? Oh mein Gott, ich habe wieder ausgemacht. Oh, das ist eine wichtige Stadt, glaube ich. Warte, wie ist die? Stadt Onlack. Ich glaube, die war wichtig, weil... Oder ich verwechsel die gerade. Mitsamt seinen vielen Schätzen soll der Meerestempel untergegangen sein. Gold, Silber und Diamanten. Auch irgendwelche Steinplatten, auf denen mysteriöse Schriften eingraviert waren, soll es im Tempelinneren geben. Da müssen wir hin, Chad. Lufinianische wurden vor grausamer Zeit, äh, graumer Zeit von den Himmelmenschen gesprochen. Mein weiser Bruder Une ist auf der Suche nach dem Rosetta-Stein. Mit ihm soll man angeblich Lufinianisch sprechen können. Okay. Une... Waren das irgendwie so zwei Une und... Une und Magi oder so? Weiß nicht auch so, die kamen auch in FF14 vor. So zwei... Zweiweise. Une und irgendjemand. Une, Schmune. Mio und Magi. Mein Vater zieht immer mit der Karawane durch das Land. Dieses Mal wollte er in die westliche Wüste reisen. Im Norden, in der Wüste, gibt es eine kleine Oase, wo er immer eine Pause einlegt. Hoffentlich kommt er bald wieder nach Hause. Sind das eure eigenen Beine, die euch tragen? Oder geht es hier mit unechten Dingen zu? Was? Sind Beine in der Final Fantasy 1 Welt sowas Besonderes? Was? Stärken. Steigert die eigene Attacke und Präzision. Die eigene? Blind. Verzerrt. Versetzt einen Gegner in den Zustand dunkel. 30k. Die will meine Beine, glaube ich, haben. Genau, Doga. Doga und Une. Aber Une ist dann wahrscheinlich jemand anderes. Doga und Une kommen, glaube ich, in dem vierten Teil von. Was wollt ihr lernen? Ex-Tod. Erschwert bei allen Gefährten die sofortigen Kampf um Fähigkeit. Halt die LP der ganzen Gruppe vollständig. Ui. Ex-Tod mit. War gerade bei meiner Mutter. Meine Haare sind jetzt ungefähr auf deine Länge. Lüge. Zeig Foto. Hiegs Dreck aber auch. Was ist? Was steht ihr da und glotzt? Das Leben ist einfach nicht gerecht. Nicht mal die Fische wollen anbeißen. Was bleibt mir da anderes übrig, als zur Pulle zu greifen? Hä? Okay. Kope sprach heute Morgen von etwas Glänzendem, das vom Himmel gefallen sein soll. Ui. Der Rosetta-Stein. Vor 200 Jahren soll diese Stadt mal eine richtige Metropole gewesen sein. Schaut mal auf meine Beine. Sind sie nicht schön? Es ist so lustig, Beine zu haben. Schaut doch nur, wie ich springen und tanzen kann. Was haben die plötzlich mit ihren Beinen? An der Hill von der Karawane hat etwas Komisches dabei. Okay, wir müssen zu dem Karawanentyp. Der ist ja irgendwo in der Oase. Schon mal vom Luftwasser gehört? Schon mein Urgroßvater erzählte mir Geschichten über einen Tempel, der vor 200 Jahren im Meer versunken sein soll. Der Geschichte nach sollen dort nun mehr Jungfrauen hausen. Geil. Was für Freaks. Sakaguchi einfach Fußfetisch ausgelebt hier. Ich dachte, das ist die Stadt, wo man so einen super krassen Zauber bekommt. Irgendwie musste ich gerade daran denken. Holy oder so, glaube ich, war das, oder? Ich dachte, das ist irgendwie die Stadt hier. Die erinnert mich irgendwie vom Layout daran. Das ist ein Drache. Jetzt bin ich aber baff. Ihr zerbrechlichen Menschen seid dem Drachenkönig, beim Drachenkönig gewesen? Kannst du mal sehen, ne? Kannst du mal sehen, ne? So, wir müssen in die Oase. Oder Sanctus. Oder so, irgendwie sowas. Holy Sanctus. Wir sind jetzt wahre Helden. Wir sind nicht mehr einfach nur irgendwelche gewöhnlichen Typen. Guckt uns an. Geiler Damage. Das Geräusch gerade. Als wäre so ein Skelett zusammengebrochen. Wenn sie mit dem Stock haut. So ein Minecraft-Skelett. Ja, ich denke mal, da müssen wir reinlaufen. Hier soll irgendwo was sein, aber ich sehe hier gar nichts. Okay. Das ist hier irgendwo. Vielleicht hält der Schwarzmogus ja auch ein wenig mehr aus. Ein halbem mehr oder so. Ja, mal schauen. Aber der Red Mage steht jetzt voll cool mit seinem Cape da, wenn er castet. Aber der Red Mage hat jetzt nicht mehr so eine Robe, jetzt hat er so ein Cape, ne? Roten Magier zeigt jetzt auch den Mittelfinger. Habe ich nicht drauf geachtet. Red Mage müsste jetzt auch Folge lernen können. Oh, das wäre stark. Aber ja, das ergibt Sinn, ne? Jetzt, wo er stärker ist. Hereinspaziert! Flaschenfee, eine Fee, die in einer Flasche gefangen ist. Besten Dank. Krafttrunk steigert Kampf rüber gegen die Attacke. LP Maximum, Abwehr. Okay, okay, okay. Buffs, aha. So, jetzt haben wir irgendeine Fee. Eine Fee, die in einer Flasche gefangen ist. Hat jemand schon irgendwas von einer Fee gesprochen? Ich glaube, bisher hat, glaube ich, noch keiner von Feen gesprochen, oder? Habe ich aber auch den Propheten vergessen. Wer ist der denn, Junge? Der sieht irgendwie übelst chonky aus. Ist nah wie in der Flasche. Da ist Glutec so drin. Ja, ich wollte jetzt zum Wasserfall. Da kann man ja wohl irgendwie rein, laut Map. Ja, wer ist der denn? Dieser scheiß Alligate mit den roten Augen, Junge. 1962 gab es in Bayern in Hochschulen zu Mittagessen. Ein Liter Bier, knapp ein Liter Suppe und Mittagessen für 1,80. Starker Fact. Wolltest du jetzt alle traurig machen? Hast du geschafft. Heute bekommt man für 1,80 nichts von diesen dreien Einzelnen. Ja, das Battle-Theme war geil. Oh, ein Küsschen! Unser erstes Küsschen! Die Küsschen gab es einfach schon bereits in dem ersten Teil. Wasserfallhöhle. Okay. Trotz mal Teuermusik. Ähm, gibt es hier Gegner? Die waren recht resistent gegen Magie. Aber ich mag es, dass der Red Mage, jetzt seitdem er jetzt Rot-Margus ist, auf jeden Fall auch gut reinhaut mit normalen Angriffen. Der ist jetzt auch im Nahkampfrecht. Wable. Twitch-Chat, Normies, YouTube-Chat, Giga-Chats und die feinsten Chayas. For real, for real. For real, for real. Gründrache. Gründrache. Gründrache ist bestimmt schwach gegen Eis. Und Domseneg, Dankeschön für 14 Monate. Ich freue mich schon sehr auf den gesamten Marathon. Habe außer 1 und 7 leider keine durchgespielt. Uh. Nie dazu gekommen? Oder fanden sie alle so scheiß und hast abgebrochen? Boah, wie schnell in den YouTube-Chat geflohen, damit sie auch jetzt eine geile Chaya ist. Feinste Chaya. Wo ist denn der Weg? Da. Ich bin den ganzen Tag im YouTube-Chat. Einfach den ganzen Tag schon eine feine Chaya. Fucking Chaya, ey. Nee, ich werde bei Final Fantasy 15. Nichts, so werde ich kein Kotzen bekommen. Ich werde mich zusammenreißen. Ich werde mir Mühe geben, es nicht die ganze Zeit zu shit-talken. Damit die Leute, die es mögen, nicht die ganze Zeit genervt von mir sind, dass ich ihr Lieblingsspiel hasse. Wann sehen wir so einen grünen Drachen? Okay, der ist irgendein Roboter. Da muss ich bestimmt die Fee reinmachen. Ja, Königsmumie und Pyrolisk. Was geht denn hier ab? Da hauen wir doch mal ein schönes, geiles Blitzker rein. Bo, 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 bitte kein Stein, 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 bitte kein Stein. Leute, seitdem unsere Krieger jetzt hier Helden geworden sind, wird er nicht mehr so einfach versteinert, der Hurtengurk. Die haben ihn gerade mehrmals auf ihn draufgehauen, er ist nicht zum Stein geworden. Ich warte schon sehr lange. Benutzt Teleportal, Luftschluss vernichtet, Tiamat. Teleportal erhalten, okay. Vielleicht die Kissenfeuer öffnen? Magus starb. Magus. Christus. Jesus. Was ist ein Hurtengurk für ein Becker-Name? War einer im Chat? Ich hab alle nach, äh, Leuten Chat benannt, ich hab ausgelost. Ähm. Magus starb. Magusi. Daniels hat nie eine Chance. Doch, Daniels hätten drankommen können. Wir hatten hier einen im Chat. Wir haben hier jemanden im Chat, der öfters dabei ist, der Daniel heißt. Daniel und irgendeine Zahl hat. Der ist ja öfters hier, der Daniel. FF 15 war doch das, wo das Kampfsystem komplett anders war. Aber, ja, das ist auch schon ab, äh, ab 12 sehr anders, ja. 12, 13. Die sind dann alle schon sehr anders. Und 15 war, äh, hat er andere Probleme als das Kampfsystem, würde ich behaupten. Ähm. Ähm. Okay. Die Sache ist, wo gehen wir jetzt mit dem Teleportal hin? Hat uns irgendjemand was über das Teleportal gesagt, wenn man es benutzt? Irgendwie nicht, oder? Scheiß auf Daniel, ich bin der Andreas. Zum Luftschloss. Ja, der, 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 das Teleportal teleportiert uns zum Luftschloss. Das wahrscheinlich irgendwo in der Luft ist. Aber wie aktiviere ich oder wo aktiviere ich das Teleportal? Darüber hat noch keiner gesprochen, oder? Ein farbenfrohes Gebilde, dessen Baumaterial unbekannt ist. Ja, wir müssen mit irgendjemandem reden, der mit sich auskennt. Ich meine, die Zwerge vielleicht? Oder der Prophet. Über den Elfen. Weil die Zwerge waren doch so, ähm, so Schmiede. Und das war so ein Roboter. Und vielleicht bauen die, kennen die sich so mit dieser Technik von diesen Robotern aus. Weil die sind ja auch so Techniker und Schmiede und so. Ich will verflucht sein, wenn ich aus dem legendären Metall, ne okay. Der ist wirklich nur für das Adamantit wahrscheinlich gedacht, der Typ. Das ist auch ein Kristallauge. Cheerio! Der Spin. Äh, okay. Dann würde ich einmal bei einem Propheten nochmal vorbeischauen. Am Fuß eines halbmondförmigen Flusses unter einem Meer aus Sand. Dort haltet den Stein der Lüfte bereit. Ja, das haben wir schon. Okay. Aber das sagt wohl der zweite Prophet. Der zweite Prophet redet dann wahrscheinlich erst, wenn du den Levitani fahst. Weil der erste redet über den Levitani-Faller. Ja, die beiden Propheten sind halt für eine Aufgabe gedacht. Der erste für den ersten Teil, der zweite für den zweiten Teil der Aufgabe. Also der erste Stream ist halt echt ein Banger für den Final Fantasy Stream. Kuss. Dankeschön. Gibt es eigentlich einen Spirit Tracks für dich unter den Final Fantasy Spielen? Äh, ich denke nicht, ne. Ich mag eigentlich alle. Außer 15, aber 15 ist auch nicht so unspielbar wie Spirit Tracks. Äh, ja. Wir haben eine Fee. Und wir haben ein Teleportal. Ich habe Spirit Tracks nicht gefrontet. Der Front kam nicht von mir, okay? Ich bin nur auf die, ich bin nur auf das Thema eingegangen. Ja, dann checken wir mal hier die Stadt ab, ne. Okay. Vielleicht müssen wir damit zum Turm gehen, zum Sandturm. Äh, das könnte sein, der Turm, der in der Wüste steht. Dass ich ganz oben stehen muss und mich dann damit hochporten kann. Stadt Lufenia. Luper Gami Do. Oh, das sind die Typen, die Nolofenisch sprechen. Luper Gami Do. Hier brauchen wir jetzt den Rosetta Stein. Was hat er über den Rosetta Stein gesagt? Der eine? Dass irgendwas sein Vater Rosetta Stein schreibt. Was hat er nochmal gesagt? Sein Bruder sucht ihn. Hat er irgendwas über den Bruder gesagt, wo er hin ist? Ich möchte nur meine eigene Sprache sprechen. Halt wirklich. Diese Franzosen immer. Es ging um Ruinen unter Wasser. Ja, ja. Ich dachte halt, dass... Das Dorf uns irgendwie eher helfen wird, um unter das Wasser zu kommen. Da oben ist noch irgendwas. Ja, mit dem Rosetta Stein können wir dann mit denen reden. Stadt Gaia. Stadt Gaia. Aha. Die Fee? Oh. Perfekt. Willkommen in der Stadt Gaia. Von fremden wird unsere Stadt auch als Adlerauge bezeichnet. Südlich von hier gibt es eine Gegend, die man Adlerschwinge nennt. Eine sehr alte Stadt soll es dort auch geben. Ja, unsere Fee ist weg. Unser Schatz. Schon in der Gegend um alte Adlerschwinge gewesen. Dort spricht man eine völlig fremde Sprache. Ja, das habe ich ja rausgefunden. Mein Vater pflegte immer zu sagen, willst du Mut und Ehre beweisen, musst du ins Palis vereisen. Ja, da waren wir schon. Das finde ich ja nun echt total krass. Ihr seid fremd hier, oder? Wie seid ihr über die Berge gekommen? Seid ihr etwa geflogen? Früher hat man die Fee aus der Quelle öfter mal zu Gesicht bekommen. In letzter Zeit gar nicht mehr. Aha. Wir haben die Fee gefunden. Und befreit. Ich habe gesehen, wie etwas Leuchtendes am nächtlichen Himmel Richtung Westen flog. Ja, wir haben die Fee hierhin schon mal gebracht. Also, wenn man hier hinkommt, wird wahrscheinlich über die Fee gesprochen. Dass man die finden muss. Aber wir haben das schon erledigt. Katzenkralle. Aha. Was gibt es hier für Spells? Also, langsam wird es echt teuer, Mann. Sanktus. Exitus. Strahlt heiliges Licht aus, das allen Gegnern Schaden erteilt. Let's go. Nicht mehr Untote. Ich kann jetzt allen Damage machen. Halbiert den erlittenen Schaden. Magischen Schaden eines Gefährten. Antizett. Reduziert die Magieabwehren des Gegners. Hm? Hm? Nehmen wir alles mit? Antizett ist ja später, in den späteren Teilen, nicht mehr ein Buff, um Verteidigung zu senken, sondern ein Debuff, um Buffs zu zerstören. Stopp. Bann erzeugt einen Dimensionsriss, der alle Gegner verschluckt. Blitztod vernichtet instantan einen Gegner. Mhm. Mhm. Instantan. Hast du 1 DFF eigentlich nicht gespielt? Ähm, 11 habe ich nicht gespielt. Am Grunde der Quelle in unserer Stadt soll Luftwasser quillen, aber nur Feen können dieses Wasser heraufbringen. Okay. Wo ist die Quelle? Wie viele One-Hit-Zauber mit niedriger Prozent-Trefferschance willst du haben? Ja, es ist schon irgendwie der vierte oder so, ne? Ähm. Ach, der ist wieder so ein Stinkelkäfer in meiner Wohnung. Es soll einen Wissenschaftler geben, der die Sprache der Lufianer erforscht. Wie hieß er doch gleich? Ja, das ist der Bruder von der einen. Wer ist denn der? Ich habe die lästige Fee gefangen und der Karawana verkauft. Was dagegen? Ich habe sie gefangen. Dann darf ich damit auch machen, was ich will. Das habe ich zu Deschke auch gesagt. Trotzdem hat er mich gegrieft. Hier ist die Quelle, ne? Da gehe ich zufällig auf den Twitch-TV der Keggy Link, weil es mich interessiert, wie es so ist. Und er ist live. Was eine tolle Überraschung an diesem Abend. Was geht ab? Hi, Zoe. Willkommen. Er ist einfach live. Hey, das war alles ganz anders geplant heute. Ja, ich weiß schon, wie das geplant war. Krieg steht an. Oh, ihr habt mich gerettet, nicht wahr? Verzeiht, dass ich vorhin weggeflogen bin, ohne mich zu bedanken. Aber es war schrecklich, in dieser kleinen Flasche zu stecken und ich war verängstigt. Als Wiedergutmachung werde ich etwas vom Luftwasser heraufholen, das im Grunde dieser Quelle hervorsprudelt. Danke, denke ich. Habe ich was zu trinken? Luftwasser erhalten. Ah, wahrscheinlich kann ich jetzt unter Wasser atmen. Für das Luft- und das Unterwasserschloss. Das wir irgendwann finden. Aus dem Luftwasser quillt unendlich viel Luft hervor. Nur, ich weiß halt noch nicht, wo das Unterwasserschloss ist, ne? Das müssen wir nur suchen. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal etwas gefunden für den Unterwasser-Dungeon und etwas gefunden für den Luft-Dungeon. Jetzt müssen wir nur jeweils die beiden Dungeons finden. Unterwasser, glaube ich. Ja, das ist stark, das ist ein starker Guess. Also der Unterwasser-Dungeon, da müssen wir wahrscheinlich erst diesen Rosetta-Stein finden. Mit dem Rosetta-Stein können wir wahrscheinlich mit den Lufianern reden. Und die Lufianer sagen uns dann, wo diese Unterwasserstadt ist. Und hier in der Wüste finden wir bestimmt den Weg ins Luftschloss. Der Alosaurus einfach. Das ist jeder Dinosaurier jemals in einem Dinosaurier. So, wir probieren das Sanctus-Chat. Wie krass ist Sanctus. Okay, wir werden Sanctus nicht sehen. Oh doch! Not bad. Ich kann da nicht rein. Ich kann da nicht rein. Ich kann damit nicht interagieren. Uns fehlt irgendwas. Yo, Barretto... Barretto-Haurus. Das ist doch die Bibliothek aus Avatar. Verdammt, du hast recht. Scheiße, jetzt gleich die gruselige Eule, ne? Beben. Das war Damage. Das war gruseliger Damage. Das ist sehr gruseliger Damage. Was? Okay, Beben ist auch ein Insta. oder Insta-Kill-Move. Boah. Boah. Chat, Game Over. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Boah. Shining Flame. Hat's gecarried. Ähm. Habe ich Phoenix-Federn? Habe ich nicht. Ja, das war ein bisschen knapp. Gleich Naslock vorbei. Ich habe keine Phoenix-Federn. Doch, eine habe ich. Perfekt. Mehr brauchen wir nicht. Weil sie kann wiederbeleben. Okay, dann wissen wir Bescheid. Mit diesen Dinos ist nicht zu spaßen. Mit den Dinos ist nicht gut Kirschen essen. Boah. Starker Spruch, oder? Und Zoe, danke schön von deinem Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Ja, äh, Moment. Da ist noch am Hafen etwas. Ähm. Hier. Bei Stadt Onlack ist noch was. Graues. Das ist bestimmt die Unterwasserstadt. Ja, bestimmt. Das ist die Unterwasserstadt. Und hier sind zwei Punkte, weil der eine ist der Turm und der andere ist die Luftstadt. Das ist es. Aber ich kann damit nicht interagieren, ne? Wir müssen irgendwie was finden, wie wir da reinkommen. Wüstenbarrette. Hier gibt es doch noch ein Grün. Okay, wir machen direkt Blitzgang. Keine halben Sachen. Okay, die sind schwächer. Man merkt hier das Ü30 schon an. No Front. Halt die Klappe. Ähm. Du Goofy. For real, for real. Und jetzt denkst du dir auch, du Scheiß, ist der jung. Ist der jung. Äh, gut. Ist das hier im Wasser eigentlich? Sieht so verdächtig aus, der Pool. Der ist schon wieder. Jetzt aber alleine. One Hit. Ist irgendwas? Ist gar nichts. Und Rose, ey. Es geht ab. Dankeschön. Für 20 Monate mittlerweile. Ich würde Kegis abkaufen, wenn er das Wort Schabernack im Alltag benutzen würde. Ich habe da kurz gedacht, ich habe heute in der Stream-Ankündigung auf Discord geschrieben, wir machen Schabernack in Minecraft. Habe ich nicht. Glück gehabt. Was ist hier eigentlich diese lange Landzone? Tja, wo ist der Typ hin, Leute? Wo ist dieser Bruder hin? Warte, flieg nochmal zurück. Ähm. Wo das mit dem Bruder gesagt wurde. Und reden nochmal. Gab es gerade wieder einen Bot? So viele Bot-Phrasen gebannt und es kommen immer wieder neue. Die Pest. Die Pest. Sie lernen dazu, ja. Mein Vater zieht immer mit der Karawane durch das Land. Ne, das war nicht das. War das nicht hier mit der Rosetta-Steinschat? Tag auch. Ich bin, ich bin Coop. Und ob ich gestern was Glänzendes gesehen habe? Ich bin dann zum nördlichen Wasserfall gelaufen, weil ich sehen wollte, was es war. Es war irgendein komisches Unwesen mit vielen Schrauben und merkwürdigen Eisenplatten. Oh? Ihr nehmt das Luftwasser euer Eigen? Oh? Schon so lange warten wir auf euch. Oh? Bitte helft denen mehr Jungfrauen. Oh? Junge, hier sind einfach zwei Fliegen. Und ich habe nicht eine Klatsche. Entschuldigung, zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ich gehe kurz schlafen. Sag doch ihr 30. Ey, das sagen auch junge Leute. Zwei Fliegen mit einer Klatsche. Der Blonde von dem Haus, der hat das gesagt? Lufianisch wurde vor graumer Zeit von den Himmelsmenschen gesprochen. Mein weiser Bruder Une ist auf der Suche nach einem Rosetta-Stein. Mit ihm soll man angeblich Lufianisch sprechen können. Okay, wahrscheinlich müssen wir uns in den Rosetta-Stein finden. Und mit dem Rosetta-Stein kriegen wir erklärt, wie wir in diesen Turm im Sand kommen. Und dann können wir nach oben. Vor mehr als 200 Jahren war der Meerestempel von Onlak die Gebetsstätte der Stadt, in der das heilige Meereswasser gepriesen wurde. Doch heute ist das Wasser kraftlos und verschmutzt. Ich bitte euch, tut was dagegen. Ja, der Rosetta-Stein. Wenn du deine Rosette nicht wäschst, dann kriegst du irgendwann einen Rosetta-Stein. Das ist eine sehr unschöne Krankheit. Oh nein, Melody. Was geht ab? Hi. Tag, ich spreche aus Erfahrung. Chat, ich muss mies pissen. Ich muss mies pissen. Ich glaube, wir spielen heute kein Minecraft mehr, oder? Klingt wie Final Fantasy XIV-Dungeon-Musik. Und Dankeschön, Melody. Für deinen Prime-Star. Vielen, vielen Dank. Ausbildungsstelle und Zusage bekommen. Glückwunsch. Freut mich, Mann. So, ich muss mies pinkeln, okay? Und dann machen wir den geilen Tempel hier. Hier werden wir gegen... gegen Ariman kämpfen, oder? Dem riesigen Auge. Oder wer war der vierte? Das war... Lich, Kali, Tiamat. Und war das nicht Ariman, der vierte? Oder wer war der vierte? Das war doch Ariman, oder? Ariman, Schwariman. Aquadon! Okay, ich habe keine Ahnung, wer Aquadon ist. So, ich gehe kurz pinkeln. Okay. Was haben wir hier? Big. Very big. Big-Eingang mit zwei Ausgängen. Da ist eine kleine Tür. Und da ist eine Tür. Also ein bisschen Loot gibt es ja auch. Oh, ich habe, glaube ich, Zufallskämpfe an. See-Troll. Die mögen bestimmt alle kein Feuer. Die haben Angst vor Feuer. Die haben noch nie Feuer in ihrem Leben gesehen. Weil die ja die ganze Zeit unter dem Wasser leben. Die kennen das gar nicht. Aber die haben auch Angst vor Blitzen. Weil die wurden noch nie von einem Blitz getroffen. Weil die die ganze Zeit unter Wasser sind. Die kennen gar kein Unwetter. Comedy. Comedy revolutioniert. Ich glaube, ein Blitzker hätte gereicht. Ein Blitzker könnte vielleicht ein bisschen zu stark sein. Oh, 300. Okay, ich glaube, ich habe deren Fläche gefunden. Ich suche schon die ganze Zeit nach dem Lied. Das hier? Äh, einfach, I guess. Meerestempel? Final Fantasy 1? Theme? 2000G? Ich wurde auch noch nie von einem Blitz getroffen. Aber du hast schon gesehen, wie mächtig so ein Blitz aussieht. Die kennen das gar nicht. Die kennen das gar nicht. Gelöscht. Glaubt, deren Schwäche ist Wasser. Noch mehr Wasser. Ja, vielleicht. Ich meine, die leben hier unter Wasser. In einem Wassertempel. Und vielleicht sind die mittlerweile einfach so genervt von Wasser, dass wenn sie hier rauskommen auf diese Platten, wo sie gegen mich kämpfen, froh sind, endlich mal eine Pause vom Wasser zu nehmen. Und dann bewerfe ich die mit Wasser. Und dann sind die genervt. Und hauen wieder ab ins Wasser. Einfach die Fische ertränken. Ja, wir müssen irgendwann mal, äh, vielleicht den Black Mage nochmal upgraden. Äh, den, den Red Mage upgraden. Jetzt, wo ja eine bessere Klasse ist. Könnte jetzt auch vielleicht was Cooleres lernen. Ähm, außer Feuerer. Blitz, 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 Blitz. Ich finde die Trolle immer super, wie die so da stehen. Als würden die so wahnsinnig werden. Jaaah. Überhydriert einfach. Jaaah. Du, wenn du einen Süßwasserfisch in, äh, Süßwasserfisch in Salzwasser wirfst, dann stirbt der. Oder einen Salzwasserfisch in Süß, äh, Süßwasser, dann stirbt der. True. Kann man nicht tränken damit. Quasi. Ein Lindwurm. Das ist einfach so ein Medusakopf mit einem, mit einem Schlangenkörper. Joaah, okay, 540, Crit. Chat, wusstet ihr, dass Nemo ein Salzwasserfisch ist? War das ein Salzwasser-Aquarium, was sie da hatten? In der... In der Zahnarztpraxis? In der Zahnarztpraxis. Da war auch ein Seestellen drin, der stimmt. True. Alles hier Fischbiologen, Alter. Was geht ab? Reiki? Was hab ich gemacht? Ich wollte zaubern. Scheiße. Was haben wir hier? Jaaah. Das ist echt groß hier, ne? Wusstet ihr, Fische haben Kiemen und Menschen nicht? Boah, stimmt. Ich hab ja gar keine Kiemen. True. Äh, die Chaos-Konsol hab ich weggeworfen. Ich hab das Gefühl, ich bin hier ein bisschen schon zu overleveled. Ich glaub, wir können schon eigentlich die random Encounter hier wieder ausmachen. der Schild, man. Der Schild, Mann, schon wieder. Ich dachte, jetzt steckst du deine Hand in die Kiemen am Ba... Hör auf! Ja, meine Gruppe wurde erwachsen. Wir sind jetzt richtige Helden. Ich glaube, ich habe sie weggeworfen. Vielleicht ist sie im Keller. Ich meine, ich habe mal meine Schwester gefragt, ob ihre Kinder die haben wollen. Und dann hat sie Nein gesagt. Vielleicht meins habe ich es weggeworfen. Lichtachs? Leichtachs? Was? Leichtachs. Die ist ja ziemlich scheiße. Bum, bim, bam, bim, bim, bam, bum, bim. Diamantpanzer, okay. Minecraft einfach durchgespielt. Da ist so eine Tür. Ja, wir machen gleich einen Ender-Drachen. Magier-Stab? Uh! Der hat Magus-Stab. Ja. Muss schlechter sein, theoretisch, ne? Pan, was geht ab, Mann? Dankeschön, 56 Monate. Wie geht's dir? Hi. Junge, was ist das denn? Für ein Layout. Oh, das sind bestimmt alles Fake-Schlangen. Äh, Fake-Mehrjungfrauen. Die dodged. Es scheint, als wurden unsere Gebete erhört. Oder das ist deren Zuhause. Ich habe deren Zuhause gefunden. Wenn das Messer sein schützendes Licht verliert, werden wir zu Schaumblasen und lösen uns in nichts auf. Oh, nein. Das passiert also mit den Meerjungfrauen. Diamantreif. Uh! Mehr Verteidigung für unseren Schwarzmage? Schwarzmage. Schwarzmage. Es blubbern! Die Blase! Eine von uns ist an die Erdoberfläche und ist seitdem nicht mehr zurückgekommen. Hoffentlich steckt sie nicht in Schwierigkeiten. Huch. Die Fee oder was? Warum könnt ihr eigentlich unter Wasser atmen? Sehr merkwürdig. Talent. Junge, hier ist ja noch mehr. Loforki. Wie machst du das eigentlich mit RF7? Spielst du das Original und direkt danach das Remake? Das Remake spiele ich gar nicht. Sag mal, sind das Kristalle, die ihr bei euch tragt? Etwa die aus der Legende? Wer seid ihr überhaupt? Hälfte sind es und rettet das Meer. Stellt das Leuchten des Wasserkastals wieder her. Okay, ich glaub, ich glaub, wir kriegen nichts Interessantes aus denen raus, oder? Das Chaos des Wassers ist zu mächtig. Ich glaub, aus denen kriegen wir nichts Interessantes raus. Diamantschild. Junge. Nicht mal das gibt's, das gibt's nicht mal in Minecraft. Ich bin jetzt einfach komplett OP. Oh, da ist noch ein Raum. Da hinten ist viel Loot. Wie komm ich da rüber? Hä? Irgendwie gibt's da gar keinen Weg, oder? Also ich komm nicht von hier. Ich komm nicht von hier. Ich komm nicht von hier. Das heißt, ich muss dann wahrscheinlich irgendwie von hier kommen. Es gab in dem allerersten Raum gab's zwei Wege nach oben. Kann sein, dass der eine dann da rauskommen würde. Junge, hier ist so eine Scheißfliege, ne? Diamant Handschuh, Diamant Helm! Rosettastein! Lol! Du mit der Fliege... Ja, die fuckt mich die ganze Zeit ab! Die fliegt hier so mega nervig und provokant hin und her. war mich richtig wütend. Wo sind deine Fliegenfänger? Ich hab keine Fliegenfänger. Achso, du meinst meine Katzen! Schlafen. Ich glaub, die haben heute schon Fliegen gefangen. Sind nicht mehr interessiert an Fliegen. Dann gehen wir nochmal die andere Route hoch. Und das wäre dann... Ne, hier. Hier geht man wieder runter. Ich dachte, bei dem Knight steht Protect Ring. Äh... Protect Ring, ja, steht oder? Resistent gegen sofortigen Tod. Uh! Achso, Protect King. Das steht da nicht dringend. Einfach der Protect King. Uh! Ne. Ich dachte, hier geht's zum Boss. Gar nix. Dumm, 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 dumm. Wieder runter? Was ist das? Hä? Bin ich gerade zurückgelaufen? Bin ich wirklich dumm? Hab ich einfach... Oh mein Gott. Hä? Hä? Moment. Hä? Doch. Nee, das war richtig. Oder? Doch. Hä? Wo bin ich jetzt? Hä? Wo bin ich jetzt? Hä? Ich hab mich verlaufen. Hä? Ich hab mich verlaufen. Ich dachte, jetzt kommt hier voll die gefährliche Truppe. Wisst ihr, immer wenn dann so ein scheiß Insekt in der Nähe ist, ne? Dann juckt mir mein ganzer Körper. Ich möcht mich die ganze Zeit überall kratzen und jucken. Ich hasse das. Diese dummen scheiß Viecher hier. Wer hat gerade Shining Flame so viel Damage gemacht? Holy shit. Du, 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 du. Ach ja, du hast ja Flöhe. Hast du die jetzt los? Deine Haustier, deine Katze hat ja Flöhe gehabt. Hast du sie geschafft zu bekämpfen? Schleife! Schleife! Chat! Schleife ist ein Signature-Item von Final Fantasy. Das schützt dich vor allen, äh, vor allen Krankheiten. Ich hab vergessen, den Alen den Protekring zu geben. Ich hatte schon eine? Aber wo kommt die hin? Ach, da auf dem Kopf. Die kommen auf dem Kopf? Tatsächlich hat er schon eine. Huch. Die schützt mich vor allen Effekten, äh, Status-Effekten. Eine Schleife, die resistent gegen Angriff aller Elemente und sämtliche Zustandsveränderungen ist. Nice. Keine Ahnung, wo ich die erste herbekommen habe. Wann hab ich die bekommen? Jo, tschau, Kaka. Du hast die Flohalsband geholt? Ich hab das immer nur mit so einem Zeug gemacht. Was du so einen Nacken bei denen reinsprühst. Sprüh, schmierst. Ach, er hat das ja für sich selbst geholt, ja. Junge, wieso ist das hier so riesig? Holy shit. Ich hab immer so ein Zeug geholt, was du den Katzen in den Nacken schmierst. Dann verteilen sie die Flöder selber auf der ganzen Katze. Und dann sind die Flöer alle tot. Junge, wie riesig das ist. Ich hab doch safe irgendwas hier übersehen, oder? Oh, da ist das Ende. Ich hab safe irgendwas hier übersehen. So, wie viel haben wir denn noch? Ich mach mal ein paar Äther noch rein. Jetzt kommt irgendwie ein Aquadon oder so. Wieso hat der MP? Moment, er hat viel. Er kann... Hunden-Gurk kann mittlerweile Fähigkeiten haben? Was kann er denn für Fähigkeiten haben? Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 Zauber kann er haben. Stimmt, ich kann ja hier den hier machen, ne? Aktueller Standort. Ne, steht da noch nicht. Wie viele Kisten da fehlen? Bei den anderen steht überall. Vielleicht muss ich auch... Ne, doch hier. Sieben Kisten hab ich übersehen. Weißmagie kann er annehmen. Oh, ist das ein Paladin-mäßig. Oh, ihr hähnlosen Landbewohner, eure Verzweifel und Nahrnäckigkeiten. Amüsiert mich. Wir reden über Flö, mein ganzer Körper fängt man zu jucken, fühle ich. Jo, wer ist der denn? Die Krake. Doch ihr habt es euch in meinem Reich. Ihr seid immer weiter und büge aus. Diese Unglitzigse wird eure Grabstätte werden. Junge, ist der geil. Der ist ja richtig geil. So, ja. Wir buffen wieder unseren Boy, den G. Und... Hier buffen wir dann auch mal. Schön Proteger drauf. Und dann wird hier reingeschallert, ne? Blitztod einfach. One-Hit. Ich stärke mal erstmal ihn. Schmerzmagier wird... Schmerzwagier. Schmerzwagier wird jetzt gebufft. Und jetzt geht's ab. Gleich kommt Blitzka. One-Hit. Hat der mal ein Damage gehabt bekommen? So, let's go. Blitzka. Tinte? Scheiße, Tinte macht blind. 310. Not bad. Not bad. Jo, 10 Treffer. Alle verfehlt stark. Coole Sonnenbrille hat er auf jeden Fall jetzt auf, ja. Ich glaube, bis der fertig mit den Waffen ist, ist der Boss schon tot. Das war's. Lull. Der wichtigste Octoboss kommt in 4. Ja. Du süßer. Dankeschön. Du süßi. Jo, Soul. Gute Nacht. Ciao, ciao. Ja, suchen wir jetzt die anderen 7 Kissen-Chat oder scheiß drauf? Warte, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wo die sind. Nur ganz schnell. Ich glaube, ich weiß, wo die sind. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Oh, da ist einer. Ja, vor allem dadurch, dass jetzt alle Türen wieder zu sind, muss ich halt wirklich alle Räume nochmal durchgehen. Nee, komm, wir hauen die ab. Da wird schon wohl nichts Wichtiges drin gewesen sein, oder? Wer die Kisten nicht ehrt, ist den Loot nicht wert. Kannst du auch die Map nutzen? Ja, mache ich ja. Aber auf der Map siehst du ja nicht, was in den Räumen drin ist. Ich habe eine Schleife hier rausbekommen. Wenn ich in einem Raum bin, dann sehe ich es. Okay, da unten sind Kisten leider. Das sind die 7 Kisten. Das sind sie. Jo, was ist das denn? Einfach ein Wirbelsturm. Eine Falle. Ich habe halt Angst, wenn ich irgendwie weggehe. Und nicht alles loote, habe ich Angst, dass ich irgendwie Adamantium übersehe. Und das liegt dann irgendwie in einem Dungeon oder so. Perfekt! Er hat es wieder geschafft, zum Stein zu werden. Liebe den Typen. Mit seinen Statuseffekten. Ich glaube, er braucht eher eine Schleife. Ich freue mich, Chris. Oh, dieses Feuer bei neuen Gegnern, Junge. Das ist so ein Spam. Riesenhandschuhe. Riesenhandschuhe. Riesenhandschuhe sind schlechter. Oh, damit kann man Stärke wirken. Hm. Hm. Aber Moment, er kann Gauntlets tragen. Oh, okay. Die sind einfach nur scheiße. Eine Klingwaffe, die als Item... Oh, seine Waffe gibt auch Blink. Ich habe mir nie die Sachen durchgelesen. Aber cool. Er kann konfus wirken mit dem Magusstab. Dass die ganzen Rüstungen noch Effekte haben, das ist ganz nice eigentlich. Da achte ich gar nicht drauf. Mir fehlt jetzt, glaube ich, genau eine Kiste. Und da ist das Adamantium drin. JRPGs selber spielen, gar nicht meins ist. Aber why? Zu langweilig, oder was? Wenn er die Schleife hat, wird jemand anderes zum Opfer. Meinst du, die K.I. erkennt das? Und greift dann erst recht den an, der keine Schleife anhat? Wird FF1 noch heute durchgezogen? Vielleicht. Ich meine, wir haben nicht mehr so viel, ne? Ja, scheiß auf die letzte Kiste. Wir haben jetzt nur noch einen Kristall, den wir holen müssen. Dafür haben wir ja eigentlich so gut schon wie alles. Wir müssen jetzt eigentlich nur mit dem Rosetta-Stein nach Lufenia. Ähm, die sagen uns dann, geh zum Turm. Wir gehen zum Turm. Oben auf dem Turm wird dann, werden wir hochgeportet. Können dort dann gegen Tiamat kämpfen. Und dann geht's schon zum End-Dungeon. Ne, ich hol mir die Kiste nicht. Scheiß auf die Kiste. Ne. Der ist kein Adamantium drin. Das Adamantium, das Adamantium hat niemand gefunden, weil das Adamantium wahrscheinlich in der fliegenden Stadt ist. Deshalb hat es keiner gefunden. Das wird in der fliegenden Stadt sein, das Adamantium. Wer die Kiste nicht ehrt, habe ich nicht geschrieben. Ich habe es nur vorgelesen, stand im Chat. Scheiß auf die Kiste, scheiß auf den Loot. Ne, wir machen heute kein Minecraft mehr. Ich bin voll in meinem Film gerade. So, jetzt können wir mit denen reden. Lupagami Do? Doch nicht. Dann müssen wir erst zu dem Typen, der über den Rosetta-Stein gesprochen hatte. Ich bin voll in meinem Film gerade. Lupagami Do? Lupagami Do? Gami la... La pupa... Do Gami Do? La... 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 La puta Gamitada? Lumabigidi? Äh, der war dahinten drin, ne? In der Stadt. Ich war ja auch geradezu sehr auf Final Fantasy. Das ist einfach eine geile Reihe, Digga. Bin ich hier richtig? Ja. So, der hat darüber gesprochen. Sag bloß, ist der Rosetta-Stein? Seid doch so nett und bringt ihn Uhne. Ihr würdet ihm seinen Lebensraum erfüllen. Digga, wo ist Uhne? Shit, wo ist fucking Uhne? Wisst ihr, wo Uhne ist? Das Remaster sieht eigentlich ganz fun aus. Vielleicht hole ich mir vielleicht doch auch mal bei Gelegenheit. Tu es. Ist nice. Ich hab sehr viel Spaß damit gerade. Hab die Pixel-Collection gekauft, stark. Ich hab heute schon Manga verkauft und, äh, das Spielchen verkauft. Ähm. Ich hab den Rosetta-Stein gefunden. In der Kiste, ja. Äh, schieß los, Dento. Wo ist er? Wird das schon gesagt? Ich hab's nur verdrängt. In der zerstörten Stadt, da war Uhne? Haben wir mit dem sogar gesprochen? Was für ein, äh, äh, Manga. Uzumaki. Hab heute drüber gesprochen und dann wurde es direkt bestellt. Glaub, du hast nicht mit ihm gesprochen. Echt? Scheiße. Eine ignoriert und das war's. Alles verkackt. in einer hülle nicht mehr das ist ja nicht ist das luftschiff im norden soll es verlangen zeit was das wort hier wird die kämpfe des lichts der erdkristall frivar melden und eine lebhafte stadt da oben ist er hier ist er lass mich diesen stein sehen bei den göttern ist das der einzigartige rosetta stein nun wird es mir endlich gelingen die sprache der luftianer zu entschlüsseln rosetta stein ist auch generell ein item was auch immer wiederkehrt in der reihe des spiele der serie aber natürlich es ist so simpel ich wusste ich bin ein genie nun eine äußerst komplexe sprache in der tat aber ich schätze mit mir als lehrmeister könnt selbst ihr sie lernen hat er mich dumm genannt seht ihr jetzt kennt ihr auch luftianisch so schnell lernt man eine sprache gab es hier irgendwelche spells für den für unseren ritter hier gibt es vitra ich habe noch kein vitra geholt ähm engel daddy daddy oh heilra haben wir schon ich kann ihm noch vitra geben und ich könnte ihm nochmal auch engel geben sehr komplexe sprache in fünf sekunden gelernt ja folger toxikum beam faul ich glaube ich nehme engel raus oder vitra raus ich glaube ich nehme ich will dass er auch einen stärkeren zauberangriff hat ähm ich nehme engel raus aber dafür kaufe ich mir dann in der nächsten stadt einfach ein paar phoenix federn ich habe ja ein bisschen geld ne so jetzt können wir mit denen reden lupa gamido ich kann auch elbisch an einem tag sag mal was auf elbisch aber diese dumme fliege wirklich wieso habe ich zwei katzen alter hurensohn ist elbisch was bedeutet das auf elbisch du mieses schwein freund deiner mom oh das ist ja schön wir sind luvianer wir sind die nachkommen jenes volkes das den himmel und die lüfter sein zuhause nennt das schiff mit dem ihr reist ist ein luftschiff gebaut wurde es von sit einem luftschiff geil Leute es gibt doch sit hier in dem spiel legendäre luftianern sit ist auch ein name der in so gut wie jedem final fantasy vorkommt und ist immer hat immer irgendwas mit luftschiffen zu tun das ist auch immer so ein wiederkehrender name abgeseitter des lichts die legende ist wahr die legende besagt dass 400 jahre nach dem zerfall der himmlischen zivilisation kriege erscheinen werden die die kraft des lichtes in ihren händen halten und uns vor einem großen unheil bewahren werden vor 400 jahren entwickeln wir uns zu einer hochkultur sogar den himmel konnten wir erobern doch von dieser einst hochentwickelten zivilisation ist heute nichts mehr übrig opfer ob die maschinen menschen die unsere vorväter bauten noch immer aktiv sind wir himmels menschen tradieren unsere erinnerungen auf rituelle weise was für tradieren alter doch auch unsere erinnerungen scheinen über ein jahrhundert zu verblassen vier elementare kräfte formen unsere welt feuer erde wasser und wind unsere lovinianerin vermachte man die kraft des windes so dass unsere vorfahren hoch oben am blauen sternhimmel ein schwebendes schloss errichteten das luftschloss schwebt hoch über den wolken in einem meer von sternen ach sit der aus kingdom hearts nein und squall heißt nicht leon das luftschloss hoch über unseren köpfen schwebt vor langer zeit lebten unsere vorfahren in diesem schloss und der turm mirage soll sein eingang sein ok jetzt nennen die den turm auch beim namen aber keiner sagt mir wie ich in den turm reingehe oder vielleicht kann ich jetzt einfach rein wir lieferten einen erbitterten kampf mit tiamat im chaos des windes doch wir waren seinen bösen mächten nicht gewachsen seitdem hält er das luftschloss besetzt wir kamen zu dem schloss dass selbst die vier chaos des schergen eines noch viel mächtigeren und bösartigen wesens sind unsere fünf krieger sollten diese wesen ausfindig machen diese fliege holy shit doch schon lange haben wir nichts mehr von ihnen gehört in unserer verzweiflung schicken wir fünf unserer besten krieger los doch angeblich hat sie eines der der chaos verflucht so dass sie nun ein dasein als fledermäuse fristen ihr krieger der legenden nehmt dies mit euch mit dieser glocke wird euch der turm mirage den eingang gewähren ok ok also sind diese fledermäuse die wir ständig überall sehen das waren alles frühe menschen die garland und die chaos in in fledermäuse verwandelt haben ich dachte das sind irgendwie die gehören irgendwie zu garland oder so sind seine kleinen fliegenden kameras quasi seine drohnen die uns beobachten oder so ja so ein lupa gamido kann ziemlich viel bedeuten wie man sieht man hat gestern gemerkt wie durch der junge durch mario maker wurde der fucking backshot gas so stell dir vor du bist für meine fledermaus mein fledermaus ist jetzt auch nicht so ein schlechtes leben oder ganz fliegen so tour mirage brah 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 der song der kommt auch vor in final fantasy 14 oder die 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 kommen irgendwie so bekannt vor der kommt in strangers of paradise oder da wie wäre es wenn wir den text bei backseat gaming ändern nein gibt es auch in ff 14 es klingt wie so ein boss lied wenn man gegen einen boss im kristallturm kämpft oder so die 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 das klaviermann da ist nur ff 3 musik ja wir waren gerade im wassertempel drin und im wassertempel lief musik die im kristallturm läuft in dem letzten part mit cloud of darkness die 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 wir können gleich die originalmusik mal an noch mehr die können gift Die Wertiger? Als was sind die denn Wertiger? Was ist denn der Standardwert? Wertiger als mein Leben ist man immer. Lüge. Ja, ich hab keine Ahnung, wieso das ein Magnet für Statuseffekte ist. So fucking nervig. Heilerhelm. Was ist denn jetzt ein... Also es ist ein Heilerhelm, ist auf jeden Fall nicht für den Heiler, wie es aussieht. Für wen ist denn der Heilerhelm sonst, wenn nicht für den Heiler? Es ist für den Krieger. Er kann damit heilen. Mondschwert, Flieg und Sieg. Ja, es heißt Heilerhelm, weil er halt damit heilen kann, weil es den Spell Heilung hat. Mondschwert. Ist um einiges schwächer. Schwächer. Ist das besser als... Auch nicht besser als das Frostschwert. Ja, der OG-Song. Die zwei Ritter da, die dunkle Ritter, die sehen so aus wie diese... ...Night Cavaliers in Elden Ring. Das sind sie einfach. Der Magier hält immer so ein L hoch. Zeigt immer so ein L an die Gegner. Haha, es ist L-Moment für euch. Ihr sterbt nämlich. Blitzker! Ein Schild, der resistent gegen Stein und Gift macht! Haha! Leute! Nie wieder Stein und Gift für Hurgengurk. Finally! Ein Lächter. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das mit FF11 mache. Aber ich kann schlecht einschätzen, wie das Spiel wird. Ähm, ich habe mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Also entweder wir gucken uns irgendwie so eine Zusammenfassung an oder, ja, mal schauen. Oder ihr holt euch alle FF11 und wir spielen zusammen. Wir leben die Server nochmal neu auf. Machen eine Gilde. Da bin ich dabei, Minion. Ich habe FF11. Da brauchen wir... Ich habe es auch. Aber man muss Spielzeit kaufen, ne? Leute brauchen Wochen dafür, laut Aussagen. Ja, mal schauen. Ich weiß halt auch nicht, wie ich das mit FF14 machen soll. Keine Ahnung. Aber da mache ich mir noch gar keine Gedanken drum. Das ist in ferner, ferner Zukunft. Wie man muss Spielzeit kaufen? Ja, FF11 und FF14 sind zwei MMOs. Äh, also wie WoW halt, ne? Da musst du dann irgendwie 10, äh, 10, 11 Euro zahlen. Brr, seid ihr meine Erschaffer? Brr, 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 brr. Brr, 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 brr. Brr, 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 brr. Ein Account zu erstellen ist so ein Schmerz. Echt? Ich dachte, bei Steam ganz easy. Zack, zack. Über Steam einfach. Absolut nicht. Schade. Boah, jetzt kommen die Girls mit den Steinen angriffen. Jetzt kann er sein neues Schild unter Beweis stellen. Siebelzahntiger. Jo, der Crit. Wieso hören wir eigentlich immer noch den Song? Äh, die originale Musik. Weil unsere Linke noch glücklich sind. Da ist eine Chimera, das ist sie. Drei Köpfe. Ziege, Löwe und Schlange oder so. Ja, FF14 kannst du bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor Free spielen. Wir wollen nach oben, also hier lang. Dö, 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 dö. Wepepepu. Wepepepu. So ein Banger-Song. Ähm, so. Ich würde sagen, wir haben schon eigentlich hier schon genug Gegner gesehen. Wir können eigentlich wieder wechseln auf keinen randomen Gegner. Ich bin immer noch irgendwie viel zu stark. Ja, es ist echt weird, dass das mir nur irgendeinen eigenen Song hat. Das wirft mich manchmal ein bisschen raus. Ja, jetzt kommen die Vögel hier mit dem bösen Blick. Wir können mich nicht mehr zum Stein machen. Das wirft mich manchmal ein bisschen raus, wenn dann plötzlich ein anderer Song läuft. Wenn ich gerade voll im Jam bin und auf einmal auf einmal ein anderer Song. Das ist immer weird. Lassen wir mal unsere Heilerin mal mitkämpfen hier. Sanktus, Exitus, Vorbeius. Seit ich in FW14 Palast der Totendauer gerannt bin, habe ich viel Geduld gelernt. Palast der Toten ist aber auch echt nice. Hat er dort sehr viel Spaß gehabt. Blau-Drache, okay. Diese Farbdrachen sind auch immer wie so ein Ding. Die kommen immer wieder vor. Unser Freund, er ist gegangen mit dem Teleportal, um es euch zu überbringen. Stimmt. Stimmt. Jo. Holy shit. Die sind riesig. Einfach Glutex, du Gang. Holy shit. Ich denke mal, ich hau da so einen Blitzker rein. Überlebt. Stark. Schnell zähmen die alle. Oh, was ist denn hier los? Wer ist dieser böse Wicht hier? Okay, Blau-Drache. Stimmt, die anderen Drachen haben ja so gesagt, wir sind voll friedlich, wir verabscheuen Kämpfe. Und die sind hier voll am draufhauen. Über den Wolken das Luftschloss mit Teleportal könnt ihr erreichen. So, jetzt sind wir nicht mehr auf der Erde. Wir sind jetzt über den Wolken. Oh, diese Musik hier mal. Oh, ich weiß noch, als ich das auf dem GBA gespielt habe und es dort halt nicht diese, ähm, diese Cheats gab. Ich weiß, dass ich damals diesen ganzen Weg nochmal komplett runtergelaufen bin. Weil irgendwas, irgendwas hat mir gefehlt oder irgendwie war ich zu schwach oder ich brauchte irgendwie Items oder sonst was. Das war wild. Irgendwas war hier, dass ich irgendwie zweimal hoch und runtergelaufen bin. Die Lufianer haben gesagt, das ist oben in den Sternen, ja. Vielleicht sind wir auf einem anderen Planeten. Hier ist jetzt auch ein anderer Song. Giftklinge. Oh, das ist so Stealthmusik. Als würden wir hier gerade einbrechen. Und dann wieder die Musik. Giftklinge. Eine Klingwaffe, die als Item im Kampf Toxikum wirkt. Nee, nee, brauchen wir nicht. Ist das dein Schloss? Nein, also ist das ein Einbruch. Aber das ist auch nicht das Schloss von Tiamat. Highlight-Helm schon wieder. Protek Ring. Ja, ist weird, ne? Dass man immer noch Potions findet, nicht High-Potions. Wir sind schon so weit im Game und ich finde immer noch Potions und nicht High-Potions. Tiamant-Handschuhe, die haben wir schon, glaube ich. Oder? Ja, zwei Stück habe ich davon, aber die sind schlechter als meine. Ja, Gil ist an sich ja nicht verkehrt. Aber Potions ist echt wie wild. Meine dritte Schleife. Wo ist das Alamantit? Das ist doch bestimmt hier, oder? Schwarze Robe. Weiße Robe. Let's go. Weiße Robe für den weißen Magier. Handschuhe, die resistent gegen Feuer. Nee. Handschuhe? Das ist eine Robe. Hä? Handschuhe, die resistent gegen Feuer und sofortigen Tod machen. Wirken als Item im Kampf in Visera. Okay. Schwarze Robe. Eine Robe, die resistent gegen heiße Zeitmagie macht. Ist um einiges schwächer als der Diamant-Reif. Aber sie kann keine schwarze Robe tragen, oder? Schade. Das wäre cool, wenn sie schwarze Robe tragen könnte. Weil dann könnte sie Blitzrack casten. Boah, wie ist das Alamantit? Oh, Adam und Tide. Nice. Damit können wir zum Zwerg. Und dann macht er uns ein geiles Schwert oder so. Junge, ich sag Musik-Switch. Das ist auch nicht nur Musik-Switch, das ist ein kompletter Mood-Switch. Von dieser Aussichts-Plattform könnt ihr die Weltkontinente überblicken. Durch diese Glaskuppel könnt ihr die gesamte Welt überblicken. Feuer, Erde, Wasser und Wind. Vier nebulöse Kräfte strömen an einem Ort. Es ist der Mittelpunkt der vier Altäre. Der Chaos-Tempel. Der weiße Mage hat keinen Bart, ne? Wo siehst du einen Bart? Das ist halt der Kinn. Im Menü soll ich gucken? Holy shit, der hat nen Bart. Das ist ja einfach der rothaarige Jesus. Das ist ja einfach Jesus. Bubengor, du bist doch keine Frau. Sasuke. Habe ich Sasuke gefunden? War das Sasuke? Was war das? Ich habe zu schnell weggeklickt. Ninja only. Ich habe keinen Ninja. Was ist das denn? Tiermat wird analysiert. Nach wie vor keine Schwächen vorhanden. Okay. Was ist das für ein crazy Morph? Fogger, Alter. Detailmat. Woher geht's denn? Schutzrobe. Noch eine Robe also. Reisekluft. Goldnach. Reisekluft. Was? Wieso habe ich hier eine Reisekluft bekommen? Das ist die Startrüstung ganz am Anfang des Spiels. Keiner kann die Schutzrobe tragen. Fast mal nostalgisch ist. Das ist eine Skybase von irgendjemandem. Ach so. War ich jetzt überall? Ne, da oben war ich noch nicht. Protecting. Das ist jetzt einfach wirklich komplett random. Einfach Randomizer. Die Hydration wird nicht eingeleitet, weil ich nichts mehr zum Hydrieren hier habe. Also darfst du gerne für mich trinken. So, wir haben jetzt einmal den Weg in der Mitte. Aber wir hatten hier noch irgendwo ein Teleportal gehabt. Wo führt der hin? Weil ich glaube, der Weg nach Runden führt zu Tiamat. Wo führt der hier hin? Okay, fuck. Ich glaube, das führt zu Tiamat. Luft trinken. Help, 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 help. Okay, habe ich. Tiamat wieder analysiert. Keine Schwäche, keine Schwäche, keine Schwäche, keine Schwäche, keine Schwäche, keine Schwäche. So. hier ist gar nichts da ist ein weg nach oben hier ist ein weg nach unten sonst ist hier gar nichts also da komm ich ja her okay wir sind da let's go dann hau ich mal ein paar potions raus ein paar äther raus und ich kam hier glaube ich damals an und ich hatte irgendwie nicht genug äh äther potions oder sonst was gehabt dass ich den kampf nicht schaffen konnte oder so dass ich den ganzen weg nochmal runter gehen musste irgendwie irgendwas hatte ich eben in erinnerung irgendwas komisches so wo ist er tiamat die miese sau litsch kali und aquadon diese räudigen schweine dennoch bin ich überrascht dass ihr gesindel es soweit geschafft habt der sick ich bin tiamat chaos des windes ich werde das letzte sein was eure neugierigen augen sehen werden hier kann random ein secret boss kommen bei dem bei den random encountern echt ist er super stark ist das ein super boss oder wie der hat echt viele köpfe quasi super boss wie heißt der ziemlich stark todesmaschine ähm mum mum da hole ich mal proteger raus und dann wird hier geschallert ne warte hier machen wir auch erstmal stärken guter damage das heißt du kommst hier nach stunden hoch kannst nicht speichern unterwegs und dann rennst du hier random in einen encounter rein wo so ein super boss kommt und dich aber weglöscht das klingt eigentlich ganz geil oder ähm heilerer so jetzt wird geschallert lieber alte videospiele so blitzker moment der macht auch blitz der hat wahrscheinlich ne resistent gegen ah shit sein stärkster zauber ist ein blitz move ja hurgengurk muss das jetzt regeln hier ähm ich weiß nicht vernichtet alle gegner mit giftnebel folger folger boah 12 treffer und trotzdem nur 209 schaden 91 okay ich glaube der hat generell ne äh gute zauberverteidigung aber da hab ich ne antwort drauf da hab ich ne antwort drauf leute wir haben doch antizett reduziert die magie abwehr eines gegners bam let's go rennst du eigentlich in jedem teil wo es geht die charsen nach dem chat eigentlich hasse ich sowas aber chat will das unbedingt also mal schauen verfehlt der ist echt der ist echt stark leute machen wir nochmal antizett bis es funktioniert schneesturm verfehlt ich glaube das funktioniert nicht bei ihm 47 10 treffer junge tier macht es ja op folger vielleicht besser und guck der einzige der hier guten damage macht schneesturm hochengurk hat echt viel schaden bekommen wo kommt der schaden her das war der schneesturm gerade war der schneesturm so strong die junge das macht so viel das heißt so viel vitra das ist vor allem das nur vitra vom red mage das ist nicht mal das gute vitra wenn ich in ff3 ein char und geomant sein darf küsse ich dich also wir wollen jetzt nicht übertreiben namen geben okay ich werde jetzt nicht auch noch so skillen und bilden die charaktere wie ihr das unbedingt wollt weil ihr den namen bekommen habt so jetzt jetzt übertreibst du aber wie sieht eigentlich sanktus aus vielleicht hat er angst vor sanktus ich wäre ein black mage mit schweiger only oh er ist tot niemand ist hier nervig einfach korb gegeben stimmt wir können das verkaufen ich kann die namen und die charaktere an euch verkaufen das klingt nach einem guten konzept ihr zahlt bezahlt mich gut dann haben wir das auch geschafft ich weiß nicht ob wir jetzt noch was vorher machen müssen oder ob wir jetzt schon direkt zum chaos tempel gehen können auf jeden fall würde ich gerne noch vorher ein paar spells holen und zum zwerg gehen wir noch stimmt wir müssen noch zum zwerg zu den elfen gehen wir gleich auch noch kurz die haben ähm licht die elfen hatten recht viele zauber gehabt da holen wir gleich irgendwas ich gebe dir acht schneefüchse auf minecraft server im austausch gegen einen namen auf den assassinen das war was war hier nochmal das ist die anfangsstadt die elfen war die elfen waren die hier ne schieß los dentro es muss ja noch irgendwo die ganz krassen zauber geben in der lufianer stadt da gibt es jetzt einen shop jetzt nachdem ich wahrscheinlich den boss besiegt habe er kann vitra lernen lulz ko lulz ko ich kann auch gerne wechseln auf einen anderen ich habe irgendwann ich habe zwischendurch immer hin und hin und her gewechselt die charaktere auch Das war's für heute. Wir können Irrsinn ihm hier geben. Irrsinn ist einfach nur Irrsinn. So. Dann einmal zu den Zwergen. Wegen dem Adamantit. Der soll mir ein geiles Schwert machen. Der Legendenzwerg. Da ist es. Das Grät. Ist das etwa Adamantit? Mit diesem Metall schmiede ich euch auch ein Schwert, das es kein zweites Mal gibt. Noch mehr Damage für Hohengurk. Es ist vollbracht von all den Schwertern, die jemals in der hitzigen Glut meines Schmiedes, Schmiedeofens geschmiedet wurden, ist das das Beste. Wahrlich ein Prachtexemplar. Nehmt es. Dieses Schwert gehört in eure Hände. Excalibur? Excalibur. Nice. Jetzt für Ninja. Ne, ne, ne. Bah, man war 15 Damage mehr. Ein Schwert, das mit einem legendären Metall erarbeitet wurde. Effektiv gegen Gegnertypen aller Elemente. Okay, chill halt. Das ist jetzt auch ein Upgrade für ihn, weil er jetzt einen Defender bekommt. Okay, dann zu den Lufianern nochmal, wegen dem Zaubern, falls es jetzt was Neues gibt. Und dann können wir zum Ende gehen. Zum Endboss. Äh, zum Endboss, zum Enddungeon, ne? War mal Samuna nicht immer so die stärkste Waffe? Äh, unter anderem ja. Excalibur war aber auch in mehreren Teilen so die stärkste Waffe. Dann kam irgendwann Ultima-Klinge dazu. Also es gibt mehrere verschiedene, also verschiedene Waffen, die die stärksten sind. Ultima gibt es ja dann auch immer. Masamuna. Äh, Excalibur. In FF9 gibt es noch Excalibur. Hey, das ist die Fake-Waffe. Ähm, verkauft mir jemand die Zauber? Der, hier ist kein Shop, denn du. Guck mal auf die Map. Oh, lol! Wie gemein, das versteckt ist. Erzengel. Let's wogin go. Flair. Let's go. Jetzt geht's ab. Gibt's hier noch was? Noch einen versteckten Shop? Mit Waffen und Rüstungen? Nein, ne? Okay. Gehen! Dann sind wir jetzt bereit. Äh, 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 äh. Sephio, ja. Sephios Schwert heißt auch Masamune, ja. Aurons Schwert in FF10 heißt auch Masamune. Äh, in FF12 gab's auch ne Masamune. Time to kill Chaos. Kannst du bitte meinen Kollegen Erhard, äh, äh, Haramarsch grüßen? Arschloch. Ich bin drauf reingefallen. Mieseschwein. So. Ich weiß nicht, ob wir noch was vorher machen müssen. Ob ich zu irgendeinem NPC gehen muss oder so. Oder ob's jetzt direkt hier losgeht. Feuer, Erde, Wasser, Wind und Dunkelheit. Alle existierenden Elemente sind wieder vereint. Der Strom der Zeit verzehrt sich. Die Schranken unzähliger Dimensionen schwinden. Kommt nach vorn, edle Reisende. Und tretet in eine längst vergangene Zeit. Tretet in eine Welt vor 2000 Jahren. Gänsehaut. Chat, wir reisen in die Vergangenheit. Junge, was ist das auf einmal für ein Track? Was? Zeitreiseplot? Das ist der Chaos-Tempel, wie er vor 2000 Jahren aussah, Chat. Okay. Let's go! 4 Ecken. Überall geht's runter. Oh, ich muss durch die Mitte gehen. Chomairi! Die kennen wir doch. Wollt ihr mir sagen, Kingdom Hearts Bullshit ist einfach nur Final Fantasy Bullshit? Genau. Alles das gleiche. Lila Wurm! Nicht mehr Lavawurm, jetzt Lila Wurm. Junge, Shining Flame hat mit seinem ranzigen Stab gerade einfach über 100 Damage gemacht. So, führt jeder Ausgang woanders hin? Sieht so aus. Auf dieser Ebene. Obwohl, da ist eine Treppe nach unten und... Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch schon so war, aber... JRPG-mäßig müsste ja hier so ein Boss-Rush noch kommen, ne? Alle besiegten Bosse nochmal! Ich glaub, das kommt hier gleich auch noch, ne? Du kannst sein, was du willst. Dankeschön. Achso, das war gar nicht an mich, oh. Und dann darf ich wohl nicht alles sein, was ich will. Gute Güte sind die nackt. Also, an den wichtigsten Stellen ist ne Schattierung, okay? Wann machst du deinen Chat heile? Morgen. Ja, Magie ballert bei denen leider nicht so sehr. Jo, 696 Damage halt. Entspann dich. Ich hätte vielleicht noch mir ein paar Potions kaufen sollen, oder? Ne, brauche ich nicht. Ich habe noch High Potions, 99 Stück. Wer braucht Potions? Da sagt die Chat, bin ich stark genug für den Endpass? Oder wird er mich mies weghauen? 50-50, okay. Du gibst ihm Bombe. Der Endposter war cool. Sein Design ist ja nice. Sein Design wird sehr cool sein. Ich freue mich drauf. Okay, hier geht's anscheinend nicht weiter. Basile... Oh, oh, Steine. Wobei, alle sind immun gegen Stein mittlerweile. Mich kriegst du nicht mehr. Versteinert, du Sau. Der Hintergrund bei dem Endposter ist auch mega. Das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber... Junge, der Typ mit dem Excalibur, der räumt so hart ab. Abgesehen von den ersten 5 Minuten war kein Game Over mehr, ne? Es gab einmal eine sehr, sehr knappe Situation, aber ansonsten, ja, bin ich ganz gut durchgekommen. Wir haben schon halb elf! Wieso haben wir schon halb elf? Wer hat an der Uhr gedreht? Jemand hat Haska gewirkt im Chat, alter geil. Lass jetzt sonntags immer nur so mit Final-Fantasy-Sprache reden. Also, ich komme auch nicht überall hin. Ich komme tatsächlich nur in die unteren Ecken. Wer beherrscht Zeit-Magie? Hau mich ins Bett. Werde das Ende jetzt noch im Bett fertig schauen. Jo, Jules, gute Nacht. Ciao, ciao. Bitte, ich will fröhlich sein. Ähm. Ich hab... Nen lila Wurm in meiner Hose. Keine Ahnung, ist nichts eingefallen. Ähm. Ja, weil die Gegner hier die ganze Zeit lila Wurm heißen. Final-Fantasy-Sprache. Ich rüberd dich. Ich rüberd mich einfach zu Ende. Eurochandline. Ich habe noch nicht im Nyerojoo. Ich habe nichts, aber auch nicht viel iffhör. Ich halte hier gar nichts in die Cam Todesauge Weggucken, Chat Holy Shit Dieser Excalibur-Typ Der kriegt einfach OP Super Aether Elixir Und der kriegt dann gleich noch beim Endboss Mumm und Hast und dann Junge Das ist die Laute Die uns Zähler am Anfang gegeben hat Die Galan Chaos schwächen kann Oder so Wir müssen hier raus Und dann links oder rechts Und dann außen rum Und dann da oben in die Ecke Also ich denke mal links hier lang Zum kürzesten Ja ich hab mich auch schon gefragt Wann kommt die Laute zum Einsatz Die uns am Anfang geschenkt wurde Gorgimera einfach Wenn Chimera blau wird Heißt sie einfach Gorgimera Das ist der erste Teil ja Oh ne Bananas Auf was geht ab Jesus spielt die Harfe Dieser Mood Change mit der Musik Das war glaube ich echt keine gute Idee Für die Menü eine eigene Musik zu machen So jetzt sind wir hier in der oberen Ecke Wo wir vorher nicht hin konnten Dadurch kann ich jetzt in die obere linke Ecke gehen Wir laufen einfach mit 690 KG rum Ich will den Beutel aber fett klimpern hören Also wenn wir jetzt durch haben Und die Welt gerettet haben Dann schmeiß ich eine Runde Ich gebe ein Haus Ja jetzt noch ein bisschen Folge am Start Boah ich weiß nicht ne Aber ich glaube Ich glaube anstelle vom Rotmagier Einen zweiten Schwarzmagier zu nehmen Wäre glaube ich echt stark oder 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 Drei Krieger ein Weißmagier Das reicht Wobei dann sind halt die Kämpfe Wenn du so gegen 5 Gegner Äh gegen 9 Gegner Gleichzeitig kämpfen musst Dann sind Schwarzmagier Schon echt stark Eigentlich Es gibt aber nur ein Excalibur Ja das stimmt wohl Das ist doch natürlich doof Vier Weißmagier Weiß ich nicht Das dauert echt lange Bis die Schaden machen Bis die Schaden machen dürfen Dauert es echt lange Boah die hasse ich Die sind lästig Vielleicht ist Sanktus deren Schwäche Vielleicht ist Flair deren Schwäche Let's go Flair Boah Einfach weggemacht Die Jungs Okay wir müssen ganz nach hinten In die Ecke Also wie dieses Dieser Dungeon auch Aufgebaut ist Das ist ja eigentlich Ein Tempel Aber Irgendwie die Die Der Grundriss hat Absolut gar keinen Sinn Einfach nur Die ganze Zeit Leere Lange Gänge Die einfach keinen Sinn Ergeben Du spielst immer noch Aber natürlich Wir sind gleich durch Jetzt kommen hier nur Die Typen The four heroes of light Keine Ahnung was das ist Ne das ist nur Flair Fancy 1 Die Charaktere sind nur Zu Helden aufgestiegen Die sind jetzt stärker Stärker denn je Final Fantasy Spin-Off aber quasi Bravely Default Bravely Default war echt Auch nice Das war auch cool Wieso ist hier eine braune Kugel Eine braune Kugel Wie im Erdtempel Kommt jetzt der Lich Nochmal Ist das jetzt der Start des Boss Rushes Berühren Das ist der Lich oder Das ist der Lich Wir sind jetzt 2000 Jahre In die Vergangenheit Gereist Deshalb leben Die vier Chaose Immer noch Die leben immer noch Holy shit Grey Holy shit Vielen vielen Dank man Holy shit ey 50 subs 50 subs Holy shit man Vielen vielen Dank Dankeschön Für diesen krassen Support ey Die Legende Dankeschön Vielen vielen Dank Der Boss sieht ziemlich kreativ aus Das ist auch geil Ist der Lich FF Marathon hat sich schon gelohnt Sooo Dann Ich weiß nicht wie viel der Leben hat Ob er genauso stark ist wie am Anfang des Spiels Oder ob das eine verbesserte Version von dem ist Weil das ja 2000 Jahre in der Vergangenheit Der ist jetzt bestimmt Ähm Ich kann nicht Engel auf ihn machen Der ist ja jetzt bestimmt Quasi in seinem Prime Wie ich damals Während Mario Maker Er macht Bann Holy shit Bann ist ein One Hit Move Aber ich glaube ich habe bei allen etwas ausgerüstet Was instant tot Instant tot verhindert Ich bin jetzt ein paar 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 Das mit der Vergangenheit ist wirklich ein Ding. Ja, wir sind 2000 Jahre in die Vergangenheit gereist. Dieser ganze Tempel hier ist ja der Tempel, der gerade eigentlich zerstört ist am Anfang. Da, wo wir Garland getroffen haben und Zela gerettet haben. Der zerstörte Tempel, der ist jetzt hier noch ganz. Der hat hier vorhin ein bisschen mehr Leben. Der hat ein bisschen mehr Leben. 844 Damage! Hast du das Excalibon hier geholt? Und kein Plan, Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank. Okay, Nummer 1. Da ist schon Nummer 3. Okay, coole Räume da oben. Also das mit der Zeitreise wird gleich nochmal erklärt, wieso, weshalb das gemacht wurde. Und so wird gleich nochmal genauer erklärt. Glaube ich, mich zu erinnern. Äh, ich hätte vielleicht heilen sollen. Naja. Uh, guck, macht das schon. Der macht das schon. Zweimal Flair kann ich doch machen. Ich habe ein bisschen Angst gleich vor Tiamat, wenn er die verstärkte Version ist von dem anderen Tiamat. Und der andere Tiamat war schon recht stark. Und sehr Tänky vor allem. Und sehr Tänky vor allem. So, 12 Treffer, 710 Damage. Bastet. Wer ist eigentlich der Hauptcharakter? Das ganze Team. Es gibt hier keinen. Es gibt hier keinen. Okay. One Hit. Es gibt hier keinen Cloud oder so. Ah, ich kann hier keinen Erzengel benutzen. 929 Damage. Kein Mana mehr. 929 Damage. Wir sind kurz davor, die Tausend zu knacken. Wie er wieder steht. Wie er wieder steht. Hallo. Die Hand direkt nach oben. Hallo. Grüßt euch. Gallicorio. Der hat aber auch echt wenig Leben. Aber das ist krass, wie viel der Weißmagier Leben hat. Das ist insane. 9999 ist max oder ich denke ja vielleicht ist 999 das maxi hat man überhaupt über 1000 kommt ein achievement wenn man an die 1000 kommt was das hier schon das zweite mal dass ich das sehe es ist einfach nur deko sieht so wichtig aus irgendwie kann ich nicht lesen bin zu dumm die haben vor 2000 jahre alle geschrieben wie goethe verstehe ich nicht ich bin einmal im kreis gelaufen stark ich weiß wo ich hin muss hier die tür habe ich übersehen so das wäre dann jetzt aquadon der bräude g wenn der heiler der gruppe bessere gear hat als der red mage und black mage in der gruppe und hatte ja nicht der hätte kein besseres ski aber hat einfach nur von den base stats kriegt einfach mehr lebenspunkte wie es aussieht erschwert bei allen gefährten sofortige kampf um fähigkeiten ja komm scheiß auf buffs na wir hauen raus auch geht voll klar easy komplett auf einem fancy barater das wild ja also sonntags immer nicht jetzt alles am stück jeden sonntag die mädchen am stück wäre auch funny ja bestimmt ricky nach 60 stunden wäre es gar nicht mehr so funny ich glaube das würde noch vor den 60 stunden passieren dass ich nicht mehr so das funny finden würde tja kein problem fiedel das ist dedication ja das ist die dedication ich liebe die serie deshalb mache ich das einfach mal so ff 2 und 3 sind sogar noch realistisch am stück ich glaube 2 und 3 schaffe ich nicht an einem stück oder aber ich habe auch nicht gedacht dass ich eins an einem stück schaffe ich dachte ich würde für eins länger brauchen ich dachte ich würde für eins länger brauchen so jetzt nur noch tiamat und dann haben wir es dahinten ist noch eine kiste äh noch ein raum es float echt gut hat alles von eins vergessen und mag es wieder man muss aber sagen es float halt masamune da ist es das stärkste aller schwerter moment ich kann das aber jetzt nicht ich kann ihm masamune geben aber ich kann ihm keinen excalibur geben es wäre eigentlich smarter ihm masamune zu geben und dem anderen excalibur zu geben oder aber es wäre schon lustig zu sehen wie viel damage er noch mehr macht excalibur ist doch stärker ne schwächer ein schwert das mit einem legendären metall ja steht hier da steckst du als schwert her ich könnte halt ihm masamune geben dann hätten beide halt guten damage ja alex kalibur ist halt gegen alles effektiv ja ja wir gucken mal aber ja an sich wärs smarter ne aber du buffst ihm doch eh nur ja ich mach nur zwei buffs und dann fang ich an mit dem red mage den red mage selbst zu buffen und währenddessen stirbt dann meistens schon der boss aber ich glaub beim beim ähm endboss wäre es nicht verkehrt wenn beide gut damage machen und nicht nur einer der kann leider keine zwei waffen tragen ne wär geil aber wie schnell dieses excalibur wieder schlecht ist ne heheheh 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 es wurde so gehypt dieses dieses schwert dieses schwert das ist das beste werk was ich je gemacht habe du wirst nie was besseres finden 10 Minuten später dies ist das schwerste schwert aller Zeiten heheheh ja erstmal zum schmied gehen und erstmal flexen ne ne warte ich muss erstmal Excalibur buffen noch Gleich sehen wir das volle Potenzial Und es ist Tiamat Tiamat ist halt recht Hat recht hohe Defensive Stats glaube ich Der Standard Der Stani Tiamat hat auch recht viel Base Stats gehabt So jetzt, sein nächster Angriff Wird jetzt interessant Ja warte ich Mach hier heilere einfach raus So Also Okay Jetzt 14 Treffer 840 Ist schon echt viel Spiel Simulator? Ne, Playstation Ist schon viel dafür Dass es Tiamat ist eigentlich Und es waren 14 Treffer Das ist echt viel Aber Eskalibur hat mehr gemacht Ja Nein Nein Kommen wir heute FF durch Ja ich bin kurz vorm Entwurz Tausend Geknackt Ja das war's Ja ich weiß ich hab versucht gerade noch den Mage wieder zu beleben Ja ich denke mal für den Endboss Soll er ruhig Masamune behalten Und der Red Mage ist halt zweiter Support Und der Red Mage ist halt zweiter Support Der heilt dann noch mit Aber ich hab in Erinnerung auf jeden Fall Weil das der Endboss ziemlich viele Resistenzen hatte Das wäre vielleicht auch Excalibur vielleicht gar nicht so verkehrt ne Dass ich dann alle seine Schwächen umspielen kann Shining war gar nicht tot Der lag einfach nur entspannt auf dem Boden So Ist es schon hier? Wette op first try Können wir gerne machen Ich weiß nicht ob das Ich kann es halt null einschätzen Aber wir können gerne eine Wette machen Okay Endboss Leute Welches Level sind wir? 34 33 33 33 Und jetzt bin ich zu schlecht Muss komplett nochmal zurück und leveln gehen Erinnert ihr euch an mich? An den größten Ritter aller Zeiten? Ich bin es Garland Nein Wir haben ihn doch besiegt Chet Hä? Was macht er hier 2000 Jahre in der Vergangenheit? In einer fernen Zukunft ist es euch gelungen Mich zu überrümpeln Doch 2000 Jahre sollen noch ins Land ziehen Bis es so weit ist Unser letzter Kampf ging zu euren Gunsten aus Und ich sah mein Leben verwirrt Doch vier mysteriöse Kräfte retteten mich Und ich unternahm eine Zeitreise Und als ich ankam an diesem Ort Den nur auch ihr betreten habt Schickte ich die vier Chaosse in die Zukunft Ich bediente mich der vier mysteriösen Kräfte Die mir schon einmal halfen Und holte mein sterbendes Ich zurück in die Vergangenheit 2000 Jahre später werde ich alle meine Erinnerungen verloren haben Let's go Doch der Strudel der Zeit Die nie Ende Zeitspirale Wird es mir ermöglichen Mich in der Zukunft wieder vor dem Untergang zu bewahren Ihr werdet in dieser Vergangenheit für immer sterben Und ich für immer leben Also quasi Er wird in die Vergangenheit geschickt Damit er weiterlebt Und dort in der Vergangenheit Schickt er die Chaosse in die Zukunft Damit sie in der Zukunft ihn retten Und in die Vergangenheit schicken Aber damit sie in der Zukunft Ihn retten und in die Vergangenheit schicken müssen Müssen diese Kristalle aussaugen Es ist ein ewiger Kreislauf-Chat Oh mein Gott Plot-Twist In dem von mir geschaffenen Zeitstrom der Unendlichkeit Let's go Um Um 95! 95! 95! 95! 95! 95! Er macht Hast, die miese Sau! Das darf der nicht! Der One-Hit-Hit doch eh schon! Mit Hast macht er erst recht einen One-Hit! 500! Foul auf den Gegner? Schade! 14! Bäh! Nochmal Hast! Man kann das stacken? Oh, das ist ja dumm! Ja, wenn Berths stacken, let's go! Wenn Berths stacken, let's go! 7.98! Dann nochmal Doppelhast! Schwarzmagier! Aber ist nicht mehr! Es sind trotzdem 14 Treffer! Wir können 5 Ball stacken? Stärke dann auch! Oh, der Magier! Scheiße! Nicht der Heiler! Ich hab nur einmal Engel dabei! 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 Ich hab noch gesagt! Nächstes Mal, wenn ich in der Stadt bin, hole ich mir ganz viele Phönixfeder! Damit ich nicht mehr Engel brauche! Wir schaffen das! Nicht fliehen! Einfach fliehen! Alles in Hurtengurk! 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 Oh, Mann. Mann, ich habe nur einen Engel dabei. Ich habe nur einen Engel dabei, scheiße. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so ein Trottel, ich bin so ein Trottel. Ja, wir müssen jetzt zurücklaufen. Aber ich glaube, ich war schon echt weit, oder? Der hatte bestimmt nicht mehr so viel Leben, oder? Ne, ich brauche keine Level, ich brauche Wiederbelebung. Phönixfedern oder halt einen Engel nochmal. Phönixfedern an sich würden eigentlich schon reichen. Und Dr. Vlad, Dankeschön für fünf Monate. Das funktioniert nicht, ne? Dann vielleicht schnell, schnellreise. Der war bestimmt bei so 50%. Zu wenig? Oh. Hier sind noch Kisten. Sasku. Saske-kun. Noch ein Saske einfach. Doppel-Saske. Hm. Damage-technisch sage ich, 50-60% hat das so Safe runter. Das heißt eigentlich ja dann, sobald er Nahkampfangriff macht, bin ich One-Hit. Also Protest zu buffen lohnt sich nicht mal, ne? Ich bin eh One-Hit, gebufft oder ungebufft, bin ich One-Hit. Also muss ich meine Zeit nicht mit Buffen verschwenden. Protest hilft auch gegen seine Magie-Schilder. Äh, gegen seinen Magie-Schilder, gegen den W-Schaden. Moment. Kann man Protest dann theoretisch auch stacken, wenn ich die Damage-Buffs auch stacken kann? Nein. Okay. Der Weg ist halt echt weit, ne? Das ist an sich echt ein großer Dungeon, ne? Wenn man mit randomen Countern spielt. Boah. Ist man auf jeden Fall schon eine gute Zeit hier dritten. Wieso ist der wieder da? Gerade nachher schaut Stack doch. Ja, dann wird mein Weiß-Magier gleich nur Protega spammen. Ich muss mal gucken, wo ich Protega geholt habe. Habt ihr zufällig auch gerade geschaut, wo Protega war? Vielleicht kriege ich das mit meinem Weiß-Magier auch hin. Äh, ich spiele gerade Pixel-Remaster, ja. Äh, ich bin so verloren, Chat. Moment. Hier rauszukommen ist ja die Hölle, ey. Ein Krescent, okay. Nein, ich bin wieder zurückgelaufen. Okay, da muss ich oben lang. Protes, Mumm, Invis und Stärkestecken. Okay. Also Hass dann nicht, ne? Wie lange geht das erste FF eigentlich? Ich bin beim End-Boss gerade. Und ich habe Spielzeit von acht Stunden. Was ignoriere ich mit Absicht? Ach, die Gamba-Auflösung. Die Punkte rennen doch nicht weg. Die verschwinden nicht einfach. Ihr kriegt schon gleich eure Punkte. Was? Welche Stadt war nochmal Krescent? Vermieter macht Druck. Vermieter will Punkte. Dann gehen wir nochmal schlafen. Ich hatte letztens die Pixel-Remaster von FF60. Das war so toll. Aber wieso denn Resident-Sleeper? Sollte reichen, ne? Sollte reichen, ne? Die miesen Pimmel. So, hier. Gibt es hier noch irgendwas? Exitus, Ibeben, Star. Okay. Ne. Dann haben wir eigentlich alles, ne? Erzengel kann leider nur sie lernen. Also Bungor kann leider nur das lernen. Hey! Und jetzt den ganzen Weg wieder nach oben. Junge, imagine wir hätten das alles mit Random Encountern. Boah! Also würde ich mit, äh komm, könnte ich Random Encounter nicht ausmachen. Ich wäre wahrscheinlich fast die doppelte an Spielzeit hier drin, ne? 10 Euro, wenn du anmachst. Ne. Abgelehnt. Sitze gerade in der Tram und bin besoffen. Und ein Besoffener hat gerade in das Tramm-Mikro vorsichtig komme gerufen. Ein Herzinfarkt des Todes. The fuck? The fuck? The fuck? The fuck? Wieso kommt überhaupt irgendein Besoffener an das Mikrofon ran? Konfliktor los? Hilf. Das liegt wahrscheinlich nur mehr. Nein, inanarrt. Und was anderes mit dem Spiel befinden, ist ist derart, wie zu der digital oder andere Im Jagen natürlich der Reise. In einer Moment kann ich unten was alles bemühen. Ich glaube Oh. Vor allem, man kriegt ja jetzt irgendwie mit dem Remaster um einiges mehr Erfahrungspunkte. Und wenn ich dann jeden Random Encounter mitgenommen hätte, wäre ich da nicht mega mies überlevelt? Wobei, die geben ja dann irgendwann zu wenig Erfahrungspunkte, wenn sie auf deinem Level sind oder unter dir sind. Endboss one-hitten. Ja, das geht bestimmt, also ganz viele Buffs holen, die Buffs alle stacken auf Max-Level. Mit Stärkung dann auch sogar noch. Hä? Hä? Achso, da oben ist eine Tür. Du wärst overleveled, der Kerl. Jeder Sonntag ist ein 10 von 10. Kuss. Ich war bei einem Endboss ca. Level 50, wusste nicht, dass man die Zaubers stacken kann. Und hatte keine Probleme bei dem Endboss. Also, ich weiß nicht, als ich das auf dem GBA gespielt hatte, weiß ich, dass der Endboss mir schon... schon gut einen aufs Maul gegeben hatte. Ich hab zwar Song gesagt, aber Sonntag passt auch. Autsch. Unangenehm. So, da wären wir wieder. Okay, let's go! Okay, let's go! Okay, also... Ähm, unser Boy wird gleich Mumm spammen auf den Krieger. unserer Heilerin wird Proteger spammen und wenn's sein muss, mit Erzengeln jemanden wiederbeleben. Und der Boy, mit dem ballern wir Stärke hoch. Okay, fängt schon gut an. Geht auf den richtigen. Zum Glück nicht auf einen der anderen, Leute. Die anderen wären alle One-Hit. So... Ja, ich weiß nicht, was besser wäre, der Ausweichspell oder Proteger. I don't know, was besser wäre. Ja, die ist weg. Oh, sie lebt noch! Das ist jetzt dritte Mal Proteger, ne? Ne, zweite Mal? Zweite Mal. Ich kann nicht zählen. So, wir machen mal einen Vitra. Proteger Nummer drei. Stärke Nummer drei. Oh, sie ist tot, oder? Ahhhh! Was mein... Okay, ist vorbei. Der Krieger ist auch tot. Geht es gar nicht gut. Okay, das ist gar nicht gut. Ja, wenn er jetzt wieder einen Flächenzauber macht, dann sind die alle wieder tot. Gut. 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 Flair. Okay. Okay, das lief jetzt nicht so gut. Ich hätte vielleicht den Krieger nicht so low lassen sollen. Ich hätte vielleicht den Krieger nicht so low lassen sollen. Ich dachte, der wird das schon überleben, aber ja, die Magie haut ziemlich rein bei ihm. Biaki, was ist los? Was ist Hungi? Was ist Hungi, ne? Alle direkt am verzweifeln. Das schafft es heute nicht so bad. Geh lieber leveln! Scheiß Opfer. So. Flutwelle. Okay, das war sehr stark. Wenn er gleich wieder einen Flächenangriff macht, habe ich ein Problem. Er heilt sich mit 9.999 Leben! Der kurze Flex einfach mal. Der Damage ist so lächerlich. Das war's, oder? Oh! Oh! Sie lebt noch. Ey, ich hatte gerade beim ersten Try ja so viel mehr Glück gehabt, ne? Das ist crazy. Wie viel mehr Glück ich hatte. Ah, Phönixfeder bringt nichts. Der wird direkt wieder sterben. Knapp! 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 Junge, wie respektlos er sich wieder voll heilt. Die miese Sau. Das ist krass, wie viel Glück ich beim ersten Mal hatte, ne? Ja, wie geil ist wahrscheinlich bei dem ein Full Heal, ne? Fast ein Full Heal wahrscheinlich, ne? Das ist ja echt, diese Heilung ist ja richtig mies von dem. Okay, wir machen jetzt Strat anders. Und ich spame jetzt erstmal nur Proteger. Warte, mit ihr mach ich direkt Heilra. Warte, mit ihr mach ich direkt Heilra. Ich balle erstmal Proteger hoch. Die Sauel. Okay. Foul ist gar nicht mal so geil. Auf unseren Main-Damage-Dealer. Ich habe Angst, mit dir was anderes zu machen, außer heilen. Das ist jetzt Protega 3. Traurige Damage. Protega 4. Protega 4. Heisgaaaaaa. Boah. Boah. Tja. Wird er das jetzt noch überleben? Holy shit. So, ich habe jetzt Protega voll Fünfmal Wie meint ihr, mehr geht nicht Ah, dann könnte ich jetzt Einmal noch mit ihm Invisora machen Und er kann jetzt auch anfangen anzugreifen Er macht trotzdem so viel Damage, ne Okay, Stärke stackt nicht Ich habe fünfmal Stärke hingesetzt Ich mache trotzdem genauso viel Damage wie mit einmal Stärke Ich glaube, die stacken alle nicht Ich glaube, die ganzen Spells stacken nicht Das ist, glaube ich, ein Fake News Das ist ein Grundschulden-Mythos, ja Der macht immer noch so viel Damage Und ich mache keinen Das war's vielleicht mit dem Red Mage Eins Scheiße Und sie hat keine Mana mehr Und sie hat keine Mana mehr auf einem der wichtigsten Spots Der heizt sich doch gleich Ja, das ist okay Ich habe noch nicht so viel Damage gemacht Hat jemand gemerkt, wie oft ich Wie oft ich Invisora gemacht habe Ich glaube, zweimal, ne Nein, sehr gut Zweimal, ne Jetzt kommt das dritte Mal Ich habe keinen Flair mehr Also Black Mage in dem Kampf Irgendwie auch komplett useless, oder? Oh, nein Oh, das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist gar nicht gut Und du wolltest zwei Black Mages, ja Ja, für den Endkampf ist der echt nicht so geil Ja, jetzt ist er halt komplett ungebufft Der wird jetzt jedes Mal sterben Miese Sau Miese Sau Dieser Damage vom Schwarzmage ist traurig Ich meine, vielleicht funktioniert Gift bei ihm Oh, voll verfehlt 1000 Damage, guter Damage Hätte klappen können Bisschen Endboss vergiften Ich meinte, ich kann ihn schlafen legen Lehmen Er macht Erdbeb Erdbeb ist ein One-Hit-Skill Hurgengurk trägt gerade das Masamune, ja Ich glaube, ich bin schon mit Mumm durch, oder? Ja Fünfmal Müsste durch sein Was könnte ich jetzt mit ihm machen? Ja, Super-Ether will ich halt nicht verbrauchen Für den Schwarzmagier Sondern halt aufbewahren Ja, Hast kann man ja wohl nicht stacken Foul ist das Gegenteil von Hast? Ich dachte, Mumm Aber das ergibt Sinn, wieso ich die ganze Zeit nur sieben Treffer mache Ich habe nur zwei Elixiere Nur Ich meine, einen Ether könnte ich nehmen Aber das So viel macht Flair jetzt auch nicht, dass sich das lohnen würde Guter Damage Und es geht mir nicht darum, dass ich nicht den Endboss verbrauchen will Mir geht es darum, dass ich diese Äther und Elixiere für die anderen verbrauchen will Als für denjenigen, der eh kein Damage macht So, jetzt macht er mehr Damage Jetzt sollte die Löschung kommen, oder? Hat er Foul? Er hat Foul Vielleicht klappt es ja Auf den Gegner Oh, holy shit Okay, macht Hast Nice, 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 nice Ich überlebe es noch Ich glaube, ich kann keine Defensiv- äh, keine Keine Debuffs bei ihm machen Das geht einfach nicht Ich kann einfach keine Debuffs bei dem machen Ich kann es nochmal versuchen, aber ich glaube nicht daran Funktioniert nicht Affen Ich kann das nicht Ich kann das nicht Eisra- Arsch 15 Leben Oh man ich kann auch was der rotmage machen soll als kleine save heilung noch mal einen kleinen hiel immer auf hogen guckhauen wie er fucking hasst spam also ist geil habt ihr nicht gesagt er hat 10.000 leben der hat mehr als 10.000 leben werde macht gleich viagra wie grad nicht er hat 20k schwarz magier shining flame juckt juckt ihn nicht er ist ein ekelhaften pimmel geht doch mal lieber leveln so bad er hat kein viagra genommen ist gestorben ja die aus den fugen geratene zeit hat wieder in ihrer bahn gefunden das band das vergangenheit und zukunft unmittelbar zusammenführt ist nun getrennt und der über 2000 jahre andauernde kampf zwischen gut und böse endlich vorüber das gleißende schutz licht der kristalle hat sich einmal mehr über diese welt gelegt und wind wasser erde und feuer wieder aufleben lassen ein belangloses missverständnis war es dass in garlands herzen einen über 2000 jahre werdenden hass geschürt hatte als sein von hass erfülltes herz auf die natürliche kraft der vier kristalle traf nahm das schicksal seinen lauf aber was für ein missverständnis das was in strange of paradise gezeigt wurde die chaos wurden geboren und monster erwachten zum leben doch auch diese finstere zeit wird nun eine hellere zukunft weichen das gleichgewicht scheint wieder hergestellt die vier gefährten werden ein weiteres mal durch die zeit reisen doch dieses mal werden sie in einer welt ankommen die sie gut kennen ihre heimatwelt die vier legenden prinzessin sella und die königin werden dort auf sie warten und garland natürlich auch die königin das war eine königin ich dachte es war ein könig die erinnerungen werden verblassen wie die zeit aus den fugen geriet und vergangenheit und zukunft sich plötzlich verbanden wie der mut der vier gefährten die welt von der dunkelheit befreite und das licht zurückbrachte welches alles leben mit glück und freude erfüllt danke für euren dienst war doch first try oder fast dass all das tatsächlich geschah wird in vergessenheit geraten denn nun gehört das vergangenes tatsächlich der vergangenheit an der strom der zeit ist zurück in seine bahn gelenkt worden völlig vergessen wird man die vier gefährten und ihre heldentaten jedoch trotzdem nicht sie werden weiterleben als vermeintliche fantasie figuren in sagen und märchen zwerge elfen ja sogar drachen und himmels menschen werden ihre nachkommen von den wagemütigen kämpfern des lichts erzählen und jetzt sind sie in die heimatwelt zurückgereist chat hier in den chat unsere vier helden ihre rückkehr steht kurz bevor die erinnerungen an die unzähligen gefahren und abenteuer die sie gemeinsam bestritten sind tief in ihren herzen verborgen von nun an werden sie ihre wege gehen doch sie werden wachsam bleiben wir dürfen niemals vergessen dass die kräfte der kristalle stets dem guten dienen müssen das ist überhaupt nur shining flame ist noch davon entfernt oder ist die anderen auch gerade da die kräfte des lichts darf nicht von der dunkelheit überschatten werden und vergessen wollen wir auch nicht dass das hellste licht aus deinem herzen ausstrahlen oh shit oh wie süß denn du hast den 2000 jahre während dem kampf beendet möge diese welt niemals vom rechten weg abkommen der geist endet aber auch nicht ne möge das licht niemals der dunkelheit einheim fallen ja junge und mögen die wahren kristalle stet in unseren herzen ruhen ohne dich wären wir ewig im dunkeln geirrt ne kritiko ist auch noch da kritiko ist auch schon nach hause gereist in die heimatwelt möge das licht uns stets begleiten ja ich werde jetzt alle im dunkeln geirrt ich lage oft auf dem boden das stimmt und hurr und guck war sehr oft vergiftet und versteinert this truly was our final fantasy ich bin gespannt wie viel davon auf youtube geclaimt ist eigentlich gefühlt immer wenn ich irgendwas mit final fantasy musik gemacht habe was geclaimt also bisher würde ich final fantasy 1 auf der tier list auf platz eins packen ja aber jetzt wirklich ein sehr schönes spiel mit dem pixel remaster jetzt auch nochmal ne stufe geiler geworden weil man ja diese cheats jetzt aktivieren kann und damit auch das game um einiges besser float so hoch ja jetzt holen wir die letzte kiste aus dem wasser dungeon sonst können wir nicht schlafen ist vorbei ich kann nicht mehr rein cheater also ja ich bin cheater dreckiger cheater ja das zweite game wird sehr anders chat vom gameplay das wird sehr weird in dem anderen spiel das andere spiel ist dafür bekannt dass man sich die ganze zeit selbst tötet weil in dem anderen teil äh leveln die stats indem du halt diese stats quasi in aktion bringst also wenn du die ganze zeit stirbst dann steigen halt deine defensiven werte ne also teilweise zieht man dann los und prügelt sich selbst die ganze zeit runter und halt sich wieder hoch prügelt sich runter halt sich wieder hoch ja die story in 2 war auch cool klingt immens bescheuert das system ist ein bisschen weird aber ja man kann es halt abusen und das ist das cool eigentlich aber ich weiß nicht wie es im pixel remaster ist vielleicht ist das dort alles viel simpler weil zb in dem teil gab es ja auch mehr erfahrungspunkte vielleicht leveln dort die stats auch viel schneller und viel besser sodass man das gar nicht vielleicht machen muss mehr aber i don't know dementsprechend ist das dort vielleicht viel entspannter willst du die one hit spells wie teleport abusen äh ich weiß gar nicht was das ist keine ahnung ich kann mich daran nicht erinnern dass es sowas gab keine ahnung wahrscheinlich habe ich sie damals auch nicht benutzt war schon peak heute ja war ein geiler stream hat sehr viel spaß gemacht freut mich dass so viele dabei waren und auch bock darauf hatten das war sehr nice chat es war ein sehr schöner stream mega es war kein minecraft äh gehabt heute aber ja äh views habe ich keine ahnung ich hatte jetzt auf meine zahlen nicht geschaut mir ging es halt um den chat der chat war halt recht aktiv da und ich hatte das gefühl dass der chat auch bock hatte auf das game sind die ersten paar ff's alle ungefähr so lang ja schon ungefähr also ich glaube für zwei und drei werde ich bestimmt paar stunden mehr brauchen aber die sind ungefähr alle so recht ähnlich lang ja war schon der beste swing des marathons bisher und es ist geil dass wir direkt heute den ersten teil durchgespielt haben das ist nice das ist nice 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 ich frage mich ob ff 1 bis 6 im remaster zusammen wirklich über 70 wert sind äh wenn du sie einzeln kaufst bezahlst ich hab das heute zusammen gerechnet wenn du einzeln äh kaufst dann zahlst du glaube ich zirka so 95 euro wenn du die alle zusammen kaufst dann 75 also ja du sparst so 20 euro ja ob wir ich weiß nicht ob wir den zweiten und dritten am stück schaffen wäre cool wenn wir das auch am stück schaffen aber ich weiß nicht ob wir das schaffen mal schauen ja zwei und drei waren beide länger als eins das auf jeden fall wie lange ist das jetzt dafür gebraucht? äh acht stunden acht bis neun stunden ähm oh mein gawd, der ruhmodus k ne der erste ist nicht so lang Also als ich das auf dem GBA gespielt habe, das war auch noch mit also ohne diese Cheats, da hat es auch länger gedauert, aber da hat es auch keine 20 Stunden oder so gedauert Die Gang, fucking Jesus, wieso hat der fucking Weißmagier so einen Bart, ey NES war der erste Teil das ist von 1987 macht sich Ultimative Fantasie Wie macht man jetzt Platin-Trophäe? Was braucht man für Platin? Wie viel habe ich?